ist der stream live das ist die frage die sich jetzt alle stellen ich mir vor allem stelle hey die musik nervt mich was geht ab ist das bin ich live seht ihr mich hallo moin was geht ab was geht ab louis was geht ab justin was geht ab monkey soelmann soleyman sorry was geht ab miriam was geht ab mir hat was geht ab gut lag was geht ab leute generell wie geht's euch ok stream ist an wir gehen rein sitashi ist auf der insel wie geht's euch wird es wieder spannend es wird wieder spannend leute es bleibt spannend so wir nehmen uns ein totem wir nehmen uns essen in die hand nehmen das zack zack so und dann fliegen wir mal richtung youtube und gucken was so abgeht moin du über gezopfte king was ok gut dir mir geht's auch gut heute drei drittes unheil ja ich sage euch ehrlich so langsam wird's richtig ernst ne also dritte es kommt die drei die zwei die eins und ich predikte jetzt schon mal es wird ja die null kommen irgendwas mit der null ob er dann selber auftritt oder so man weiß es noch nicht aber ich bin echt gespannt was diesmal was diesmal wird er hat beim letzten mal gesagt es wird weitere verrate weiteren verrat geben bin sehr 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 gespannt ich bin da was geht ab valentin junge bist du echt ein verräter ich musste ich musste halter snoopy junge gucken ist das der echte snoopy oder ist das ein faker zum kanal der echte kriegt erstmal kurz mord damit man auch weiß dass der echte ist ich sterbe was das oh mein gott junge ich wollte es tut mir doch nur kurz mord geben auf einmal ich sterbe im hintergrund so wird ich auch immer weiß dass der echte ist jung ich dachte kurz was war's das reini was was ist was wie geht's ey jungs wie geht's euch wo ist zitashi ich fliege mal zu zitashis haus tridan oder stays ich bin echt gespannt was war das ich bin da in den tower reingeflogen außersehen ich bin ja zwecke vor allem ich bin einfach rausgezappt ich bin perfekt reingeflogen hallo hallo zitashis was geht ab was geht's wie geht's nein nein ich bin gerade erst angeflogen gekommen ich schwöre ich bin schon am stream ich bin gerade erst angekommen gekommen auch nicht schon wieder hatte ich habe die zugemacht zweimal er macht wieder auf ekelhaft nein 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 die musik mal ein bisschen leiser krass auf jeden fall bro was denkst du was wird heute abgehen so denkst du das katz wer weiß das schon wer weiß das schon ehrlich also wer sagt dass er weiß was heute abgehen wird der lügt in meinen augen ja bro ich weiß ja keiner kann das wissen du musst dir mal so vorstellen ja ich habe so ein gefühl dass die unheile immer und immer schlimmer werden ne ja 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 eben und da hat sich weitergearbeitet bis zu lukas admin verlust ja ja und halt noch andere sachen an dem tag aber ja das ist äh ich sag also ich weiß wirklich nicht was noch kommen soll aber also der bosskampf war ja schon krass aber beim letzten mal haben sich alle so auseinander gestritten und sowas das war halt also meiner Meinung nach war das letzte mal noch mehr heftiger und wenn jetzt noch mehr heftiger wird und dann kommen ja noch weiter also das sind jetzt die drei hä ja bro hast du was gesehen Junge der ekelhafte ist das nicht vor mir 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 oh mein Gott er ist einfach vor dir aufgetaucht warte mal warte mal wenn du uns zuhörst was geht ab Schinks kannst du uns sagen Zilka worum es in diesem Unheil gehen wird letztes Mal hast du es ja auch gemacht mit Zerrat kannst du uns das sagen naaa Tobait alter wir wissen dass du es bist komm doch er hat Angst vor uns er hat Angst im 1 gegen 1 würden wir ihn klatschen ähm was sollte ich sagen irgendwas sollte ich sagen hast du die Tür aufgemacht warte mal konflikt konflikt ok ok was bedeutet bro was für konflikt was bedeutet konflikt Leute was beim letzten Mal gab es ja schon konflikt quasi ja aber aber konflikt ist für mich irgendwie sowas wie kann Kampf weißt du ja 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 100% für mich auch weil sonst hätte er letztes Mal auch konflikt geschrieben und hat nur verrat also nur in antworten zeichen verrat ja beim letzten Mal war es verrat diesmal ist es konflikt aber konflikt gegen was ja mit wem hat man ein konflikt nicht dass wieder so ein monster ist ja aber konflikt ist irgendwie sowas wie eine auseinandersetzung also ich finde konflikt und verrat sind nicht so weit auseinander weißt du ein konflikt hast du weißt du dann es kann halt sein dass man dass man äh keine ahnung also konflikt muss ja nicht natürlich nicht äh irgendwas mit gegenseitig angreifend zu tun sein aber es kann ja auch wehrbar sein das heißt dass man irgendwie sagt äh jo wir haben grad ein problem miteinander weißt du ja bro ja 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 ich weiß was ist das ich weiß aber nicht konflikt wir müssen mal über wir müssen mal überlegen warte schings hat reingeschrieben also hat die genaue Bedeutung reingeschrieben ein konflikt bezeichnet Situationen bei denen inakzeptable Unterschiede in Einstellung, Erwartung, Interesse und Meinung heißt ja wie wir schon gesagt haben wenn man ne wenn man quasi ne Meinungsverschiedenheit hat und wenn man ja das wird aber nicht dann gegen so nen Monster oder so sein das wird dann ja ein Konflikt zwischen uns auf der Insel vermutlich sein dachte ich jetzt ja aber es gibt ja viele Konflikte keine Ahnung der zum Beispiel Alpha Clan gegen Bizepsbrüder ist ein Konflikt ich glaub das wird einfach nur so etwas sein mit Alpha Clan oder keine Ahnung Bro ich weiß es wirklich nicht irgendwie so etwas ja aber das ist keine Ahnung da ist das mit Atmenverlust schlimmer hätte ich gesagt oder ja ja also Bro sag sowas doch nicht vielleicht ist der Konflikt wir gegen Tobi und wir werden alle gebannt also sag bitte noch nicht sag bitte noch nicht das mit Atmenverlust ist schlimmer wenn wir noch gar keine Ahnung haben was passiert das war natürlich nicht so gemeint ne wenn ja wie heißt er wie heißt wer das kann man machen ne weißt du meinen In-Game Namen weiß ich nicht ne aber was machen wir bis dahin es wird ja wahrscheinlich eh erst wieder um 10 Uhr oder so losgehen so Alter ein bisschen rumfliegen vielleicht an die alten Unheile nochmal und vielleicht ist dann jetzt ein neuer Tipp oder so wenn du weißt was ich meine meinst du wir sollen die chronologisch einmal abgehen oder was ja ja würde ich machen jede Woche einfach zuerst zu null ne nee zuerst zum Schwert Schwert war so das erste Unheil nee ich glaub diese Burg war doch zuerst ja aber das war kein Unheil die war einfach da stimmt ja das war ja das ist ja eh nebeneinander lass erst zum Schwert ja 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 wann ist you live heute so wie immer wahrscheinlich also so eigentlich jetzt gleich auch spätestens Viertel von neun oder so meistens ne aber jetzt doch meistens auch so als Ankündigung also müsste man eigentlich hier ist Eisen eigentlich könnte man das Eisen mit Bro Bro bohrst du noch ein bisschen Eisen so meinst du es gibt eine Strafe wenn man das Unheil abbaut ich glaub schon ne also ich mach das nicht Bro ich auch nicht wenn man das Unheil abbaut ist direkt vorbei was denn nichts nichts wir können ja mal alle Knöpfe drücken beim letzten mal also da ist ja was passiert das weiß ich nicht ja hier hinten hier hinten den Knopf muss man drücken irgendwie ach ist schon offen ist schon offen Bro ist nicht zugemacht worden ja und hier war halt die sieben ne ja ach so ich dachte immer das soll ein Fragezeichen beseitzen ah ne sieben he 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 wilst du jetzt hier noch einen Strich machen das sähe ultra komisch aus ja ich weiß hier nicht warte kurz warte kurz ich mach mal kurz einen Strich da noch hin na ich hab nichts kaputt gemacht Stark, Bro, Gänsehaut Sieh übel aus wie eine 7 Mich hat dieser Knopf genervt Das sieht doch aus Ja, bau ab, bau mal ab Nein, ich kann es ja ab Ich brauche noch nicht ab Ich schläge mich nicht mit dir Aber ich glaube, das war der Knopf oder so Der hier Ah, der Der, man sieht auch nichts Das ist so krank Was war das zweite? Ich habe immer das vergessen Das U-Boot Ja Ich weiß genau Lass du Sue Space erstmal fliegen Fliegen wir über den Dschungel Ja, fliegen wir jetzt eh hin War da was? Ich dachte, ich hätte was gesehen Hä? Oh mein Gott Wo ist er? Sitashi? Habt ihr das gesehen? Da war die 3 Bro Bro, 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 bro Komm mit, komm mit in die Richtung Flieg mal in die Richtung Da war die 3 Das ist die 3 Nein, bro Hier Bro Was? Die 3 Hier ist die 3 Das ist neu Bro, was ist das? So eine riesige Plattform einfach mit einem Zaun in der Mitte Was macht der Zaun? Hä? Bro Unendliche Zaunfarmen Hä? Unendliche Zaunfarmen? Hä? Aber das geht nicht weg Hä? Warum nicht? Hä? Bro, unendliche Zaunfarmen Nehm ich mit? Warum? Was willst du damit? Hä? Bro Einfach nur 3 Aber Also es gab noch nie eine 3 Einfach mit so einer Fläche Also es ist einfach eine Fläche Also vom Dinger hättest du jetzt gesagt Irgendjemand Ah Oh mein Gott Geht's gut Geht's gut Bro Ich hab noch nichts gemacht Lass runter hier Lass runter da Lass runter von der 3 Oh mein Gott Also ich wollte gerade sagen Vielleicht hättest du ja sagen können Dass jemand uns trollen will So ein Alpha-Steinchen oder so Ja ich weiß nicht, bro Ich weiß nicht, ob das Zufall war mit dem Blitz Ja erstmal der Blitz Und zweitens Wir können ja den Zaun nicht abbauen Das kann kein Troll sein Bro Ich hab jetzt den Blitz eingeschlagen Ich zieh mal meine Lütze Ich baue mal ab Vielleicht Ich will mal schauen, ob es was damit zu tun Ja Blitzeinstieg Oder ob das einfach random war Vielleicht weil wir einfach auf der Plattform standen Und er das gemerkt hat Komm, warte Wir bauen Wir bauen Dings drum Hier darf niemand drauf Oh mein Gott Bro Okay, okay Bro Ich mach das mal wieder weg Entschuldigung Ja Das wurde gerade selber abgebaut Von meinerseits aus Ach das warst du gar nicht Das war ich nicht Oh mein Gott Bro Ich will hier nicht drauf Bro, Sue und Nico sind online Wir müssen ihnen das zeigen Auf jeden Fall, bro Niemand sagt Bei mir da ist eine Zaunfarbe Ja man Der Aztmann gibt uns eine Free Zaunfarbe Er kann das gerne mit Goldblöcken oder so machen Der auch nicht Müssen euch was Junge Er hat einfach verschwunden Aber das war In meinem Haus Ey Ey, nein Der Enderman lockt mich da drauf Bro Der Tepet ist immer weg Bro Lass mal Weißt du wo Nico ist? Nico's Haus ist? Nico's Haus? Wo ist Nico's Haus? Ich weiß es auch nicht Äh Ich will hier nicht mehr drauf Ich hab auch Angst Wir müssen Nico Wir müssen zu Nico Ich weiß nicht Ob Sue schon Dings ist Sue ist live Ja aber Halt Ob er schon auf der Insel ist Oder erst mal react Meistens reactet er ja Ich glaub Ist Nico's Haus nicht So ein bisschen am Wasser Lass mal hier so lang laufen Dann hören wir uns Wenigstens noch Wenn wir jetzt fliegen Dann verlieren wir Oh Boah Es geht Was geht Papagei Papagei Lass mal das sehen Oh Start it Okay, okay Egal Okay, lass mal da hinfliegen Aha Bei Sue ist auch nur 3 Wie Wie Bestius auch nur 3 Ah hier Nico Hallo Nico, wir haben was gefunden Wie Ihr habt das gefunden Zu heftig Was wir gefunden haben Bro, ihr macht doch ja hier Filme Ich mach Digga, wir machen keine Filme Ihr macht richtig Filme Vertrau mir doch Andrea, dann glaub uns halt nicht Bro, wir haben die 3 gefunden Ja, genau Wie Ihr habt die 3 Warte mal Wie die 3 Ja, die 3 Das dritte Unheil Ja, das dritte Unheil Hä Sue Hä, Sue Wie hast du uns gefunden Äh, ich stand da oben die ganze Zeit Okay Bro, die meinten Bei dir ist auch eine 3 Wir haben eine 3 gefunden Ja Im Dschungel Also ich wollte halt streamen und alles starten Und dann hab ich halt paar Raketen besorgt Und beim Fliegen hab ich hier diese 3 direkt neben der Mädchen Wo, warte, 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 wo Da, oh Hey, da oben steht der Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Bro Hey Dude Er wird jetzt sehen Er wird jetzt sehen, was er davon hat Ja Guck mal, das Ding ist Wir haben im Dschungel Warte, warte, warte Ihr habt jetzt auch noch eine 3 gefunden, oder was Ja, im Dschungel Und da hat er uns dann mit Blitzen und so abgeworfen Ja So einem Psycho-Typ, ne Ich denke den nicht Warte, hab ich gesagt, bei der Mädchenstadt ist eine 3 Ich kenne... Hier? Ey, warte Hier ist auch eine 3 Hä? Bro, die sieht genauso aus Die sieht genau... Die sieht genau... Wenn du sagst, dass es genauso aussieht Die sieht genauso aus Guck mal Ey, schau dir das an Schau dir das an Wenn es so wie bei der anderen 3 ist Dann kann man das nicht abbauen Ja Kann ich auch mal versuchen Oh mein Gott Man wird direkt angegriffen Wie bei der anderen Ich will das nicht mehr Darf ich das mal auch ausprobieren? Brauchst du, willst meine Axt? Ich habe keine Axt Ich habe immer noch Ich habe immer noch Ich habe immer noch Ich habe immer noch Ich habe meine Items Ich klaue schon nichts Ich war eine Sekunde weg, Leute Alter, was ist das? Wecker geht Guck mal, der Typ ist immer online Wenn wir online sind Ich habe echt das Gefühl Er ist kein Mensch mehr Er ist immer online Wenn wir online sind Was nervt er die ganze Zeit? Okay, okay, okay Chill, 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 Tobi Tobi, Junge Chill doch mal kurz So ein verrückter Typ, ne? Hier Ja Ey Krass, 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 krass Wirklich, was hier wieder abgeht Das war gar nicht mein Item Danke dir Warte, ich probiere mal mit ihm zu reden Das abzubauen Ey, ey Tobi Ey, ey, ey Stopp, stopp, stopp Eine Sache PvP-Ente schreibt Der Zaun auf der anderen Seite war blau Das ist der Zaun von meiner anderen Seite Wie hast du das abgebaut? Achso, ich habe Man kann es abbauen, aber Also es droppt, aber Es geht nicht weg Ey, dann haben wir eine unendliche Zaunquelle, Jungs Warte, ich rubiere das jetzt Ich rubiere das Habe ich auch gesagt Aber wenn du jedes Mal einen Blitz abbekommst Auch nicht so geil Du willst mir jetzt nichts tun Ich baue das ab Das gibt schon echt fat Damage Auf deine Rüstung Und zu gucken, was passiert, okay? Mit der Hand mache ich das Keine Sorge Ey, befiehlt ihm nicht Ihm nicht, hä? Kein Zufall Es klappt Ja, ey, bro Klappt übel gut Ja, ein Test ist es ja wert, weißt du? Warte mal, ich habe es abgebaut Ja, man hat Man bekommt den Man bekommt den Ich habe auch blaue Okay, das ist interessant Ich weiß nicht Wollen wir mal Also, was ist hier? Ist hier irgendwas Besonderes drunter? Weiß nicht Vielleicht markiert das wie so ein Schatz oder so Wo ist you? You? Ich habe bei mir geschrieben Dieser Zaun passt sich an die Region an Hier ist ja rot Wegen Mädchenschatz So pink und so Und dahinten wegen Dschungelblau Joa Ist you? Hä? Wo ist you denn? Hallo? See you? Er redet safe mit dem Admin oder so Mit dem Bösen Da oben ist er Dumm See you, hallo? Äh, hallo? Geht's dir gut? Ja, mir geht's ganz gut Außer, dass ich halt Hier, bist du weggegangen Sollen wir mal zu dem anderen fliegen? Was ist das denn für ein Scheiß, was ich mit mir mit hab? Rote Rolle Wo ist das denn? Groß Hammelfleisch? Ich muss mal kurz Platz hier machen Ich habe irgendwie viel Müll in meinem Inventar Ganz komisch Okay Wollen wir mal zu dem anderen fliegen? Warte mal Was machst du da? Was wirfst du da weg? Woher hast du das? Keine Ahnung Also wahrscheinlich von den letzten Tagen, ne? Okay Ich brauche noch ein bisschen Müll, sag ich ehrlich Wo ist jetzt Niko? Jungs, wir verlieren immer eine Person Ey, das muss ich euch auch noch zeigen, Jungs Ja? Guck mal Was ist das? Alles weitere wirst du zu einem späteren Zeit Ja, das ist aber auch von vorgestern noch Und wo ging's dann? Guck mal Ich kämpfe gegen die Bösen Gar kein Fleisch, Digga Ich hab nichts Ey, ich bin so gespannt, wenn es heute in Kauf gehen wird Dann kann ich ja nichts machen, Jungs Ich hab nicht mal mein Schwert Und rote Zaun böse Der Hecker hat zu uns gespielt Ey, Junge, geh weg Bro, er hat mir so einen Jumfgang gegeben Er steht hier wieder Bro, er hat mich so ekelhaft angeguckt Das war so ekelhaft Oh mein Gott Weißt du, er steht hier so Guckt so nach unten Und guckt mich dann so an Bro, Sil, wir haben ihn heute Morgen Rainer nicht haben ihn gepreit Was heute so abgeben wird Stimmt Er hat in den Chat geschrieben Konflikt Oh mein Gott Die Frage ist, was er mit Konflikt meint Und, warte, warte Warte, was jetzt gerade bei mir gesagt wurde Rote Zaun böse Blaue Zaun gut Sicher? Warum sollte das aber gut und böse darstellen? Ich hab keine Ahnung Aber rot und blau so Von Farben her Würde passen Und Konflikt Weiß ich ja nicht, my friends Guck mal, das Ding ist Ja Ich bin echt gespannt, wann das Event denn startet Sollen wir nochmal kurz hingehen? Ja, meistens um 10 Vielleicht Ja, aber Bist du sicher? Vielleicht startet es jetzt schon viel früher? Warum ist es jetzt schon da? Ja, lass mal Normalerweise haben wir das immer zu einem gewissen Zeitpunkt gehabt Und jetzt ist es Wir müssen die Weide suchen Jungs, Jungs Wir haben es zu einem gewissen Zeitpunkt gesehen Das mit dem Dings Letztes Mal war es ja auch schon vorher da Da haben wir es nur nicht direkt gefunden Was passiert, wenn wir hier uns reinbuddeln? Bro, ich Kannst du machen Ich hab halt keine Werkzeuge Aber ich Ich würde Also ich Ich baue definitiv nichts von ihm ab Ich auch nicht, Bro Weißt du? Wisst ihr was? Ich mach das Ich mach das Es wird nichts passieren Was soll ich machen? Bro, dein eigenes Bro Also ich sag dir, wenn du gekillt wirst Ich loote nichts Ich loote nichts Ich loote auch nicht Ich auch nicht Ich geh von der Plattform Warum müssen wir? Leute, ich tu es für euch Wir brauchen Beweise Okay Wir wissen nicht, was das hier ist Ich wünsche viel Glück Was geht ab? Jamie, also Einer muss sich opfern Das wird ich sein Ich bin echt gespannt Das hast du mich voll verändert Seitdem du das unerholt hast Sorry Tut mir leid Ich hab halt Achso, das Schwert Hab ich ja, Leute Lukas kommt um meine Uhr Ja, Nela Alles gut Du musst das nicht spammen Bro, was für Admin? Der ist Hacker Was für Admin? Bro, er wurde direkt gekickt Ich hab's doch gesagt Er wurde gebannt oder so Er wurde gebannt Er wurde gebannt Bro, ich hab's doch gesagt Ich hab ihm seinen Dücken gedeckt Bro, er wurde gebannt Er ist nicht mehr drauf Leute, ich fass das nicht an Nein, Alter, eklig Ich glaub nicht, dass er gebannt wurde Bis jetzt wurde ja niemand gebannt Aber die Frage, die ich mir stelle, Leute Warum gibt es zwei Deine Kamera ist so nicht gerade Kann ich das mal an? Lass mich Also zeigt mir das mal Wo ist das andere denn, bitte? Nein, jetzt sieht man meinen Greenscreen Ding Das ist bei jedem Das hat ein Dschungel Arschloch Sollen wir nicht auf ihn warten? Naja, wenn er gebannt ist, schlecht, ne? Der ist safe nicht gebannt Bis jetzt hat er ja niemand gebannt Bro, wo ist er denn? Wo ist er denn dann? Der ist auch nicht mal online Bro, Stace hat einen 24-Stunden-Bun bekommen Weiß ich nicht Vielleicht hat er jetzt einfach einen 24-Stunden-Bun bekommen Oder länger Weil er dagegen gedenkt hat Das wäre gar nicht gut Der arme Junge Wer aber lustig Okay, sollen wir uns auf den Weg machen? Also ich hoffe Bro, lassen wir ihn jetzt nicht einfach Ich hab keine Ahnung Schreib ihm mal über Discord, was los ist Schreiben auch alle Er sagt einfach Wollen wir los, oder was? Jetzt einfach weg Jetzt brauchen wir heute nicht, bro Sollen wir los? Bro, hä, der arme Jetzt Spaß beiseite Als ob er jetzt gebannt ist Ja, bro, sonst wäre gekickt worden, wäre wir da Achso Bro Was ist gerade passiert? Ich hab's dir gesagt Er hat mich vom Server gekickt Warum hast du so lange gebraucht? Ich dachte, ich wurde gebannt Ja, wir dachten auch, du bist gebannt Guck mal, da stand Finger weg Oh mein Gott Finger weg Du Angsthase, ne? Was anderes traust du dich gar nicht Oha Oh, ey, stark wirklich Jetzt gleich bist du gebannt Ey, mega stark Das ist schon echt eklig Guck mal, da ist er wieder Warum machst du das mit uns? Was sollte das gerade sein, hä? Ja, man kann ihn nicht treffen Hä? Alter, hast du mich gerade angepackt? Hä? Hat er dich angegriffen? Hast du mich gerade angepackt? Oh mein Gott Ey, Jungs, Jungs, geht weg, geht weg Ihr wisst, was Siu für ein Schwert hat Ich kann dir Beton geben als Ersatz Hä? Wann kann man ihn treffen? Bro, Zitachi, chill Jungs, er hat uns einfach Er hat uns einfach an seinen An der Leine An der Leine, okay Kann man auch sagen An seinen? Hä? Oder an unseren? Ja, ist auch geil Okay, lass mal den Dschungel jetzt fliegen Einfach straight auf die andere Hier, geradeaus müsste das sein Einfach straight geradeaus Hallo, ey! Hä? Hä? Ich wurde vom Bogen abgeschossen Zeig mal diese Stelle Zeig mal diese Stelle Ja, hier geradeaus Da in die Richtung Janus muss einen Song über seine Mitzahlende Sachen machen Dave Oh mein Gott Das ist ein guter Call Das sage ich Oh mein Gott Das sage ich den anderen gleich Jungs Ja, Bro Jungs Ach du Scheiße Das ist ja gerade In den Dschungel Einer hat was richtig krasses In meinen Chat geschrieben Was denn? Guck mal Er sagt Dass vielleicht das Ziel von Tobi ist Dass jeder so ein paar So quasi seine innere Hürde So was überwinden muss Mäßig Weil zum Beispiel Ich musste meine Freunde verraten Ja? So Kian musste jetzt Einen emotionalen Song Über was Weißt du Was er vorher Niemandem Wo er Über niemanden Wo er mit niemandem Drüber geredet hat Vorher oder sowas Machen Weißt du Was ist wenn das generell So weiter geht Ja vielleicht noch nichts Vielleicht kommt das aber noch Vielleicht musst du irgendwas machen Was du eigentlich gar nicht machen würdest Vielleicht muss ich den Clown für alle spielen Oder so Ja das wäre übel abwegig Nein ich weiß auf jeden Fall was du hinaus willst Aber bist du sicher Nein 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 Aber es ist doch eine Theorie Wir haben Ich werfe Theorien rein Ideen in welche Richtung es gehen kann Damit falls es irgendwie weiter geht Oder so Wir sagen können Ey stimmt Das und das wird auch schon mal gesagt Es kann sein Dass es das ist Pisch da ist jetzt auch da Oder was Nee Vielleicht muss man alle Köpfe sammeln Es wird wieder voll Es wird wieder Die üblichen Verdächtigen kommen so langsam Naja Das ist wirklich so Oder was ist Was mich wundert Ja Das ist ja theoretisch Guck mal Das ist ja komplett im Dschungel Also wir sind hier umgeben von irgendwelchen riesen Bäumen Ja Und warum gibt es zwei Plattformen Vielleicht gibt es auch noch eine dritte Plattform Ich würde die jetzt mal drucken Ja stimmt Bro es kann auch zehn Plattformen geben Ja lass mal in eine Gruppe gehen Komm mal in eine Gruppe Wie geht man um eine Gruppe? Ah da Ja So Weil das letzte Mal war auch einfach im Dschungel Keiner von uns war im Dschungel Und plötzlich unsere ganze Bände Ja stimmt stimmt Vielleicht finden wir noch weitere Sachen Die kaputt gegangen sind Hallo Da ist noch jemand reingekommen Zutestik glaube ich Okay ich bin jetzt bei der vier Bei der vier ist immer noch alles Aber das sind Schilder Was waren die Schilder? Was sind das für Schilder? Letzter Aufruf Ich brauche unbedingt Hilfe Äh Bevor alles zu spät ist Tridern Hä? Jungs? Hm Bei der vier Das ist bestimmt schon von den letzten Tagen Er hat doch safe Videos dazu gemacht Ja geil Also ich seh's erst jetzt Das ist so eklig Dass das Portal da nur Null ist Hier links ne? Ja Nur das steht noch Das ist so widerlich Das ist so widerlich Das nur noch da steht Hä wat? Ist die Tastic jetzt Wer ist bei uns reingejoint? Ich glaub das ist der Tastic Aber er redet nicht mit uns Ne Öh Warte mal Was denn? Da steht Tobi Er hört uns zu I Tobi Bro Tobi ist hier einfach drin Er tarnt sich Rede mit uns Trau dich Was geht bis da? Hallo Bro Ich flieg mal weiter Und check noch weiter die Lage ab Komm gib uns noch einen Tipp Wo hast du noch so eine Plattform versteckt? Und was soll denn bitte das nächste Event sein? Bro Guck mal hier in diesem Dschungeltempel Was ist da drin? Hier ist was Wo seid ihr denn alle? Ich komm Wir fliegen grad um die Guck mal wir haben so zwei Drei Also zwei Plattformen gefunden Wo eine drei drauf ist Ich hab grad auch eine gesehen Neben dem Turm direkt meinst du? Jaja da ist die erste Wir suchen halt Wir suchen Ob es noch andere gibt Wer fliegt da? Pisch da? Ah da pisch das Ich bin hier Ich bin hier Meinst du? Unterirdisch? Äh Alperzauer Meinst du? Ne 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 Ich hab nix versteckt Hallo Ich schau mal ne Ich hab hier nix versteckt In der Zeit auf null ist Ist das unser Ende Kann sein Ey Flyer was sagst du da? Aber es muss ja nicht sein Dass jedes Mal Irgendwer das Unheil ist Weil beim letzten Mal War ich das zwar Aber sonst Ähm Nicht so viel Ich hab nur noch 34 Bro Komm ich kann dir ein bisschen geben Ich habe nur Fast vier Sekt Bro einfach der Alpha Clan Und die anderen Tun sich so zusammen So wer hätte das gedacht Wer hätte das gedacht Das ist Der einfach Tobi Tobi chillt mit uns In der Gruppe Wer hätte das gedacht Bro der Der chillt eh Der ist eh überall Der ist wahrscheinlich Gleich gerade wieder vor mir Er chillt hier einfach mit uns Ja wieder bei der 3 Morgen er chillt Discord mit uns Chat Schreibt mal bei uns ein Irgendwie eure Theorien Was kann das sein Ich bin überall Ihhh Hä Hä Er hat seine Stimme geändert Was war das Das ist so eine andere Stimme Andere Stimme Als normalerweise Aber er ist überall Bro jede Woche ändert sich irgendwas Guck mal er hat sein Skin geändert Er hat alles geändert Bro ich weiß nicht ob das Nicht einfach ein Anzeige Bug von Dings ist Das ist Zetastic Ne Zetastic sieht anders aus Aber es ist so ein Standard Skin von Minecraft Deswegen Tridan ist das Unheil Warum sollte Tridan ein Unheil sein Ja haben die bei mir auch geschrieben Aber Leute ihr müsst euch eins vorstellen Klar beim letzten Mal war ich das Unheil Aber Das heißt nicht dass jetzt jedes Mal Davor war es ja nicht so Dass irgendjemand das Unheil ist Es muss jetzt nicht jedes Mal Irgendjemand sein Aber es könnte sein natürlich Bei dem habt ihr die Veränderung Bei Tridan gesehen Also Es wäre nicht so abwegig Sollen wir uns alle bei der 1-3 treffen nochmal Und aus Dingen rausgehen Aus der Gruppe Bei Dschungel Oder bei welcher Hier vor uns Vor mir Du bist ja schon da Lass mal überlegen Was kann man hier noch machen Vielleicht gibt es nicht das Falsche Ups Ey Wie gehe ich hier raus Ey Ich bin so lost Welcher Knopf ist BVV Okay V muss ich mir jetzt merken Alle Knöpfe gedrückt gerade Hä die verbinden Die verbinden sich einfach Das sieht übel komisch aus Soll ich mal drüber gehen Und da auch einsetzen Ein rotes Okay Nicht dass wir ihn zornig machen Ja Also Was soll das denn heißen Hallo Hallo Pischta Warte Hier Paar Raketen Du wolltest Raketen Alles gut ich hab grad gecrafted Ich hab grad gecrafted Was stand jetzt vorher hier Also Pischta Gut und böse Okay Ja das haben mir auch schon Leute gesagt Ja das hab ich doch auch grad gesagt Mit dem Ding Weil das eine ist rot Das andere ist blau Vielleicht Aber ich weiß nicht Blau haben die bei mir geschrieben Gut gegen böse Rot und wer ist Team Rot Team Blau Also ich bin Blau Blau ist meine Lieblingsfarbe Nice Chat Ja chill 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 Ich kann nicht alle Sachen gleichzeitig machen Er soll sich mal zeigen Und uns irgendeinen Tipp geben Wenn er da ist Roter Zaun ist Tobin Und blauer Zaun ist Lukas Und die fighten Ja aber Die können fighten so viel Und die wollen Tobi Also Was soll Lukas gegen Tobi machen Oha Vielleicht kommt Der Admin ist Timmy Warum schreiben alle Vielleicht kommt Timmy Hä Wer ist dieser Timmy Also den Fight zwischen Lukas und Tobi Also den müssen Irgendwie müssen wir den Zustande bringen Aber wie soll der Jetzt stattfinden Tobi ist ja Tobi ist ein Admin Und Lukas gerade nicht Also das macht keinen Sinn Weißt du Die können nicht gegeneinander fighten Weil Tobi Einfach Er kann einfach Slash Bun eingeben So Hä Was willst du Machst mir Angst Darf ich das abhauen Oder darf ich das nicht abhauen Mach das nicht Er hatte einen roten Block Ja aber Er hatte einen roten Block Nein Du wurdest gekickt Als du das weiße abgebaut hast Ja genau Er hat das abgebaut Und dann wurde er gekickt Fisch da account ich Vertrauen mach das nicht Guck mal Ey unendliche Farben Fuchst du Hä 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 das ist unendlicher Warte wenn ich das mach Fahr mal ein bisschen Sound Fahr mal ein bisschen Sound Hä Ich brauch das Fisch Kannst du mir ein bisschen Farben Was wenn der Countdown Komplett unten Ja weil er Scheiße gebaut hat Wir wissen nicht was passiert Wenn er komplett unten ist Es kann alles sein Es kann natürlich sein Das Dings ist Keiner hat einen Bock mehr auf ihn Timmy ist geil Also Timmy Timmy ist so ein Timmy ist geil Aber schreiben jetzt alle bei dir Wie kommen die auf Timmy jetzt auf einmal Also bei aller Liebe Timmy ist der Admin Dann geht's los Dann geht's los Ey wo bleibt dein Bruder Ich will ihn ein bisschen provozieren Wenn du das machst Kriegst du von mir Null steht für nichts Ich glaube das Unheil Null Wird Insel zu nichts gemacht Bist du jetzt cool oder was Null kann aber auch für den Anfang stellen Oh ja okay sorry Also Null kann auch sein Dass das aller Anfang ist Man weiß es nicht Und warum muss die Insel zu Null werden Es kann ja auch sein Dass die Unheile quasi Es sind keine Unheile mehr übrig Vielleicht gibt's eine Reihenfolge Also gibt's erstmal Gibt's wirklich nur zwei Plattformen Oder gibt's noch eine weitere Plattform Ja wir müssen noch weiter umgucken Ja lass mal zuhören Ah da war Dings Die Tasche war da Ja ich schau doch mal nach Ja ich hab nicht unterlesen Ja lass einfach Lass einfach mal alle nochmal Ja lass doch mal in die Gruppe gehen Und alle ausschwärmen so ein bisschen Und einfach mal Einfach mal ein bisschen rumfliegen V Flieg Er wird hier wieder reinkommen Ich geb ihm fünf Sekunden Ich geh mal in Alpha Tower Und guck irgendwie unten Dings Im Keller Okay Hä Das ist ein Zombie mit Diamantrüstung Okay Eingesperrt Vielleicht war das mal ein Mensch Hallo Ah ne ich dachte ich höre ich nicht weil Sitashi hat da war Dings Dieser Rahmen drum aber ich hab ihn nicht gehört Deswegen Alles gut Hier diese Base Was Ervive gebaut hatte Unterirdisch Vielleicht ist da irgendwas Meinst du was Meinst du was was in die Luft gesprengt wurde Unheil Null ist der Neuanfang der Insel Okay Wollen wir Versuch mal aus Minecraft Namen in YouTube einzugeben Dann findest du Shorts von ihm Auf seinem Kanal Meinst du Tobite Guck ich gleich mal Bei der Mädchenstadt warst du schon dort Juh Ja da waren wir ja schon Oh ich hab ihn gefunden Raum Mädchenstadt war doch Im Dschungel wahrscheinlich Ja ja das kennen wir schon Ja da waren wir schon Das kennen wir schon Lida Meinst du kein Wein des Obsidian Okay ich hab ne Idee Jungs Ja Was ist Wenn irgendeine Plattform Dort bei Amir's alte Base Da wo seine Farm hatte Ich flieg mal dahin Lass mal dahin fliegen Ja Das ist von der Dings Wasserkrieger Base Einfach straight geradeaus Ja Bin ich gespannt Ich schau mir die Shorts gleich mal an Fabian Nein leider nicht Ne Hier ist nix Sicher Das ist riesig hier Ja Ja aber man kann schon Alles sehen Hier ist noch ne Kiste Gönn dir Ja keine Ahnung War nur ne Idee Man weiß ja nie Ja also alles mal gucken Aber es war einfach so ne Idee Vielleicht ist ja irgendwas miteinander verbunden Oder so weißt du Ja 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 weil also Zum Beispiel das U-Boot War ja auch nicht mehr Auf der YouTuberinsel Natürlich war War jetzt nicht an nem Anderen Land Sondern im Wasser so Vielleicht kann man das noch zur YouTuberinsel zählen Aber sonst Äh Jungs Ihr wisst Ich will nicht rum schnorren Aber Ich fühl mich gerade echt hilflos Ohne Reizsack Und Bogen Und Schwert Und Totem Und Goldäpfel Warum hast du das denn alles nicht Wenn der Alpha Klein jetzt rauskommt Äh rauskommt Wieder ins Spiel reinkommt Nicht dass die mich dann angreifen Aber also Warum hast du die Sachen denn nicht Bro Ich hab nur die Hälfte von meinen Eintests wiederbekommen Ach so Hä Bro Ich hab doch Wie Ich dachte du hast deine Sachen alle wieder Ja ich weiß doch Ich war doch dabei Bro Ich musste mich doch entscheiden Ob du deine Das ist so ekelhaft Äh Gib mir die Wahl Ach das war damit gemeint Ich dachte Information Ach so Bro schaffst du nicht Bro Er hat doch trotzdem noch seine Rüstung Ich muss mal kurz was klären Also er wird dir nicht sterben Das ist so ekelhaft von ihm Ich musste mich entscheiden Ob Sue seine Sachen zurückbekommt Oder ich Ich sag sogar Sue Und dann gibt er Sue Nicht mal seine ganzen Sachen zurück Das ist so widerlich Oh Oh Ups Ich wollte ihn einfach Ich wollte ihn einfach angreifen Auf einmal ich baue Dings ab Boden Er ist schon wieder hier drin Ist der wieder reingekommen oder was? Er ist gerade wieder reingekommen Der ist wieder raus So ekelhaft Bro Ich habe gerade schon gesagt Sue Das ist so dumm Weißt du Ich werde vor die Wahl gestellt Ob du deine Sachen zurückbekommst Oder ich Ich sage du Und du kriegst deine Sachen nicht zurück So hä? Das Ding ist Ich habe halt 5 meine Items wiederbekommen Ja aber du musstest da ja auch was für machen So Das ist nicht so Weißt du Hast du dir das angeguckt Was ich machen musste? Ja bei dem einen war ich ja dabei 20 Minuten oder so Aber ich habe 2 Stunden oder so dafür gebraucht 2 Stunden? Ja ich habe ja alles kürzer cutten lassen Das ganze Video habe ich nicht gesehen Muss ich so viel suchen ey Das war so nervig Oh mein Gott Das hast du sowas verdient ey Junge pisch da was laberst du Pisch da von der Seite Also niemand von euch kann mir einen Totem leihen Doch Willst du einen haben? Brodorce Ich kann Nein ich gebe dir Wo bist du? Nein Ich bin beim Zweiten Dingens Bei der zweiten Plattform Ich habe Dings schon ein paar gegeben Was ist das? Was kann das sein? Ich komme Junge Tobi schreibt in meinen Chat Warte ist das der echte? Ich guck mal kurz Wie kann man sehen dass das der echte ist? Ich weiß nicht Bei mir hat er Der soll er nicht bei uns hier schreiben Der soll hier sich mal melden Und sagen was das alles zu bedeuten hat Komm Ich gehe wieder aus der Gruppe raus Das war der Fake Das war Fake Der echte hat ein anderes Profilbild Wir sind aus der Gruppe by the way Ja ich weiß ich weiß Ich fühle mich jetzt so sicherer ne Bei mir war das Fake Bei mir war das Fake Der echte Tobi hat gerade Dings Also man sieht es an seinem Wenn man auf den Kanal geht An seinem Ad Und auch die Aboanzahl und alles ne Ja ne Also der echte Tobi hat halt Glaube ich aktuell so ein rotes Profilbild auch Also wenn da schon mal drauf achten Also seine Null ist rot bei dem echten Und bei ihm stehen immer so Welches Unheil als nächstes kommt und so In seinem Banner Sollen wir uns mal alle hier hinstellen? Vielleicht taucht er auf wieder Er soll mal mit uns reden Der redet so ungern immer Ja er redet immer so ein bisschen Endlich Gib uns doch mal einen Tipp Wo ist er? Was ist das? Wo ist er? Keine Ahnung Was wolle du endlich gesagt? Wie du hast es stimmen? Er hat gerade mit mir geredet Ich habe ihn nicht gehört Bro Wie macht er das Dass er nur mit mir dann redet? Das macht keinen Sinn Ich verstehe das nicht Wie hat er das programmiert Dass nur ich ihn höre Und ihr dann nicht? Jungs Hm Lukas schreibt mir Er braucht meine Hilfe Ja wo ist er denn? Ich weiß In Keine Ahnung Tobis Haus In diesem Berg Ach das Sollen wir mal hinfliegen? Wie? Alle zu viert Wir wissen dass er wirklich So ein Hass anscheinend hat Gegen Lukas Ja Ja aber Warte Lukas ist ja auch schon da Wo ist Lukas denn? Irgendwo in dem Berg Ich such den mal jetzt Wenn die mitkommen Wart dann kommt Ich weiß wo der ist Der bei Tobis Haus Weißt du wo Tobis Haus ist? Wo ist Tobis Haus? Woher weißt du das? Das hat er gerade gesagt Wer? Ja und wo ist Tobis Haus? Machi Achso Ja hier Lass uns zu seinem Haus fliegen Ja lass mal da hin Folg mir einfach Nö Oh mein Gott Junge Hallo Pass auf hinter dir Hinter dir Hinter dir Hallo Oh mein Gott Junge ganz Armee Warum sind hier so viele Creeperinos? Ja das ist auch Hey Lukas Hey Lukas Was geht ab? Ja wir haben dich Wir haben dich Herst du ein neues Mic oder so? Ja Rhyny Bro das hört man direkt Ich muss mich erstmal leiser machen Du musst mich erstmal leiser machen Was ist mit meiner Rüstung? Sieht sehr cool aus So eine Mischung aus allem oder? Ja ich hatte nichts anderes mehr Danke Das ist so ungewohnt Lukas einfach als normalen Spieler hier zu sehen Ja Bro Das tut aber irgendwie auch weh der Arme Bro er hatte so viel Macht und jetzt ist so Jetzt bist du einer von uns Und einer von uns war keiner wie ein Hund Ja Mir fehlt noch deine Rüstung so ein bisschen Aber wenn ich die habe Dann fühle ich mich auch vollständig dazu Ich mach das später Ich mach das später Habt ihr zufällig Jetzt erstmal mit den anderen? Und ein Schwert vielleicht? Irgendwie so parat oder so? Ja ja komm mit Komm mit Komm hier Achso ja Ender Chess Easy easy Dann geh ich dann Wisst ihr mit was? Ich rumrenne Ich hab alles mögliche Mit elf Ofenkartoffeln Eidem Koppel Alter Und zehn Ne elf Brot Stark Komm mit Komm mit Lukas Lukas Ja bin da Komm wir hier Komm wir hier runter Ich komm hier runter So Kannst dir alles rausnehmen was du willst Lukas töten? Boah Alles Enchanted und so Hab ich seinen Kopf? Charpness wird sein Habt ihr den Hacker gerade auch gehört? Nee der redet einzeln mit uns anscheinend Ich glaub das Eisenschwert ist sogar stärker als Dings Als das Diaschwert Ja das ist Schwerst Weil es Charpness hat Ja Oh nice Wo hast du die Rüstung her? Junge Pischer Ey aus dem End Pischer ist so ein Geier Guckt euch mal an Full Netherite Der braucht trotzdem noch so Was hast du gesagt? Hey gerne doch Gerne doch Das ist eine Entschuldigung Weil du Lukas Ja Hast du diese zwei Plattformen schon gesehen? Nein welche Plattformen? Das haben Leute bei mir schon reingeschrieben Aber ich hab keine Habt ihr zufällig noch was zu essen? Ich hab gerade ehrlich auch gar nichts zu essen Ja komm 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 Ich weiß nicht was das hier ist Bro Wie du weißt nicht was das ist? Das war noch nie da Jungs Was denn was denn was denn was denn Ach du heilige Scheiße Wo sind wir hier reingegangen? Was ist wo wo wo? Bro ich bin mir sicher Das war noch nie da Hä was ist das hier? Warum ist die Full Netherite? Ähm Hä? Du kannst dich bedienen Okay ich kann mich bedienen Bro warum sind die Augen Äh das sieht egelisch aus Wie groß ist das aus? Was ist das? Oh mein Gott Hä? Wo hast du das her? Bro das waren noch die zwei Sachen von mir Von wie heißt er von Pinsky Kannst du auch haben Hä? Okay das ist sehr geil Jungs Er hat sein Gebäude Jungs was ist das hier für ein Block? Jungs 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 Ich hatte hier ein Rätsel Aber ich hab das Rätsel nicht gelöst Vielleicht hat das jemand anderes geschafft Ich war doch letztens hier in diesem Gebäude Und ich konnte nicht mal raus Ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt Wo bist du denn? Und das war vorhin noch nicht da Ich bin mir sicher Irgendeiner hat vielleicht das Rätsel gelöst Vielleicht gibt es hier noch mal Rätsel Keine Ahnung Vielleicht muss man hier noch was machen Damit das Haus noch größer Und sich erweitert Aber Sue denkst du Das hat irgendwas mit dem Unheil zu tun heute? Oder ist das unabhängig davon? Ich glaub unabhängig Bro Fabian Ich bin noch grad mitten in den Dingen Mit den Leuten am reden Weißt du? Ja komm mal mit Jetzt grad ist ein bisschen doof Vielleicht hast du ne Idee Was das sein kann Ja Du hast gar kein Stimmt Deswegen ich kann das gleich machen Aber jetzt grad wo ich mit allem Unterwegs bin Ist das ja nur stören Ich weiß nicht Von hier kann man sogar Die drei sehen Siehst du das? Stimmt Lass uns mal da hingehen Was kann das sein? Ach du hast die noch gar nicht gesehen Nein Das ist safe das Event Aber heute ist Unheil Nummer 3 Hast du keine Elytra? Nee Hab ich leider nicht Kann ich dir gleich eine geben Hey nein Kann ich dir gleich eine geben Jo Pichter Was laberst du Pichter? Du hast von mir auch ne Fullenchantete Glücksspitzhack am Anfang bekommen Nö Hab ich nicht Guck mal er Ihhh Hab ich nicht Guck mal Wie ekelhaft Er leugnet es einfach Bro ich geb ihm was Und er leugnet es Du bist einfach kein Gönner Checkst du das? Ein früherer Admin Gönne ich was? Ey Die rote ist neben der Burg Habt ihr gehört? Du hast wieder Paranoia Wach mal auf Nein Nee aber rot ist ja Rot ist ja neben Dings Okay wir sind angekommen Und blau ist nicht im Mädchenschadt Sondern im Dschungel Drei Ja die steht dann wahrscheinlich Ja die steht dann wahrscheinlich wirklich für das dritte und halb Neben den netten Achso so meinst du das Verstehe Ja und wir haben nicht nur die drei Sondern genau auf der anderen Seite Wenn man hier straight in die Richtung fliegt Im Dschungel Ist auch noch eine Drei Genau so eine Plattform Eins zu eins Was schlägt du denn jetzt? Also es gibt genau zwei Plattformen von denen Genau und beides eine Drei Und hier in der Mitte ist jedes mal ein Zaun Aber hier ist der Rot Und auf der anderen Seite ist das so Dieses Wirrholz Dieses so bläuliche Ja Ja Alles gut Aber was habt ihr schon geguckt was hier drunter ist? Gibt es hier irgendwas drunter? Bro Bro Chill 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 kurz Chill kurz Das Ding ist Das Ding ist Nico hat vorhin Hier ein Stück von abgebaut Und ist direkt gekickt worden Deswegen ich würde Ich würde Ich habe einen Fans bekommen Ja die droppen Die droppen Die droppen Oh mein Gott Pischer wurde gekickt Pischer wurde gekickt Pischer wurde gekickt Er hat zu sehr übertrieben Er hat zu sehr übertrieben Sju 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 Leute was macht ihr hier weiter Bin wieder da Ich wollte gekickt Du wirst doch was passiert Bro du wolltest einmal jetzt oder? Ich will zweimal Oh mein Gott So irgendwie was macht Sju Es war doch klar Bro Ey ich habe das abgebaut Und Sju wurde gekickt Er hat es gar nicht gecheckt Er hat es gar nicht gecheckt Der Atme ist doch nicht so schwer Wie er aussieht Das Ding ist Sju wollte es mit der Hand abbauen Ich dachte so droppt wenigstens der Stein Ah Ey ich wurde schon wieder vom Bogen abgeschossen Hat es doch gecheckt Ja weil ich es gesagt habe Ey darf ich deinen Kopf haben Lukas Nein man Spaß Hey Ey Sju kommt nicht drauf Ach da ach da Ich habe einen weißen Beton Ja Bro du wolltest es mit der Hand abbauen Ich habe es wenigstens mit Pickaxe abgebaut Guten Morgen Hä Guten Morgen Oh mein Gott Zetastic Ist das echte Netherite Rüstung oder Fake Ich zeig euch jetzt den Hacker Das ist echte Ich habe auch viele Barriere Ich habe über einen hinter euchs Block Und kick euch nur Und sag euch nichts Was ist das hier? Du bist gekickt Weil du was abbaust Ich bin richtig krass Ich bin der Hacker Zetastic Bauen wir den Block hier ab Den hier? Ja Oh Oh mein Gott Was ist passiert? Der wurde auch getötet Aber was hat er gemacht? Er hat die nachgemacht Er hat die nachgemeiligt Jungs geht mal nicht daran Geht mal nicht daran Nee nee Tape nicht Was hat er gesagt? Was hat Tobi für ein Schwert gehabt? Attack Damage Bro Vernichtung Oh mein Gott Stimmt 136 einfach Attack Damage Und Harvest Level 4 Jungs ich habe gerade nicht gecheckt Was hat er gemacht? Jungs geht mal weg jetzt von dem Kopf Warum? Was hat er gemacht? Hat er ihn provoziert? Ja er hat die ganze Zeit gesagt Ich bin Tobi Er hat sie ihm so nachgeäfft Weißt du? Er hat nicht nachgeäfft Sonst würde ich auch noch Nobi nicht böse nehmen Er hat gesagt so Tobi Naja so Aber Spaß mal Spaß beiseite Wie können wir so einen Gegner aufhalten? Wie geht das? Bro wer hat was rausgenommen? Jetzt mal ernsthaft Ich habe nichts rausgenommen Also Oder? Ne ich habe nichts Ja ehrenlos Jungs ist das jetzt euer Ernst? Also Ich habe Hä? Wer hat da jetzt gerade was rausgenommen? Ich guck doch Guck doch Also ich habe Ich wollte gerade sagen Rose ist hässlich Du bist da noch so dreimal drangegangen Bro Das ist doch nicht cool Hör doch auf Du hast doch gerade gesagt Bogen Es passiert immer das was er will Er will ja dass wir uns wieder bekriegen Ich verstehe nicht Eigentlich einfach Einfach den Kopf nicht anfassen So ich habe gesehen Wie du noch dreimal den Kopf angefasst hast Als alle weggegangen sind Ja ich habe nur reingeguckt Sieh zu sie testen Machen wir nicht Ja und auf einmal hast du einen Bogen im Winter Leute sag euch ehrlich Der will das Er bekommt halt das wirklich ne Ähm was er möchte bekommt er Was habe ich verpasst Bitte Du hast erstmal verpasst Dass man nichts spammen sollte Leute 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 Das hast du glaube ich verpasst Ich war das nichts War der böse Admin Du bist ein böser Admin Du bist ein Wie ich bin ein böser Admin Ja wir haben Wir haben genau Wir haben die Plattform gefunden Nee Geht ihr doch mein Aussehen Jetzt würdest du es vielleicht wieder schaffen Weil ich keine items bei mir habe Geht ihr doch mein Aussehen oder was Ey ey weißt du was Aber ich beschwöre Itachi Mein Pokémon Greif ihn an Leute Fatima hat mal ein Schwert von euch Ich habe das nicht Jungs hat das Schwert Ja ich hab's auch Ja Bro Ja Ich hab nicht geklaut Ich hab nicht geklaut Warte 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 Eine Sache kurz Eine Sache kurz Eine Sache kurz Es kann sein Dass er das in seinen Dings Zeltestik bist du am Stream Jaja ich hab Okay dann können wir später ja eh gucken Deswegen Es kann nämlich sein Dass er die Sachen ins Inventar gelegt hat So wie immer diese Notizen bei Tridern und sowas Also Wir sollten keine vorherliegen Schlüsse ziehen Ganz kurz Das kann sein Habt ihr dieses Banner gerade gelegt Ja ich hab dieses Banner gerade gesehen Was für ein Banner Da hat jemand aufgestellt Was für ein Banner Da war gerade dieses Banner mit der Null Wo denn Ja auf diesem Ding Ich dachte es war einer von euch Bin ich dumm Das hab ich nicht gesehen Ich hab's auch nicht gesehen Sue Und auf der anderen Seite Und auf der anderen Seite Jungs Da ist noch genau sowas reiches oder was Ja Hallo habt ihr es gerade nicht gehört Was denn Ne Der böse Edmund hat glaube ich gerade geredet Ne Ja der kann mit Einzelnen von uns reden Der hat vor allem mit Sue geredet So kommt hier Lasst euch nicht von ihm beeinflussen Egal was er sagt Warte ich hab ihn nicht verstanden Warte ich hab ihn nicht verstanden Wird der Edmund Der hol ich mich Ja ist gut so ist gut so Hör nicht Nein Oh mein Gott Z-Tastic Ich weiß nicht Ich will den bösen Edmund bekämpfen Warte mal habt ihr ihn gerade gehört Ich hab keine Angst vor ihm Nein Ich hab ihn gehört Ey ich hab keine Angst vor dem Oh mein Gott Ich will nicht klatschen Boah der ist in unserem Kopf Der ist in unserem Kopf Leute Hör dich Der ist überall Er hat keine Hobbys Er ist überall Er hat keine Hobbys Er ist 247 hier drauf Ja ich muss das mal Da ist das Das ist crazy Jungs Jungs Hör mal zu Lukas Komm mal kurz mit Achso Ey Sue Hör mal zu Lukas Was passiert denn Nico Lukas Sorry ich war gerade gemütet Hast du was gesagt Lukas Komm mal kurz mit Komm mit Hä Ich sag dreimal komm mit Du willst mich entführen Bro ich sag dreimal komm mal kurz mit Und du Dann so Ah Reini Komm mal kurz mit Alles Gute Guck mal hier rein Oh danke für die einen Euro Bro Ich küsse dein Herz Gönn dir einen Lytren Ich glaube ich glaube mir Ja ja ich glaube mir Ja gönn dir einen Du hast nicht zufällig noch Oh Schaufel Du hast nicht zufällig noch Raketen Äh doch 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 Ich kenne noch welche Und zufällig nicht Zucker Dass wir so einmal kurz Zur Creeper Farm gehen können Sodass ich einmal mir vielleicht Äh Vielleicht Mal zu kurz Hast du die Verzauberung dafür zufällig Welche Verzauberung Ne das leider nicht Bro Das leider nicht Ich frag mal in die Runde Oder warte ich guck mal kurz Warte kurz Ich guck mal kurz Vielleicht in der Kiste Da sind noch Verzauberungen drin Tridan ist da Huschen Ne huschen leider Oh mein Gott Ich kann Ich kann mich mit Tridan Seit dem Ein Live Event Und davor nicht anfreunden Der hat mich die ganze Zeit beschuldigt Ne ich weiß Ich weiß Ich weiß Warte Sitashi hast du vielleicht Äh Verzauberung Also ich bräuchte einmal Äh Unbreak und einmal Mending Also Haltbarkeit Und ähm Ich hab leider nur Huschen Bro Ne Bro Tatsächlich nicht Oh mein Gott Jungs 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 Wisst ihr was Flunky Gerade geschrieben hat Also vielen vielen Dank Erstmal für die 2 Euro Aber es soll eigentlich Halb der Flag sein Tzu hat auch eine Wie du Was denn Was auch eine Was auch eine Was hat Tzu Was denn auch eine Ich hab keine Ahnung Das war die Nachricht Was auch eine Flunky Schreib das gerne einmal rein Boah Ey ich brauch gar keine Dias Vielen vielen Dank Aber hast du zufällig Raketen oder die verzauberten Bücher Ich hab Raketen Ich hab Raketen Raketen oder die Du kannst ja auch Netherite rausnehmen Wie du willst Boah gar kein Schuss Was geht's hier ab Tridern geh weg Tridern Hä Bro wie siehst du aus Hast du es nicht mitbekommen Nimm mal bitte deinen Helm ab kurz Ich will Ich will deine Haare sehen Deine Haarpracht Deine Haare Ja Ich seh doch Ich seh doch ganz normal aus Bro du bist Du hast ein rotes Oberteil Und schwarze Haare Du hast braune Haare Das weiß ich auch Braun blond Bro Ertörner Hä Bro Woher machst du die Du willst mich jetzt angreifen Mit deiner Eisenrüstung Bro Bro Beruhig dich Lukas Beruhig dich Lukas Willst du wirklich mich angreifen Ey Ich Bro Was ist passiert Ich weiß schon dass ich die Kraft der Finsternis nutzen kann jetzt Was für die Kraft der Finsternis Kommt mal zu diesem neuen Haus Ey Was ist das Was ist ein neues Haus Was ist das neue Haus Unten bei der 3 Das ist Nikros Haus Ja was ist da denn Da ist der Bro hä Wir sind eingesperrt Wir sind eingesperrt Das hat er zu mir gesagt Das war sein Zeichen an mich Was hat er denn gesagt Zetestik Ich glaube er meinte irgendwas mit Mauer oder sowas Ich habe ihn nicht so ganz verstanden Mauer Mauer Warte mal Er hat das jetzt gerade gemacht Ey Warte mal Warte mal Bro Wie weit geht die Ich fliege einmal entlang über das Wasser Pass auf Stu Wie wie weit geht die Die geht unendlich Ich würde das auch gerne abchecken Ich würde das auch sehen Ich mache eine Gruppe wenn ihr wollt Kommt rein Was ist das Bro das ist World Border Das kann man auf dem Server einstellen Da kommt man nicht raus Wenn du außerhalb bist Wenn jetzt sich Leute einloggen Die außerhalb sind Sind die Insten tot Die sind direkt tot Wie hoch geht das Ja unendlich Bro Man kommt da nicht raus Man kann da nicht rüber Das reicht nicht mal bis Unheil Nummer 5 Leute ich fliege die ganze Zeit nach oben Bro man kommt da nicht rüber Man kommt da nicht rüber Das heißt wir sind jetzt eingesperrt oder was Ja wir sind eingesperrt Ja also ich komme gar nicht mehr raus Also ich bin komplett herum geflogen Das Ding ist wie gesagt Wenn irgendjemand Stimmt also oben kann man auch nicht lang oder wie Ne Wenn irgendjemand jetzt außerhalb ist Ist der instant tot Leute ne Der kommt nicht mehr rein Alle Items weg Die Wasserkrieger Base ist aber noch da drinnen Ich hoffe niemand ist außerhalb ne Also Yami und so dürfen sich auf jeden Fall nicht einloggen Also Yami sollte echt jetzt nicht reinkommen besser Ey was geht Luke Warte Seht ihr gerade Tridan seinen Kopf hier Ja Bro der hat Hörner einfach bekommen Er hat rote Haare und Gehörner bekommen Schwarzhaare Schwarzhaare Entschuldigung Du Nasiger du Ey Oh Gott Hallo Er sagt einfach du Nasiger Du Nasiger du Bro Tobi ist wieder hier drin mit uns Tobi ist wieder mit uns Das ist offiziell die richtige YouTuber Insel Natürlich Was denn sonst Tobi ist wirklich hier mit in der Gruppe Ja Tobi ist Der kommt hier mal rein Du kannst deinem Freund mal was sagen Alles deine Schuld Lukas Ist das Ist er wirklich Tobi oder ist das Versuch mal zu ihm zu reden Die Kramunze von Armee ist jetzt nicht mit drin Das meine ich Das letzte Unheil auch nicht Der Boss ist auch nicht mit drin Ja Vielleicht gibt es trotzdem irgendwie so ne Lücke oder so Lukas sag mal dein Kumpel was Ja was soll ich ihm denn sagen Ich hab schon mit ihm Ich hab versucht ihn die ganze Zeit zu erreichen Alles Ja aber jetzt Jetzt ist er ja hier Hä Ja ok Tobi Ganz ehrlich Ich bin jetzt einmal rundherum flogen Bro du denkst auch Dass er jetzt einfach Slash Ja was soll ich denn mit ihm reden Sag mir doch was ich mit ihm reden soll Ja Tridan du bist auch gefühlt auf seiner Seite oder so Aber irgendwie Sprich über die gemeinsame Zeit oder so Die er hatte Ich bin nur realistisch Du weißt bereits welche Entscheidung du treffen musst Ich bin seit 8.30 Uhr live glaube ich Es gibt was ich kann euch zeigen Verpasst hast du Die Leute haben geschrieben Hier gibt es ein 3 Hier gibt es ein 3 Und wenn man diesen Zaun hier abbaut Dann wird man gekickt Und auf der anderen Seite Was für eine rote Wolle Da bin ich dumm gewesen Was für eine rote Wolle Ich hab voll viel Müll gehabt vorhin Ja Das haben die Leute gerade bei mir die ganze Zeit in den Chat gespammt Rote Wolle Aber was war da denn Und hier ist eine 3 Und wir haben eine World Border Wir kommen nicht raus Vielleicht hat er auch irgendwie dir ein geiles Item oder sowas gegeben Das so hieß oder so Aber die Leute könnten auch recht haben Das macht ja vielleicht Sinn Aber was stand denn Was stand denn Wenn rote Wolle Stand da was drauf Oder hieß es rote Wolle Ich weiß es nicht Das haben die Leute gerade reingeschrieben Ich kann nochmal nachfragen Ja aber eine rote Wolle sagt ja jetzt im ersten Moment nix Ey wir kommen ja nicht mal zur Creeper Farm Leute Oh mein Gott Das wurde bei mir gerade im Chat geschrieben Das heißt wenn wir uns jetzt angreifen Und wir nichts mehr reparieren können Dann war es das Doch alles gut Es gibt noch geheime Sachen Ich hab ein paar XP Bottles Aber was machen die anderen XP Bottles hab ich auch noch zum Glück Ich nicht Ihr habt die XP Bottles bekommen Ey Jungs Jetzt sind zwei Punkte um Köpfe zusammen Wie Köpfe sammeln Wie Köpfe sammeln Wie Köpfe sammeln Wie Köpfe sammeln Wie Köpfe Wow du hast nicht mal Ausrüstung Komm herz you Bring die Leute doch nicht auf Ideen Ey Dave warum hast du denn Was passiert Nachrichten zurückgezählt Von wem Von Tobi Von Tobi wird Von Tobi wird Tobi Red Flag Red Flag hieß die Wolle Ja ja Ich schreibe grad bei mir alle Red Flag stand da drauf Auf der Wolle Oh mein Gott Siu ist ne Red Flag 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 Hallo Ey schaut oben links der Skin Das ist wirklich hier Ey Titachi Das ist nicht drinnen Das ist nicht drinnen Was oben links der Skin Ich geh wieder aus der Gruppe raus Was für ein Skin Tobi Ach Leute Leute Die Zombie Farm ist auch nicht mehr drinnen In der Border Mikro Ja Hier lass ich das Haus so zu Ende bauen Weil wir brauchen echt mal einen Unterschlupf Ja komm Ein Schlüpfchen Hä Hä Das ist krank Das ist krank Das ist krank Das ist krank Aber alles gut Schau dich mal an Du siehst aus Was hast du gesagt Was hast du gesagt Was hast du gesagt Hä 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 Wie ein Lied Ich höre das mal an Er ist ein Goofi Du hast zwei Mörner Du siehst aus Wenn ihr wollt Miau Wir könnten hier so einen Sechsigen Eins machen Jungs Die hätte keine Chance Das wüsste schon ne Komm los Ja mach ich komm Komm wir machen Du kannst gar nicht reden Pischter So ob du hier schon gestorben bist Woah Mach ihn lauter Ja Das ist crazy Wer ist lauter Bro du bist übel laut geworden Tobi red man Ah sorry Luca Ich bin laut geworden Ja warte Er hat mich grad tp zu sich Aber sobald ich mit ihm reden wollte Hat er mich wieder weg tp Und er meinte Ja ich versuch ja Perfekt Was versuchst du Sorry Ich versuch anscheinend gar nicht mit ihm zu reden Meinte er Hä Er ist so komisch Ich wollt grad mit ihm reden Er tp mich wieder weg Und dann meinte er aber Ich versuch nicht mit ihm zu reden Und das ist ja alles meine Schuld Bro Perfekt Tobi Vielen vielen Dank Danke für die Doppelmoral an dieser Stelle Capture the Flag mäßig meinst du Vielleicht hat er irgendwas gemacht Mit dem Schwert Mit dem Schwert Mit dem Schwert Er hat den Nikro hat den die ganze Zeit Tobi die ganze Zeit provoziert Ja Komm mal Ich hab ne Frage Bro Fabian später Was ist wenn wir in den Nether reingehen Und dann? Geht das? Oh du meinst wegen der World Border Geht das oder sind wir dann auch tot? Bro Gut dann gucken wir mal Ich weiß also wenn wir außerhalb rauskommen sind wir tot Ja dann macht's gar keinen Sinn Bro ich mach das ich mach das Ich leg meine Sachen weg und mach das Ich teste Sicher Bro Ja? Nix Du Nasiger Aber bei welchem? Zu welchem Portal sollen wir denn gehen? Das ist ne gute Frage Das ist ne gute Frage Hier links vielleicht direkt zum Schwert Ja okay Bro ich sag Ich sag dir soweit ich mich mit Dings auskenne Mit dem World Border ist die World Border im Nether nicht Das Problem ist ich weiß nicht wo soll ich meine Sachen hin tun Ich hab keinen Bock Dass Pischer hier in der Nähe ist dabei Weißt du? Mach ne Kiste Ich guck mir die Kiste an Ja okay okay Und werd drauf aufpassen Hat jemand Holz von euch? Ne Siehst du aus als ob ich Holz hab Hier ist Holz Bro ich baue das auf Achso Warte ich hol mal kurz Holz eine Sekunde Wir gehen einfach hier bei so einem Baum der nicht ganz weg ist Wo ist hier was drin? So So jetzt haben wir Ich geh jetzt nicht schneller Wo war er? Wo war er? Ich hab mich voll erschrocken gerade Wo ist er? Wo war er? Wo war er? Ach Scheiße Ja er weiß dass du Selfies von unserem Plan Bescheid Hey schaut nach ganz oben Oh mein Gott Das ist so gruselig ne? Das ist so eklig Der Typ ist so gruselig Überleg mal Überleg mal Der hat nichts besseres zu tun Jungs Jungs Guckt in die Kiste bitte Guckt bitte in die Kiste damit Pischer nicht klaut Ey Ey Ja So Okay ich geh rein Fischer Fischer Hast du die Raketen geklaut? Nein Fischer Ich glaub mal ob ich hier was seh F5 Ich seh nix ne? Okay ich geh mal Ich geh mal wieder zurück Gucken wo ich rauskomme Hallo? Dumm Cop Hallo Rhyny Hallo Rhyny Ey Jungs Ich hab ihn one shot gemacht Erst gehört er tut sie wieder rein Fisch da tut sie es rein Ja Ja hier Hier Und noch etwas hast du geklaut Nein ich schwöre noch Raketen Seien noch Raketen Rhyny Das musst du ihm gut Wenn euch diese paar Monster schon Schwierigkeiten bereiten würde ich nicht wissen wie ihr euch später anstellen werdet Ach du Scheiße Jungen Das war wieder ein Tipp Also es wird ein Kampf sein Wir kämpfen gegen Monster oder was? Ich hab keinen Schwert man Bestimmt ist wieder ein Boss oder sowas Vielleicht spawnt irgendwie so Vielleicht spawnen da so ein Monster Ja irgendwie Oder irgendwie ein Bot oder sowas Äh Boss wieder Ich will Sue gerne Ja aber warum gibt's dann zwei Plattformen? Sei mal ruhig Wenn du sie Monster nennen möchtest Vielleicht so Tower Defense So wie du sagtest Die dürfen nicht von der einen auf die andere Seite Was denkst du was wir sind? Wir sind doch nicht in den App-Games oder so Ich weiß nicht wer du bist Junge Ja Digga du Nasiger ne Du Nasiger Erkennt euren Plan er hört euch zu ich weiß Sorry dass ich beim letzten Stream nicht dabei war Das hab ich schon gesehen Bro alles gut Ich glaub 24 Stunden Nur für einen Tag Ich glaub er ist ja schon raus Ich glaub er ist ja schon raus Stimmt das Äh das stimmt auch Äh Warte Ich will jetzt von dir ein Statement hören Okay hör mal zu Wenn der größte Noob ich wäre Hätte ich nicht Finski geschlagen Zweimal Ja Aber Finski Ah Finski ist jetzt weg Ah Finski ist jetzt weg Hätte ich nicht Kianus fünfmal getötet Was Ja Er hat Kianus getötet Wie Er hat Kianus getötet Er hat Kianus getötet Ja dafür hat sie seine Strafe schon bekommen Ja Und dafür Im fairen 1 gegen 1 hast du Kianus getötet Und guck mal wenn ich der größte Noob wäre ne Dann hätte ich meine Rüstung nicht von dem Boden Oh die waren Hä Das war Glück Nein Die wurden einfach rand Oh ist das schlecht Bro Bro Stu kann dich one shotten Tobi Tobi eine Frage Wer hat das am meisten verdient ne Ich Ja Hä Bro er war er hatte Glück Er hat nicht mal gecheckt dass da noch ein Schwert ist Was Leute one shotten kann So das ist so Das sagt gar nichts auszusagen Bro denk der ist der Außerwählte oder so Ja Bro Ge Lotto spielen Bin ich auch Ich bin der Außerwählte Ich bin der Außerwählte Titachi du bist einfach nur ein Fake Titachi Äh Itachi Fisch da minus Eine Million IQ Ja Fake Itachi Oder 10 Millionen Fisch da wird safe von Tobi heute gekillt Gesundheit dankeschön Hä Hä Lüge mal nicht Ich mach das auch Lass dir mal packen ziehen Komm Hihihi Wer will fliegt Jega So sein nachdem man hundertmal schon gestorben ist Ich check das nicht Bro Er ist jede fünf Sekunden tot Und tut's als wäre er der krasseste Gibt ihm Krit Gibt ihm Krit Gibt ihm Krit Kleiner Spaß Leute Kleiner Spaß Ja ja kleiner Spaß Oh Kleiner Spaß Kleiner Spaß Kleiner Spaß Pisch da Kleiner Spaß 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 Pisch da Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Pisch da provoziert mir zu viel Pisch da ist nur am provozieren Bro Er sollt euch nicht rumholen wenn er stirbt Sag ich ehrlich Ist seine eigene Schulter Ich verbrenne seine Rüstung Ich verbrenne seine Rüstung Nein ich will die Bro man kann die nicht verbrennen Das ist Netherite Ich muss ein Kaktus werfen Ja Mach es nicht Beruhig dich Beruhig dich Beruhig dich Beruhig dich Oh Ich stell mal kurz was um Tastenbelegung Habt ihr's gerade gehört? Nee Was denn? Was denn? Die Nuller hat zu mir geredet Hä? Was hast du gesagt? Hallo Hallo Ja was hast du gesagt? Ich soll auf mein Chat hören Ich soll auf mein Chat hören Was sagt dein Chat? Das was der Chat sagt soll ich tun Bro Er sagt nicht soll ihn töten Was? Okay dann geh Ich weiß dass du ein krasses Schwerter hast Ich hab dir eine letzte Chance Sag eine Entschuldigung Und sag dass die Finsternis gut ist Die Finsternis ist gut Es tut mir leid Was? Na? Hä? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Ich will nicht sterben Wolltest du mir leid Ja die Finsternis ist gut Ja Bro weil du ihm das befohlen hast Hä? Aber er ist wie ein Hund an meiner Leine Ja aber warum soll er denn sowas sagen? Sag doch irgendwie Bizeps Brüder oder so Nein Das ist cooler Oh ich weiß ja nicht ne Ich weiß ja nicht Also du warst immer noch der Pareta Sei mal also Du musst dich auch noch benehmen Tristan Tristan ist mir zu effektiv unterwegs Ja mir auch Tristan 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 wenn ich will Du bist in zwei Sekunden weg vom Fenster Also rede Boah Guck mal Digga Warum so sauer? Komm Schlag mich komm Ich gebe den ersten Hit for free Den ersten Hit gebe ich dir for free Ja guck mal Darfst du das essen eigentlich? Was? Ja Hä? Das rinnt Das rinnt Bro Warte soll ich die Haus zerstören? Okay Nein Bro Aber ne von Tobi Ich will nicht gewandt werden Nochmal bitte Bro Ich habe einmal sein Haus angefasst Oh mein Gott Hey Sue Hast du TNT? Ja Mh Mh Bestimmt in irgendeiner Kiste Aber ich habe es noch nie benutzt Ich will Tobis Haus zerstören Bro und dann? Ja viel Spaß Bro Viel Spaß beim Bahn Ich bin nochmal zu deinem Haus Oh 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 ok nein 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 Ich lasse es lieber Ich lasse es lieber Ich lasse es lieber Ich lasse es lieber Fischter willst sterben? Oh kein TNT Ich lasse es lieber Ja lass es lieber Ja ja ich lasse es lieber Ich habe Angst Warum was passiert? Hat der was gesagt? Ja ein bisschen ja Ich frage mich warum das hier Was ist das denn? Guck mal diese Stelle gab es nicht Und hier war ein Hebel Ich bin mir sicher Hier war ein Hebel Bro ich glaube Ich glaube Äh Citastic hat Dings abgebaut ne? Das äh Die Drei Auch war? Weil er hat gerade Weindes Obsidian bekommen Er hat die Drei abgebaut Geht das nicht? Kann man das abbauen? Nein kann man nicht Schau mit der FI5 raus Bro ich weiß auch nicht was ist das? Ich habe keine Ahnung aber vielleicht geht es hier weiter Ich habe nie diesen Blog gesehen Bro ich glaube das ist ein Admin Blog Irgendwie so zum Platzieren von Sachen Vielleicht ist das eine Blockade für irgendetwas anderes Was? Hä? Bro ist das direkt da? Ja Habt ihr nicht gesehen? Nöööö fryentychen fazla Was ist das hier? Ey was ist das hier Bro keine Ahnung Was ist das für ein Blog der hab ich noch nie gesehen Ich auch Ich glaube das ist irgendein Admin Blog Komm Abi mach mal auf ich will hier rein Ich will hier rein wie du Ich will hier rein Ey das hab ich wirklich eigentlich noch nie gesehen wie krass sieht das aus Ich habe hier irgendwie das Gefühl dass es eine Blockade ist für irgendetwas anderes Ja, dass man hier irgendwann weiter kann. Irgendwie können wir es freischalten. Einer von euch weiß bereits, was sich dahinter befindet. Einer von uns weiß es? Wer? Luke? Reini? Nein, Reini, Reini weiß es. Reini hat uns einmal verraten. Jetzt mal Realtalk. Wenn ihr das wisst, dann sagt das bitte. Hört mal auf, wenn man mich mit diesen ganzen Geheimnissen... Tridan? Ne, Reini hat uns einmal verraten. Er wird es nochmal tun. Er wird es nochmal tun. Tridan? Was ist dahinter? Tridan, weißt du, was dahinter ist? Ich weiß tatsächlich wirklich nicht, was dahinter ist. Ja, hätte ich auch gesagt. Wenn, dann ist es Lukas. Wie soll ich das wissen? Das Ding hat nicht mehr existiert, als ich noch Admin war. Ich hatte, ich hatte, ja wahrscheinlich, oder? Ja, habt ihr das da vorgesehen? Als ob ihr das alle übersehen hättet, wenn das hier wäre. Habt ihr eine Enderperle? Außenrum? Ne. Jungs, was ist, wenn man sich außenrum baut einfach? Ich glaube, das geht nicht, oder? Also, ich bin auf jeden Fall nicht derjenige. Kann man sich da durchgelitschen, oder was? Mach mal, schmeiß mal. Ich sterbe dann oder so. Also, ich... Wie viele Enderperle hast du? Ich hab drei. Mach das nicht, der wird euch bannen, oder kicken, oder irgendwas mit euch machen. Also, von außen kann man sich auch nicht reinbauen. Da ist auch, äh, Dings. Rhyni, wo bist du? Ich wollte mich reinbauen. Du bist ja ein ganz schlauer Rhyni. Aber, ey, was sind das überhaupt für Blöcke? Äh, das ist... Das unten sind, das sind so Admin-Blöcke, oder nicht? So, weißt du, so, um Sachen zu platzieren. Äh, Leute, schreib mal bitte einmal, was das für Blöcke sind. Also, warte, Lukas, du als Ex-Admin weißt auch nicht, was das ist. Doch, okay, ich weiß, was das ist. Nur, mit dem Shader sieht das ein bisschen anders aus. Das sind Konstruktionsblöcke. Ja, das meine ich. Eigentlich, um, äh, um, äh, Sachen zu bauen. Aber die werden auch nicht so häufig benutzt, tatsächlich. Hier, Leute, ich hab hier ein bisschen nichts gemacht von uns. Okay, mit Shader sieht es echt anders aus. Hä? Warte, ich mach mal ohne Shader? Ja, die sehen da voll schlicht aus und so. Ja, da, da, hier, so kommen die mir auch bekannt. Aber mit Shader sehen die aus wie irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein mysteriöser Block, so. Ja, ja, wie Augen, stimmt. So Enderperlen, nur in lila. Ich hab keinen Enderperlen. Hat jemand eine Enderperle? Vielleicht kann man sich durchglitschen. Ja, okay dann. Aber das Ding ist... Dann zurückzukommen, nee, 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 lieber nicht. Tridan, was machst du da? Er will uns einsperren. Oh, Tridan. Hast du mich zugeba... Das Ding ist, oh mein Gott, ich könnt mich echt damit so richtig trappen, weil ich keine Items hab. Boah. Geil. Ich hab gerade rüchst'n Jumpscare bekommen. Ja, das war krank. Komm los, du. Ich bin einfach im Gefängnis. Ey, lass doch. Ich lock mich einfach aus. Nein, Spaß, Ju, komm. Nee, du bleibst hier. Warum schreibst du Tastik jetzt? Alles hier. Aber eine Nachricht. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist los? Wo, wo, wo? Was ist das für'n Geräusch? Wo? Es klingt schief. Leute, das war keine Musik- oder-Town-Effekt von meinem Town-Effekt. Was war das? Was war das? Oh. Ey. Hä? Ey, Jungs, die Tastik hat eine Nachricht vom bösen Admin. Das schreibt der. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er war... Warte, der... Unten bei Nikros Haus müsste er sein. Nein. Da, wo wir waren, als wir die Border entdeckt haben. Lass da mal hingehen. Also ehrlich, hab ich grad übelst ab erschrocken, ne? Also, das war jetzt... Kommt diesen neuen Unheil bei der Mädchen statt. Jungs, abwarten. Ich hab ne Nachricht. Was für ne Nachricht? Gib sie mir Spaß. Sag... Was steht da? Also, da steht drauf, kämpft ihr gegen Monster? Diese Frage müsst ihr euch selbst beantworten. Das heißt, wir könnten vielleicht gegen Monster oder irgendwas kämpfen im Unheil. Ja, vielleicht wieder ein Boss. Warte, komm her. Ja? Rhyny ist das Monster. Ja, aber warum gibt es zwei Plattformen? Ich verstehe, aber ich hab das nicht gehört. Junge, pischt da, Mann. Junge, man sieht dich. Kämpft ihr gegen Monster? Diese Frage müsst ihr euch selbst beantworten. Habt ihr das gehört? Nee. Habt ihr nie gesprochen? Was war das Geräusch? Aber habt ihr auch das Geräusch gehört? Ja, ja. Ich hab das Geräusch auch gehört. Das war so übertrieben laut. Riesenritter wieder. Bro, hör doch auf, die Sachen abzubauen. Junge, Z-Tastic baut die ganze Zeit die Sachen ab. Keine Ahnung. Wir gucken, ob ich es gemacht. Leute, ich geh kurz mir was zu trinken und ich bin gleich wieder da. Hä, aber Z-Tastic wird nicht gekickt, wenn er die Sachen abbaut. Das ist ja das Problem, deswegen baut er die ganze Zeit ab, ich verstehe das nicht. Die Frage ist, Riny, warum hat Z-Tastic die Nachricht bekommen? Jeder hätte die bekommen können, aber er hat die bekommen. Genau, und ich kann es zufällig nicht abbauen. Ich bin ja, also ich kann das abbauen. Was meinte er zu dir? Unwissendheit. Also, genau, weil er unwissend ist, es scheint eine Waffe. Er meinte zu uns, unwissend ist, wird anscheinend auch eine Waffe sein. Und jetzt, wenn ich abbau, werde ich nicht gekickt. Und ich hab ne Nachricht gekriegt. Okay. Er hat die Nachricht bekommen. Ich weiß ja nicht. Sehr suspekt, Z-Tastic. Das ist ein bisschen faul. Also, bei mir passiert halt nichts. Gut, das ist nicht mehr. Ich dachte, das ist auch schön, was passiert. Hallo, Riny? Warum, ich kann meine Elytra nicht reparieren, das ist ein bisschen doof. Hast du noch XP-Flaschen, Pa? Ja, hab ich. Also, ich müsste nur die Elytra... Achso, soll ich die platzieren nehmen? Ja, warte, warte, da hinten ist einer. Ja, okay. Oder platzier die einfach hier. Ja, mein Grit. Achso, warte. Vielleicht wird der Admin riesig. Oh mein Gott. Hier. Bro, aber sowas hört sich eher nach dem letzten Unheil an, oder? Weiß man nicht, ne? Hier, reicht ihr da? Dankeschön. Ja, safe, safe. Danke dir. Ja, ist wieder voll. Sehr geil. Du bist bei der Seite der Mädchenstadt, weil du hattest eine rote Wolle. Ja, ist bei der Buur. Kirm ist da. Meinst du? Shit. Wo ist Kirm? Die Leute haben geschrieben, ich soll zum Alpha Tower kommen. Ich habe eine Vermutung. Die Leute bei mir haben geschrieben, bei den beiden zwei Flächen, da ist einmal so ein Türkiser, also sie haben verschiedene farbige Zäune. Habt ihr das schon gemerkt? Ja, haben wir gesagt, ja. Und die Leute schreiben, das soll vielleicht für zwei Teams stehen. Also habe ich ja eben schon gesagt. Aber die denken, das könnte für blau und rot stehen. Ja, das hatten wir auch schon. Vielleicht kann das gleich sein, dass irgendwie, keine Ahnung, gut gegen böse kämpft. Aber wer ist gut und wer ist böse und wer entscheidet das? Du bist böse, Lukas, wegen dir ist alles hier passiert. Ja, aber das Ding, guck mal, jeder von sich gibt ja eigentlich immer zu, dass er gut ist. Also für mich zum Beispiel. Hi. Kian, hast du schon gesehen, was wir hier auf der Insel bekommen haben? Boah, ist eine geile Wisse. Sollen wir mir das zeigen, Leute? Können wir kurz darüber reden, dass ich meine Sachen wieder habe, Leute? Hey, geil. Hey, püsch da, du Nervensegel, ey. Ey, was weißt du? Kian, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Okay. Leute, ich bin gespannt. Ja, das Ding. What the fuck? Unheil Nummer 3. Unheil Nummer 3. Und diesmal war das schon die ganze Zeit da. Das heißt, das ist safe über Nacht oder so passiert. Habt ihr irgendwie ein Buch oder irgendeinen Hinweis? Also weiß man schon irgendwas? Also, Citastic hatte was. Also, Citastic hatte was und wir haben, ähm, vorhin ich und Citastic haben den Admin gefragt, ob er uns sagen kann, was heute passiert. So, und er hat einfach nur Konflikt geschrieben. Ja, Konflikt. Ja. Also, das letzte Mal hatten wir Verrat, diesmal Konflikt. Was meint ihr, könnte das sein? Das Ding ist, guck mal, wir sind jetzt, wir haben diese Fläche, ne? Wenn man jetzt straight dahin fliegt, in die Richtung, zum Dschungel, dann ist da auch nochmal genau diese Fläche. Nur, der einzige Unterschied ist, dass dieser Zaun hier blau ist. Vielleicht sind das zwei, warte mal, du hast gesagt Konflikt, richtig? Mhm. Ja, genau. Sollen wir mal kurz rüberfliegen? Irgendeinen Zusammenhang müssen die haben, ja, 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 lass mal rüber. Ja, also wir sind jetzt gerade mit zwei Teams und sowas, solche Sachen haben wir alle. Ich weiß, das weiß jeder, dass er dieses Schwert hat. Boah, was ein schönes Schloss, als er hält sich. Geht. So eklig. Ja, ich sag gleich mit der Border. Stark, Bro, aber, aber, ey, aber Tashi, war cool dafür, ja? War wenigstens cool. Das wollte ich dir nur sagen. Leute, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ja? Was geht, was geht? Guten Tag. Du bist der Einzige, der mir irgendwie helfen möchte, von allen, das ist krass. Hier ist ein Zaun. Das will ich nur kurz gesagt haben. Hier ist ein Zaun. Guck mal, ich will euch zeigen, was passiert, wenn ich das abbaue. Was? Leute, hörst du zu? Wie wurde vorhin gesagt, man darf das nicht. Hä? Das ist ein Blauen, guck mal, wie, wie, ja, Bro, so weit sind wir auch schon, so weit sind wir auch schon. Aber wie wahrscheinlich sind wir, dass wir einen Blauen Zaun haben? Alter, gibt uns keinen Gewitterschlag mehr. Geil, und dann gibt es eine Zaunfarm. Da, ey, eine Farm. Digga, das ist meine Farm, geh mal weg. Willst du? Hä? Wo kam der denn her? Wo kommst du denn her? Bro, jetzt geht's wieder los. Okay, ja. Oh, geil, länger fern. Ja, das ist so weit sind wir auch schon. Dass das wahrscheinlich das sein wird. Weil Sue hatte vorhin auch irgendwie irgendwas im Inventar, das rote Flagge hieß oder red flag. Das reicht doch mal, Pichter. Ich glaube, das ist jetzt kein Front an Sue, dass er eine red flag ist, sondern dass es auch irgendwas damit zu tun hat. Sue ist eine red flag? Die Bösen gegen die Guten, aber wer ist denn gut und wer ist böse? Ja, das ist das Ding. Ey, Trader. Ja. Wie sieht's aus mit deinem Fluch? Hast du das gehört? Bro, guck ihn doch an. Er ist komplett rot geworden. Ey, Stace ist da. Oh mein Gott. Ey, ich dachte, Stace wäre gebannt. Stace? Ey, ich hab mich ja hier lange nicht mehr gesehen. Was machst du, Tio, Tio? Ich hab für alles geklärt. Die Leute haben geschrieben, du wurdest gebannt. Sag euch so. Der neue Atmen kann uns gar nichts sagen. Ey, Stace, ich hab dich so vermissen, ne, Digga. Ey, wie? Alle sind Esels und so. Weißt du, du bist eigentlich mein Einzelner. Esels und so. Du weißt gar nicht. Er hat mich gebannt. Kieran, reißt du, was das für Bedeutung hat hier? Ja, 100%. Was denn? Das sind zwei Teams einfach. Es sind genau zehn Leute. Das Ding ist, eine Sache. Eine Sache, guck mal. Also, wie gesagt, das mit den Teams und so weit waren wir auch mit denen. Dass viele sagen, dass es gut gegen böse heißen könnte. Aber eine Sache hat er noch irgendwie gesagt. Irgendwas mit Monster. Er meinte irgendwie, ob Monster kommen sollen oder sowas. Stace, komm schon da drauf doch mal. Erzähl mal. Stace hat irgend so ein komisches Blatt bekommen. Genau, er hat einen Blatt. Er hat mit mir gerade wieder persönlich geredet. Was hat er gesagt? Ich habe ja gesagt, wer ist gut und wer ist böse. Dann hat er gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Ja, dann hat es irgendwas damit zu tun. Okay, Leute. Also, auf meinem Tell steht, kämpft ihr gegen Monster? Diese Frage müsst ihr euch selbst beantworten. Du bist ein Monster. Ja, okay. Er stellt nur die Frage, ob es wirklich Monster sind. Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Stu hat das schon recht, ne? War es Monster. Was denn? Weil Stu gerade gesagt hat, du bist ein Monster. Er will uns... Ja, genau, das meinte ich. Das meinte ich. So, wenn man die anderen als Monster betrachtet, dann könnte das halt auch so sein. Also, ich glaube, es ist wirklich das mit den Teams. Können wir uns ganz kurz alle versammeln? Witherstorm, oha, das wäre zu übertrieben. Lass uns mal alle... Nein, nein, lass mal alle... Komm, ich habe nicht mal Full Netherite. Einfach mal auf die Seite, wo ich jetzt bin. Ich habe wirklich eine gute Idee. Ey, bitte, es ist kein Kampf. Ich habe nicht mal Full Netherite. Nein, 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 auf keinen Fall. Nein, nein, ich meine generell das Event. Wenn ihr jetzt welche von uns aussuchen müsstet, eine Person, die ihr als böse Person zwischen uns auf der YouTuberinsel nehmen würdet, welche würdet ihr nehmen? Ich doch. Du sagst, ich doch, was sagst du? Stace oder... Ich kann dazu kein Anfall geben. Was sagst du? Wer böse ist, ich war gerade gemütet. Hm. Stace ist aktuell für mich. Was sagst du? Ähm, Kiannis. Okay, was sagst du? Oh, the fuck. Ich entteilte mich der Aussage. Hä? Okay, guck mal, wir haben jetzt schon zwei Personen auf Stace. Ich persönlich, ich würde auch, wenn, würde ich sagen, Stace oder Tridan, weil sie vom Fluch sind. Ja, ich kriege die einfach nicht. Aber wahrscheinlich will er das sein. Was genau machen? Wahrscheinlich die, die diesen Fluch haben, die müssen wir heute attackieren. Das Ding ist, er wird uns eh sagen, was passiert. Also wir können jetzt, wir können jetzt so viel, äh, vermuten und so, wie wir wollen. Was am Ende, äh, passiert, sagt er uns ja eh. Er wird ja eh wieder eine Aufgabe stellen, so. Die Frage ist aber, wie starten wir das denn wieder? Hä, Lukas? Wie starten wir dieses Rätsel? Nennen wir es Lukas, ja. Lukas, hin oder her, er kann uns auch nicht mehr helfen. Lukas? Ja. Hey, Kian, was geht? Was geht, Bro? Kurze Frage. Ja? Was, was ist deine Theorie zu heute? Äh, warte. Okay, danke. Ja, ja, warte, warte. Hä? Ah, mein Fuß. Ja, alles klar, das ist ein guter Freund auf jeden Fall von dir, Kian. Das wär zu freuen? Das wär zu freuen, der haut einfach ab. Das ist krass. Fliegen wir jetzt hinterher, oder was? Nein, wir bleiben hier. Warum regnet es Karotten? Entschuldigung. Rhyny, denkst du gut und böse unterscheiden, wer wen am Meister angreift. Oh mein Gott, wie viel Leben ich verliere. Sieh, hast du einen Ender-Chat? Äh, leider nicht, Rhyny hat eine. Rhyny? Ich hab ja. Oh, warte, wie lernst du einen der Platz hier? Tobi, wenn du uns hörst, wann geht's hier los? Was müssen wir machen? Müssen wir erst das Rätsel lösen, oder was? Nee, meistens müssen wir doch warten, bis alle da sind. Ja, es sind doch alle da, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau zehn Leute sind gerade online. Hä? Da war jemand gerade an der Truhe. Jemand hat die gerade aufgemacht. Ja, aber danach, danach. Tobi war gerade an der Truhe. Okay, okay, okay. So, eine Frage. Warum wurde das jetzt Kianis und Scoopcast, Digger? Klopp, klopp, klopp. Ey, ich komme gleich. Bei mir wurde geklopft, Sekunde. Klopp, klopp, wer ist da? Ist der Admin bei ihm zu Hause? Der Admin ist bei ihm zu Hause, Leute. Der Admin ist bei ihm zu Hause. Ey, in einer Minute. Bis zehn Uhr. Denken Sie, da passiert was? Ey, ich sehe so geil aus. Bei dem Stream, da höre ich ein Geräusch. Der sieht so geil aus. Meinst du? Rhyme? Flo? Weiß ich nicht. Ja? Hey, bei ihm hast du ja geklopft. Wie denkst, was denkst du, wie sehe ich aus? Eins bis zehn. Böse. Böse? Ich habe gesagt, eins bis zehn. Junge, püsch das. Ne. Ey, Jungs, versuch mal Flo anzurufen. Auf der bösen Skala mit zehn. Siehst sehr böse aus. Junge, ich greife die Jungs und die Garnen. Ich greife die Jungs und die Garnen. Ich bin fesch. Ihr berückt euch jetzt beide, sonst werdet ihr beide sterben durch mich. Er lacht. Er lacht einfach. Er hat dich einfach ausgelacht. Das ist das. Ich habe schon hustet. Ich habe schon hustet. Ich hoffe, er kommt. Hey! Hey! Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Bro, wenn Nacht ist, ist es nicht gut. Es war doch nicht Nacht, oder? Es war doch nicht Nacht, oder? Nein, es war nicht Nacht. Es ist Zeit, euch zu dem Ort eurer Zusammenkunft zugegeben. Zusammen? Zusammenkunft? Wo ist denn der Ort der Zusammenkunft? Oh mein Gott. Was soll das heißen? Ort der Zusammenkunft. Was ist der Ort der Zusammenkunft, Leute? Wir wollen alle dich. Wir wollen alle dich. Was ist der Ort der Zusammenkunft? Was ist der Ort der Zusammenkunft? Wetterlich? Blö. Oh, haben viele. Meint er vielleicht den Alpha Tower, weil wir uns da immer treffen, oder was? Glaubt ihr jetzt immer noch, dass ich das nächste Unheil bin? Warum sagen die viele? Kann sein. Wir wissen es ja gar nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Wir können nicht wieder anfangen und einfach gegen jeden schießen. Ich bin nicht krank. Deshalb doch, du bist krank. Du bist richtig krank. Warum ist es? Du hast Fieber. Du hast gerade Fieber, Bro. Nix besser denn je. Bro, du schielst doch Tridan. Das ist auf jeden Fall nicht der Ort, wo wir hier warten müssen. Weil er meint ja, wir müssen zum Ursprung. Ey, es ist 10 Uhr genau und es beginnt wieder. Es ist immer so 10 Uhr. Nicht Ursprung. Ort der Zusammenkunft sammeln kann. Ort der Zusammenkunft, er verspricht sich die ganze Zeit. Ah, wir müssen zum Ort... Da müssen... Das bist du. Bro, ich dachte auch gerade, wir müssen in die Richtung. Wo testen wir euch immer? Ja, Alpha Tower. Alpha Tower. Alle zum Alpha Tower. Alpha Tower. Tridan sieht voll süß aus. Ey. Ist hier was? Ey, da ist der. Da ist der. Ich glaube, das war richtig. Ja. Drin, drin, drin. Was denn? Warte mal. Hier unten ist ein Dropper und da ist eine Kitze. Ganz ruhig. Ich habe das nur angesprochen. Ey, Tobi. Ey, was ist das? Ich wollte mich bei dir bedanken für die Richtung. Alle zum Tower. Tobi. Das bedeutet mir vielen Dank, dass du meinst. Ja, Lukas. Jetzt red doch mit ihm. Tobi, warte. Sind alle da? Ich versuche dich die ganze Zeit zu erreichen. Ich versuche alles zu machen und du sagst, ich ignoriere dich? Was hast du das? Ich habe vorhin versucht mit dir zu reden und du hast mich ignoriert. Ja, du hast dich wegteleportiert. Junge, nein, nein, nein. Mein ganzer Chat weiß das. Du hast mich einfach wieder wegteleportiert, nachdem ich mit dir reden wollte. Wir können ja über alles reden. Ja, wir können auch alles reden. Gib mir meine Rechte wieder und wir können auch irgendeine Lösung dafür finden. Ich weiß ja nicht mal, was dein Problem ist. Du weißt doch bereits alles. Ich weiß alles. Ich weiß alles. Spielst du gerade vielleicht ein Spiel mit uns, Lukas? Du weißt alles? Nein, nein, er redet nur, er redet nur. Ich weiß gar nichts. Ich rede auch. Und der Typ möchte dafür irgendwas sagen, dass ich jetzt wieder schlecht dastehe oder sowas. Lukas ist alles schuld. Warum schlägst du mich, hä? Okay, was ist jetzt Sache? Warum sind wir jetzt hier wieder? Warum ist hier Papier drinnen? Jungs, guck da doch nicht rein! Hallo! Finger weg, Jungs! Finger weg, Jungs! Nein, stimmt. Was passiert denn beim letzten Unheil? Was sollen wir jetzt machen? Ja, was willst du jetzt von uns? Ich habe etwas für euch vorbereitet. Ja, was denn? Ich möchte bitte, dass ihr einmal alle einzeln hierher kommt und euch einen Zettel hier ausnehmt, indem ihr den Knopf drückt. Ich gehe dafür! Ich gehe jetzt drittes! Schlange! Mach mal ne Reihe, mach ne Reihe, Jungs! Mach deine Reihe, mach deine Reihe! Reihe hinter mir! Skin Contest! Was sollen wir jetzt hier machen? Was, ne Reihe? Skin Contest! Bleib mal weg nach drüben bitte, um einen zufälligen Zettel zu nehmen. Das ist das Schicksal entscheidend. Ey, aber stellt euch mal ein bisschen weiter weg, sonst nehmt ihr die Sachen von Stace weg. Das ist okay, Bruder! Ihr macht alle ein Emotes! Jungs, geht mal ein Stück weg! Ich findest mein Hänge gleich da! Jungs, mach mal ne Reihe! Jungs, geht mal ein Stück nach hinten noch! Sonst nehmt ihr die Sachen vom Stace! Ich mach als letztes! Los! Also Stace, lieber jetzt eigentlich! Warst du nicht vor mir? Ja, ich war vor dir! Einfach einmal drücken, gucken was du bekommst! Jetzt kriegt das safe Dings! Pisch da! Wo kommt das Item raus? Ah, soll ich vorlesen? Ja! Nein, erstmal noch nicht! Erstmal zieht ihr alle eins! Achso! Also nur einmal drücken, ne? Ja! Was macht ihr? Ey, ey! Wir ziehen! Wir ziehen! Mann, wir machen schon wieder alles mit, was er mal sagt! Also keine Ahnung! Ja! Willst du dich bannen lassen? Du hast gebrannt! Nein, nein! Ich hab deine Schwachstelle! Einfach aufdrücken! Ich hab ein Papier bekommen! Okay! Sollen wir da rauf gucken oder? Bro! Chill! Bro! Du musst schon anwesend sein, wenn wir hier reden! Ich bin richtig! Nein, nein, nein! Ich bin die ganze Zeit aufgebracht! Weil der Typ mich ignoriert! Er ignoriert mich einfach, wenn ich mit ihm reden will! Ja, aber er hat gesagt... So, zwei von euch müssten jetzt einen Zettel haben! Mit einem Namen drauf! Bei mir steht nur Papier! Bei mir steht auch 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 nur Papier! Bei mir auch! Bei mir auch! Wer immer den Zettel mit dem roten Text hat, soll bitte einmal herkommen! Roter Text? Roter Text? Hat Sitashi was? Und wer noch? Sitashi hat den roten Text? Rot heißt Böse! Okay! Und wer noch? Hat er grad nicht gesagt, es gibt zwei? Richtig! Bitte gib einmal alle von der Laterne hier weg! Ich bin blauer Anführer! Ja, von der Laterne weg! Hä? Ich bin roter Anführer! Blau! Ich bin blauer Anführer! Okay! Oh mein Gott! Du musst jetzt kämpfen! Alles klar! Sitashi! Du bist der rote Anführer! Genau! Bitte komm einmal her! Und mach einen Rechtsklick auf die Laterne! Rechtsklick! Hä? 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 Nein! Ich mach das nicht! Ich mach das nicht! Was ist das so ne psychische Scheiße wieder? Digga Tobi, was machst du mit uns? Was soll das? Keine Sorge! Ihr werdet alles später wieder halten! Ja, das hätte ich auch gesagt! Wir haben immer... Der blaue Anführer, der ist so getan immer herkommen! Immer wenn ich meine Sachen wiederkriege, muss ich die wieder abgeben! Hahaha! Der ist der blaue Anführer! Bro, wenigstens hast du deine Sachen hier zurückbekommen! Direkt stick mit einmal! Die Laterne! Aber ich stehe meine Sachen bei dir! Dann kommst du nachher wieder! Stace, mach jetzt! Venture, Venture! Venture! Bro, Stace, wenn er deine Sachen nehmen will, dann nimmt er die einfach! Also eigentlich gar keine andere Option! Wir müssen leider das machen, was er von uns verlangt! Nimm alles aus der Hand! Nimm alles aus der Hand, Bro! Bro! Ich hab die... Auf die Laterne! Auf die Laterne! Oh! Oha! Stace, siehst du aus! Wie ein Stück Scheiße sieht er aus! Hey! Hey! See you! Sooo! Sooo! Nun, dass sich die Anführer der Teams gezeigt haben, werdet ihr jetzt nacheinander immer jemanden auswählen, der in euer Team kommen wird! Zitachi kommt! Zitachi kommt! Zitachi fängt an! Wartet! Warum spielt ihr einfach mit? Seid ihr doof? Warte mal! Warte mal! Jungs, warum macht ihr das Game einfach mit? Was ist los mit euch zwei? Bro, was soll ich machen? Soll ich gebraucht werden? Wir haben doch eh keine andere Wahl, Kian! Ganz kurz! Er kann uns doch einfach bannen, Junge! Und ob du das im Chat sehst! Das Unheil startet in 570 Sekunden, wir sollten uns verheilen! Was? Ja, das sehst du noch nicht, aber du wirst gleich was sehen! Oh mein Gott! Sitachi kommt, tipptopp, wer anfängt! So wie im Shorten sage ich die Schirre! Nein, er meinte doch, Sitachi fängt an! Sitachi fängt an! Okay, ich darf jemanden auswählen! Genau! Weltweise! Du kannst jeden auswählen! Was? Das ist ja geil! Das ist ja geil! Lukas kommt ins Team! Oh mein Gott! Was ist das für eine Laterne? Der Ex-Admin! Der Ex-Admin! Frieda hat mein Pakt, Bruder! Komm bitte zu mir! Ja! Oh mein Gott! Ja! Was passiert mit meiner Blume? Was passiert mit meiner Blume? Deine Blume wird temporär verschwinden, du wirst aber ihre Macht trotzdem noch spüren! Was ist los, Junge? Du wirst sie wieder... Sie bleibt in deinem Herzen erhalten! Versprochen! Was für Herzmerz, Digga! Bro, was für ein Herz! Oh mein Gott, das erste Mal bin ich von einer Blume getrennt! Vielleicht wird er jetzt wieder gut! Oh mein Gott, das wäre super! Nein, ich bin dran, ne? Ey, was ist das Recht für eine geile Anzeige! Hä? Oh mein Gott! Was sehen die? Ja! Okay, es ist eine schwierige Entscheidung, aber... Kian! Ich sehe alle Namen! Kian! Kian! Ich vertraue dir, Bro! Kian! Kian, bitte ich dich einmal! Ey, ich will nicht als Letzter gewählt werden! Bitte! Ey, bitte, Siu! Oh mein Gott, was? Siu! Siehst du, Seth, Bro? Was siehst du denn? Das sieht so krank aus rechts! Hä? Leute! Was für rechts? Oh mein Gott! Ich nehme... SU! Was? Ey, das könnt ihr nicht machen! Stopp, mal warte! Siu! Das könnt ihr nicht machen! Ey, das könnt ihr nicht machen! Ey, das könnt ihr nicht tun! Geh nicht, Siu! Geh nicht! Leider nichts bei dir! Ey, ich kann noch nicht mit Stays zusammenarbeiten! Ey, das könnt ihr nicht drehen! Oh mein Gott! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ich versuche keinen Bock mit dir zu spielen! Heul nicht rum, drück doch! Was? Nackter, gelber Mann! Unheil, Wartezeit! Oh mein Gott! Piszta, ich hoffe, du bist als letztes gewählt! Ich sag euch, wen wir nehmen müssen! Ich glaube schon, aber es ist mir so egal! Ich hoffe! Okay, ich bin dran, ne? Ja! Äh, Reini, komm! Komm zu uns! Ja, das war klar! Ja, guck mal, wie unfair das Team ist! Ey, ich kann es nicht glauben! Hallo! Oh mein Gott! Guck mal, Piszta ist mein Bruder, aber er ist auf dieser Insel schon öfter gestorben! Oh! Aber ich... Ich glaube... Ey, Jungs! Ey, Jungs! Ja, deswegen! Ich würd grad sagen! Oh mein Gott, ist das frech! Aber von den drei ist Piszta der Stärkste! Ey! Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen wir! Ja, aber ich bereite mich schon mal auf das Beste vor! Jungs, wen nehmen wir als nächstes? Sex! Entscheiderweise! Nicro oder Cetastic? Ja! Ja! Wir haben den Schwächsten von der Insel! Hä? Ist das frech! Wir nehmen dann Nicro, komm zu uns! Oh mein Gott! Aber egal, der hat den Stärksten und den Schwächsten, alles gut! Ey, stell mal ruhig, tu mich doch nicht der Stärkste! Hey Junge, ich bin nicht der Stärkste! Du bist denn der Stärkste? Guck du dich mal an! Ja! Als letztendlich gebliebener Cetastic, du bitte auch einmal! Warte, wo bist du Cetastic? Alles da, sehr gut! Bei, bei wem bist du Cetastic? Komm mal, komm mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Ding von euch wird bereits aufgefallen sein, dass auf der Insel neue Plattformen aufgetaucht sind! Ja! Man sieht die Namen, ja, man sieht die Namen! Ja, was soll das damit? Diese sind euer Standort! Ihr müsst diesen verteidigen! Nein, Nicro, wir sind ein Gegner! Hä? Ich denke, Capture the Flag sagt euch allen was! Oh mein Gott! Das ist wirklich Capture the Flag! Sobald das Spiel losgeht, werdet ihr eine halbe Stunde haben, um euch eine Base aufzubauen und danach müsst ihr die anderen angreifen! Wir sollen uns eine Base aufbauen! Er ist weg! Er ist weg! Ey, Kian, komm mal! Wir müssen mal kurz reden! Nein, Su, der ist weg! Ey! Su, hör auf! Nicro, ich kann nicht gegen dich fighten, Digga! Nein, es geht nicht! Ich werd doch nicht gegen meinen Bruder fighten! Bist du doof? Ihr müsst nicht kämpfen! Wir kämpfen einfach alle nicht! Ich greif die anderen an, aber dich greif ich nicht an, okay? Ich werd dich auch nicht angreifen! Ey, Su, ich hab keine Ahnung, wir haben nicht mehr viel Zeit, okay? Wir kämpfen einfach alle nicht! Wir sind immer noch beste Freunde! Tschau, 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 tschau! Ey, Jungs! Es ist zu laut! Ey, Jungs, wart doch auf euer Anführer! Sind wir jetzt die Bösen, weil wir Team Rot sind? Ich weiß es nicht! Wir müssen Mädchenstadt, ne? Ja, wir müssen... Müssen wir jetzt hinlaufen? Wir haben keine Items mehr! Jungs, Jungs, Jungs! Was ist, wenn da wirklich... Er will, dass wir uns angreifen! Was ist, wenn wir uns einfach nicht angreifen? Ja, lass einfach nicht angreifen! Nee, aber lass einfach nicht angreifen! 10 Sekunden! Schnell hin! Schnell hin! Schnell hin! Mädchenstadt! Mädchenstadt! Mädchenstadt ist rot! Mädchenstadt ist rot! Achso! Ey, wir haben alle roten... Bro! Hä? Oh mein... Ey, hier sind Items! Rote Flagge! Rote Flagge, Bro! Nichts rausnehmen! Nichts rausnehmen! Er meinte, wir haben eine halbe Stunde! Ey, ich hab auf jeden Fall... Ich hab auf jeden Fall einen Bogen genommen! Warum einfach so? Chill doch! Lass doch besprechen! Ähm... Ja... Okay, also... Was haben wir hier? Wir können uns eine Base bauen! Steinziegel! Und Holz! Ich würd sagen, wir bauen so wechselnde Schichten, damit die nicht einfach mit Pickaxe durch und nicht einfach mit Axt durch können! Ja, ja... Ja, sehr clever! Und Eisengitter so mittendrin! Weil die sind übel schwer abzubauen auch! Okay, okay... Okay, es gibt ein Dreizack! Ein schärfer Eins-Schwert! Goatorn! Das Ding ist, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir sterben! Das weiß ich auch nicht, Bro! Vielleicht sind wir dann raus! Er ist safe, wir verlieren alle Sachen, oder nicht? Leute, wir haben nicht viel Zeit! Wir haben nicht viel Zeit! Wir haben eine halbe Stunde! Ja, okay, okay! Also... Also... Darf ich euch kurz einen Call nennen? Ja! Zwei Scouts und der Rest Boat! Ich sag euch ehrlich, der Beste von uns ist Sitashi! Ich würde euch empfehlen, die Finger von euren Enderkisten wegzulassen! Oh! Okay... Okay... Äh, ich würd sagen, Sitashi kriegt das schärfer Eins-Schwert! Meinst ihr? Soll ich das nicht? Meiner Meinung nach ist Sitashi der Beste von uns! Ich bin der beste Aimer, find ich! Willst du den Stärke-3-Bogen? Ich würd auch sagen! Ich würd auch sagen, Kerne! Okay! Und Lukas bekommt auch safe einen Bogen, würd ich sagen! Okay! Sitashi, nimm auch den Stärke-Trank, Bro! Wir müssen die Sachen jetzt direkt aufteilen, alle! Okay! Ich fang schon mal an mit Bauen! Ich fang schon mal an mit Bauen! Äh, wenn... Wenn ihr mir... Wenn ihr mir irgendwas geben wollt, dann sagt Bescheid! Ist mir egal! Ja, 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 ja! Ey, wollen wir scouten gehen? Soll ich mit Sitashi scouten gehen? Ja, dann lass Drei-Tag mitnehmen! Aber lass erst mal bauen, Bro! Lass erst mal bauen! Weil sonst, wenn du jetzt scoutest... Wir müssen dafür wissen, wo du bist zum Beispiel, wenn du das äh... Wenn du das benutzt! Ich nehm mal Drei-Tag mit, damit wir scouten können! Okay, ich helf hier mit! Ja! Guck mal, mein Schwert ist hier! Bekomm ich gar nichts? Wir haben noch 2.300 Sekunden! Das ist gut! Also ich bekomm nichts? Ich nehm mal den Schlagbogen, ja? Ja, mach das! Okay! Okay, okay, okay! Ey Junge, ich will nicht gegen Sue fighten! Okay! Jungs, lass erst mal hier komplett was rumziehen! Und dann könnt ihr gleich scouten gehen, ja? Ja! Aber lass erst mal kurz anfangen zu bauen! Ja, 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 ja! Ich hab gar keine Zeit von hier! Oh mein Gott! Pfeile! Ja, nehm ich mir gleich, stimmt! Ich brauch noch Pfeile! Ich nehm jetzt auch einen Bogen! Äh, Kian, hast du Pfeile genommen? Ja, ja, ja! Jaja, zwei Stacks! Ja, okay, okay! Das Ding ist, wenn wir sterben, kann es sein, dass wir die Sachen alle droppen, ne? Das könnte gefährlich sein, dass die anderen die dann bekommen! Ey Leute, eine Frage! Irgendwie, guck mal, wir müssen auch von oben alles zu machen! Weil die können von oben richtig easy reinkommen! Ja, es gibt ja auch Änder... Jungs, lass mal erst mal alle in ne Gruppe! Lass mal erst alle in ne Gruppe! Mit V! Ja! Ja, 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 ja! Ähm, ich werde... Warte! Wir müssen Passwort haben! Passwort haben! Obwohl... 1, 2, 3, 4! Ja, lass einfach 1, 2, 3, 4 nehmen! Ne Passwort, Team Rot! Okay, okay, okay! Ich mach, ich mach! Junge, ich will nicht gegen Sue fighten! Das ist doch scheiße, man! So! Was denkt ihr? Sind wir stärker als die? Ja! Ich weiß es nicht! Ja, ja! Ich glaub schon! Ich hoffe es! Ey, Jungs! Jetzt müssen die auch reinkommen! Wir müssen auch unser Dach zu machen! Nein! Das ist ohne mal wichtig! Und wir haben nicht mal Fuck hier hin, Alter! Wir dürfen unser Dach nicht zu machen! Warum nicht? Warum dürfen wir unser Dach nicht zu? Jungs! Wir können auch ein Tor machen! Was ist das? Wir schützen! Ja, das Ding ist, Leute, die können doch einfach mit Erde sich rüber bauen, dann bringt die Mauer doch auch nichts! Ja! Respond! Ja! Was ist das? Das hat ihr da? Ja! Die kommen nicht in die Gruppe! Hä? Ich frag auf Hört, was läuft. Team Rot! Alles zusammen geschrieben? Nee! So wie der Name ist! Junge, mein Spiel stehen geblieben oder so! Okay, ich bin drin. Okay, ich bin drin. So. So, Leute. Okay, wir sind wieder da. So, ich bin drin. Nice, perfekt. Okay, wir sind zu fünft, ne? Ey, ich glaub schon. Warte mal, Tobi, wenn du uns hörst, dürfen wir Kohle und sowas holen? Stimmt, dürfen wir einfach uns, dürfen wir farmen. Er hört uns halt nicht. Er hört uns. Oh mein Gott, er hört uns doch. Aber müssen wir eigentlich riskieren, oder? Ey, Jungs, lass fahren, lass fahren. Warum Kohle? Wofür brauchen wir Kohle? Warum Kohle? Jungs, warte, warte. Stimmt, was ist mit Blättern? Blätter, Blätter sind OP. Die kann man nicht schneller abbauen. Ja, die kannst du nicht schneller abbauen. Aber die sind doch auch so schon... Ja, die sind nicht... Stimmt, die sind nicht so schnell, das Zeug. Aber es ist halt... Ich würd nicht, äh, vielleicht... Bro, wir müssen hier keine Dreierreihe machen. Wir müssen hier eigentlich nur so, dass die in der Mitte, dass die so oder so nicht durchkommen. Weißt du, wenn die sich straight durchgraben? So, dann brauchen wir nicht alle Zäune auf. Ey, ich will rein, bitte! Ah, mit Wasser. Stimmt, jeder hat Wassereimer bekommen, das ist gut. Leute, Leute, ich hab was sehr wichtiges. Was denn? Macht mal oben zu, ich hab Laternen. Okay, nice. Aber wie dick machen wir die Wand? Wollen wir die nicht unendlich dick machen? Oh mein Gott! Jungs! Jungs, wir machen das nicht einzelne Schichten, wir machen nicht einzelne Schichten, sondern wir machen jetzt hier, guck mal, wir machen hier drunter wieder Holz, machen dann da Stein drüber, immer Stein, Holz von... Also, wir machen die Schichten nach oben hingesehen. Jungs, 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 jungs! Ich hab ne gute Idee. Wir haben noch Eimer, wir können uns einfach Wassereimer holen und dann hier irgendwo zwischen ne Schicht Wasser bauen. Weil Wasser kann man halt langsam abbauen und so was. Stark, 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 stark. Ey, warte, ich mach uns kurz ne Quelle. Ja, wir können eine unendliche Wasserquelle machen und überall so ne Schicht Wasser... Das ist geil, das ist geil. Zwei Wasser brauchen wir. Kann jeder unendlich nehmen. Die Leute schreiben auch Wolle, aber wir kriegen nicht so schnell viel Wolle, oder? Ja, so schnell kriegen wir das nicht. Ich geh uns was organisieren. Sag mir, was wir brauchen, okay? Äh, Wasser eigentlich grad nur. Wasser, ja, Wasserquelle hab ich gemacht. Und halt, alle sagen so Tiefenschiefer, diese Deepslate-Sachen. Ja, aber die brauchen, müssen wir ja auch selber lange abfarmen. Das ist das Problem. Aber ich glaub, das geht, wenn zwei von uns kurz runter... Wir haben doch irgendwie 20 Minuten oder sowas. Ja, okay, dann... Okay, ich geh runter, ich geh runter. Und, Lukas, hör mir zu, hör mir zu. So viele unterschiedliche Materialien in einer Wand verwenden wie möglich. Heißt, hier machst du quasi wieder so... Also, so muss das Muster sein eigentlich. So, so, weil da muss man... Mach mal das Holz weg, bitte einmal. Wieso? Mein Chat hat grad gesagt... Ich hab das gemacht. Jungs, das... Jungs, das... Nein! Das ist... Das ist dumm, wenn ihr das weg macht. Lukas, das ist dumm, das ist dumm. Weil du musst dir vorstellen, wenn die hier jetzt durch wollen, dann müssen die einmal Pickaxe rausholen und einmal ihre Axt rausholen, weißt du? Stimmt, stimmt, stimmt. So, wenn wir das... Wenn wir das Muster jetzt... Lass das so machen. Ja. Können wir nicht Obsidian machen? Ja. Bro, das müssen wir farmen. Mach die... Das Muster so. Ah, nein, doch, doch. Wenn wir eine unendliche Wasserquelle haben und eine unendliche Lavaquelle. Aber wir haben keine unendliche Lavaquelle. Ne, wir haben keine... Gibt es nicht, gibt es nicht, ja. Warte, hier ist ein Hund. Soll ich meine Hunde holen? Oh, Hunde weg. Ja, fürs Battle später. Die sterben halt alle. Ja, die werden halt drauf gehen, das stimmt. Das ist so wild, dass die sterben, das stimmt. Ey, ich geh jetzt runter und hol tiefen Stiefer, ja? Okay, ich hab jetzt alles... Also, ich hab alles mit Watte umhüllt hier. Was brauchen wir noch? Soll ich irgendwas jetzt suchen? Jungs, ich hol jetzt tiefen Stiefer. Das ist der Stein von unten. Was soll ich noch holen? Äh, was könnte man noch gebrauchen? Soll ich Bambus holen? Ich weiß nicht. Jungs, 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 was macht ihr? Ihr wisst doch, wie Captured Flag ist, oder nicht? Ja? Wir müssen doch die Flagge wieder zu unserer Flagge bringen. Oh mein Gott, stimmt. Wir müssen selber rankommen. Wir müssen doch irgendwo einen Geheimgang oder so machen für uns. Oh. Dürfen wir nicht den Boden abbauen? Rein theoretisch doch schon, oder? Das wurde ja nicht verboten. Ja, aber wir müssen ja selbst da irgendwie rankommen. Ja, wir müssen Geheimgang, wir brauchen Geheimgang. Aber das Problem ist, der Chat wird das verraten. Ja. 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 Aber wir müssen es halt riskieren, sonst ist halt dumm. Aber wir müssen halt hier irgendwie sowas machen. Irgendwie so an der Rückseite oder sowas. Warte, ich mach das kurz. Warte, ich muss hier runter, ich bin dumm. Alter. Was können wir machen? Was können wir machen? Fences, Fences, Fences. Warte. Oh, Fences ist stark, ja. Ja. Weil dann müssen die ja auch erstmal noch aufklappen. Wir können die anderen spionieren, hat er geschrieben. Ja, klar können wir. Also, Lukas, soll ich einen Geheimgang hier hin machen? Warte, nein, nein, musst du nicht. Warte, ich mach jetzt was. Damit wir rein können. Weil der, das ist eigentlich eine gute Defense hier mit dem Wasser. Aber wie machen wir das? Ja? Ich hab, ich hab auf jeden Fall noch Quartstufen gefunden. Wir können auch Gravel benutzen, Leute, ne? Theoretisch, da müssen die nochmal Dings rausholen, nochmal ihre Schaufel. Ey, soll ich das? Ey, Jungs, ich geh die stalken. Ja, mach, mach, mach. Jetzt schon? Okay. Wo genau waren die? Genau auf der anderen Seite des Berges. Ey, Katschi, kannst du mir kurz den Dreizack geben? Ich geb den gleich wieder. Dass ich abbauen kann. Hat der Dings? Ja, hat der. Ja, so, okay, ja. Angreifen dürfen wir aber nicht, ne? Ist erstmal halbe Stunde Aufbauphase. Warte, kann ich das Wasser oben noch einmal wegnehmen? Wo, wo, wo sind die nochmal? Die hängt geradeaus von hier. Einfach geradeaus. Wo ist denn die Wasserquelle? Aber Jungs, wie machen wir das jetzt mit, dass wir selber reinkommen? In diese Richtung hier, geradeaus. Nur geradeaus. Genau da. Beim Dschungel. Okay. Oder wir lassen, wir lassen oben offen. Es gibt keine Lü drin. Wenn wir oben offen lassen und dann, weißt du, wir haben Leute, die verteidigen und die lassen halt nur unsere Leute rein. Was ist damit? Ich weiß nicht. Schwierig. Hier kommt uns auch spüren jetzt bei mir, Manns. Bei mir auch. Okay, okay. Dann mach das jetzt. 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 Dann baue ich das Wasser doch wieder hin. Dann darf ich das hier abbauen, ne? Wo soll ich den Geheimgang hinbauen am besten? In die Ecke hier irgendwo? Auf dem Stein Sand. Haben wir eine unendliche Wasserquelle? Haben wir eine unendliche Wasserquelle? Haben wir eine unendliche Wasserquelle? Er dringt? Soll ich hier reinbauen, Lukas? Schau mal. In der Ecke. Aber wieso sollte er das abbauen? Macht das, macht das ja. Und Leitern und Leitern. Weil Leitern dauern lange. Wieso sollte das auf ihn runterfallen? Okay. Ich würde auch sagen, warte, wie teilen wir das gleich auf? Wie teilen wir das gleich auf? Wer verteidigt? Wer greift an? Also ich würde mich selbst sehr gut in PvP einschätzen. Also ich würde gerne eingreifen. Aber ihr könnt das selbst entscheiden, wie wir das einteilen. Aber wo ist die Wasserquelle einmal? Ja, aber das heißt ja nicht, wenn du gut in PvP bist, dann musst du halt verteidigen auch, ne? Jungs, ich hab gleich eine Überraschung für euch. Ihr werdet euch freuen. Okay. Hast du gehört, Lukas? Ja. Nur weil du gut in PvP bist, heißt das nicht, dass das angreifen bedeutet. Sondern wir brauchen ja auch einen Verteidiger. Ob wir, ob wir auf Attack oder auf, also auf Angriff oder auf die, äh, Verteidigung setzen. Ey, ich hab die Meter gefunden. Kiam ist mein Freund. Woher kommt denn das Obsidian in deinem Militar? Hä? Bro, hast du... Ist ja nicht verboten, Tobi? Hast du nichts gesagt. Tobi, komm mal, ich baue, ich baue, ich farme das Ganze. Wo hast du es her? Ich auch. Achso, das wird grad gefarmt. Jaja, ich farme, ich baue das gerade ab. Alles klar. Farme ist erlaubt. Lündern allerdings nicht. Okay. Was? Lündert hab ich nicht. Lündern allerdings nicht. Also passt auf. Ey, wir bauen eine Obsidian-Schicht da drumherum. Ich hab auch Crane Obsidian gerade ein paar gefarmt, also ich farme es gerade. Ja, mach das aber... Mach das halt so, dass es einmal drumherum führt, ist besser, als das hier Dings. Also ich würd das so auf der mittleren Ebene quasi machen, sodass die das vorm Gesicht haben. Weil sonst ist, äh... Also ich würd nicht zwei Hochdreck machen, ne? Also lieber erstmal einmal rumgehen, sodass wir ne ganze Dings haben, dass egal von wo die kommen das ist. Und dann... Ey, Jungs, wo seid ihr? Ey, ich hol gerade Deep Slate, dunklen Stein. Tju beobachtet euch. Tju, wo bist du? Jungs, ey, hier, hier, hier. Lukas, Lukas, komm mal zu mir. Soll er? Hier. Äh, warte mal, ist der Atmel hier noch drin? Wir dürfen doch Sju angreifen rein theoretisch. Ist ja sehr geil. Nee, ich glaub nicht. Ist legal. Dürfen wir Sju schon angreifen? Sju, Sju, Sju! Ey! Hinter dir! Er hört dich nicht, er hört dich nicht! Du bist in der Gruppe. Ich muss aus der Gruppe raus. Achso. Leute! Ja? Ja? Die anderen bohren so mäßig einen Alpha Tower. Mit Lava? Ja, das ist doch dumm, oder nicht? Mit Lava? Wir können doch einfach uns reinbauen. oben auch haben, sodass wir in alle Richtungen gucken können. Das Ding ist... Oh, wie viele Verteidiger wählen wir? Weil, wenn die eine Überzahl angreifen, ist es schon hart. Müsst du dich abhängig machen von den anderen? Müsst du dich von den anderen abhängig machen, was die machen? Was ist, wenn auf einmal wir nur zwei Verteidiger haben? Ja, sag ich ja, sag ich ja. Und halt die anderen angreifen und auf einmal sind die zu fünft. Ja, aber dann haben die auch niemanden, der verteidigt. Dann haben wir Leute, die... Ja? Ja. So wie ich Capture the Flag kenne, muss man aber die eigene Flagge in der Base haben, damit man die Gegner schon reinbringen kann. Ich weiß nicht, ob das hier auch ist. Das heißt, es bringt nichts, wenn man nur auf Angriff oder nur auf Verteidigung setzt. Weil, wenn deren Flagge fehlt, dann... Sue einfach. Habt ihr ihn gefunden? Da bin ich wieder, Jungs. Also mein Chat schreibt, verteidigen erstmal. Alle verteidigen erstmal. Weil... Erstmal alle verteidigen, aber wir brauchen ja... Wir wissen ja nicht, was passiert. Wir wissen ja nicht, was passiert. Leute, weil, guck mal... Leute, ihr müsst ja so denken, wenn wir verteidigen, machen wir ja erstmal nichts falsch, wisst ihr? Jungs, was ist, wenn wir es so machen? Guck mal. Wir wissen ja nicht, ob jemand die Items verliert, wenn er extra hat. Wir schicken jemanden vor, der keine extra Items hat. Der geht hin und versucht einfach zu... Und wir gucken, wie weit der kommt. Er kann dann sagen... Aber vielleicht ist die Person einfach raus dann danach. Das ist halt... Das ist das Schwierige. Ja... Ja, dann lass erst mal verteidigen und gucken, was bei den anderen passiert. Und was ist, wenn irgendwer respawned wird? Er hat fast den Geheimgang gesehen, ne? Fast. Haben wir einen Geheimgang? Ja, die wissen das. Ja, Bro, der Chat wird es eh sagen. Der Chat wird es eh sagen. Es gibt immer 31er. Mach den Geheimgang so, dass wir trotzdem noch die Leute töten können. Warte, das Gute ist... Wenn die die Flagge holen, dann müssen die genau durch diesen Gang auch wieder rauskommen. Dann müssen die wieder raus. Dann müssen die wieder raus. Okay, okay, perfekt. Das ist sehr geil. Ja, ich camp die ab. Ey, okay, Jungs. Ich hab einige Steaks Schiefer gesammelt. Alter, Chococo! Was? Was? Dein Papagei? Ja! Wait, Creeper! Creeper! Shut up, man! What you doing, man? Eigentlich wär's krass, wenn wir innen drin nicht ausleuchten und dann spawnen so Monster und die müssen gegen die Kämpfer werden. Ey, Leute! Guck mal bitte auf den Mond! Guck auf den Mond! Guck auf den Mond! Guck auf den Mond! Ist es wieder Dings? Nein, ist es wieder Dings. Oh, es ist immer das Gleiche, ne? Ey, ich wollte kurz, warte mal, ich wollte kurz, was war ich? Wie viel? Ey, 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 äh, 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 schreibt mal bitte einmal rein, wie viel sind 4400 Sekunden? Weiß das irgendwer kurz? Also, von den Leuten aus dem Chat, bei irgendwem. Schreibt das mal bitte rein, das war wichtig. Oh mein Gott, ich werde wieder von Fun. Habt ihr ein Bett? Ich muss gleich nochmal in ein Bett machen, das krieg ich da auch nicht mehr hin. Warte, 3600 sind eine Stunde. Das sind anderthalb Stunden. Also, es waren anderthalb Stunden am Anfang, es waren anderthalb Stunden am Anfang. Ist viel zu lange, oder nicht? Glaube ich ungefähr. Meint ihr eigentlich eine halbe Stunde? Ja, wir haben eine halbe Stunde Aufbauphase, eine halbe Stunde Aufbauphase und danach Dings, Kampf. 75 Minuten schreiben welche bei mir. Ja, das passt. Dann war es am Anfang anderthalb Stunden. Und dann ist eine halbe Stunde Aufbauphase, eine Stunde Kämpfen. Siu hat alles erzählt. Also, die wissen alles, was wir machen. Nein. Ja, hä? Ist doch klar. Also, was soll er denn erzählt? Wir haben halt gebaut. Ja, aber Siu hat dann auch keine Bahn vor uns, so. Dann hab ich auch keine Bahn. Dann hab ich auch keine Bahn. Dann hab ich auch keine Bahn. Sag ich ehrlich. Leute, ich beschreib euch mal, was die gemacht haben. Ja. Die haben auf jeden Fall eine riesen Fläche, die bauen grad ein Dach fertig. Ja. Die wissen das glaube ich nicht mit dem, dass die ihre Sachen selber zurückbringen müssen. Die haben auf jeden Fall... Die haben auf jeden Fall... Oh, warte kurz. Die haben auf jeden Fall, ähm... Mach bitte heller. Obwohl, Jungs... Lass mal nicht... Lass mal keinen Geheimgang machen, bitte. Weil, natürlich müssen wir uns... Wir müssen uns das zurückbringen. Aber dann lass uns doch lieber... Guck mal, wenn wir in der Position sind, dass die nicht bei uns reingekommen sind. Und wir die Flagge aber haben von denen. Dann, ähm, können wir ja quasi uns selber... Dann müssen wir uns halt selber reinbauen. Dann brauchen wir halt noch ein paar Sekunden länger. Nein, nein, nein. Das ist gut. Sobald wir im Geheimgang sind, sind wir denn schon safe. Weil es gibt nur einen Weg und wenn da keiner von denen drin ist, haben wir schon die Flagge durch. Und es geht ja darum, Punkte zu sammeln, oder nicht? Ja, aber Bro, du musst dir... Stell dir das doch vor. Stell dir vor, die finden den Geheimgang und können da immer wieder reingehen und abusen den. So, ähm... Dann kommen die leicht zu unserer Flagge, aber wir kommen nicht zu deren Flagge, weißt du? Und wenn wir quasi... Wenn die quasi gerade an unserer Flagge einnehmen sind, dann können wir den stumpf hinterherlaufen und, äh, können den Weg, den die gegraben haben, äh, nehmen, um unsere Flagge abzugeben. Aber wenn die dann nicht sind, dann haben wir genug Zeit... Wenn die dann nicht sind, haben wir genug Zeit, uns selber reinzugraben und den Punkt abzugeben und das dann wieder aufzubauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die gehen Eisen farben. Wieso gehen die Eisen farben? Tobi! Wir brauchen auch ein bisschen Eisen eigentlich. Wenn du mich hörst, ich muss... Ich will wissen, ob ich die angreifen darf oder nicht. Nee, darfst du nicht. Ich glaube nicht. Ich darfst du nicht angreifen? Nee. Ich kann das nur ausspüren. Alle Jungs, soll ich noch weiter machen können? Nee, sonst geht's ja schon los, sonst könntest du ja die Flagge schon einnehmen. Weißt du? Leute, die haben auf jeden Fall eine Fläche gebaut, drumherum einen Zaun und das eingebaut, wie wir das gemacht haben. Deren... Jungs, wir können die Gitter Water loggen. Hat gerade hier bei mir jemanden geschrieben. Wir können einfach Wasser im Gitter produzieren. Ja, aber... Ja... Ja, lass machen, lass machen. Ey, was ist... Leute, was ist mit TNT? Ja, aber wir können... So weit können wir nicht. Es gibt eine Border, Bro. Es gibt eine World Border. Wir kommen nicht so weit. Aber ich kümmere mich mal kurz. Ja, aber TNT benötigt ja nur Gunpowder und ähm... Sand. Sand. Jungs, ist das hier der Geheimgang vorne einfach? Warte mal... Bei mir ist der Geheimgang. Komm mal her zu mir, Rainy. Warte kurz. Nicht Wasser rausnehmen, Bro. Warte, bist du da schon drinnen, Rainy? Ey, ich bin schon drinnen. Nein, du bist nicht im Geheimgang. Achso, nee, nee. Alles gut. Ich baue hier erstmal kurz. Okay, das wäre nice. Leute! Ja? Die wollen eine Wasserwall machen. Ja, ist dumm. Dann können wir wieder hochschwimmen. Bro, eine Wasserwall. Wir können uns ein... Jungs, wir stellen uns einen Block nach hinten. Dann sind wir nicht im Wasser und bauen das ab, was da ist. Können die so viel Wasserwall machen, wie die wollen. Die haben das so... Die haben das... Außer die machen mehrere... Stace hat meinen Wolf gekehlt. Oha. Hey, das ist doch verboten. Warum macht er das jetzt schon? Ja, ich weiß auch nicht. Er greift mich jetzt auch irgendwie gerade an. Keine Ahnung, das war nicht. Er greift dich an? Tobi? Hä? Tobi, das darf man nicht. Bro! Was soll angreifen? Die haben drüber so Gitter gemacht. Ja. Die haben ein... Ihr könnt euch vorstellen, so eine Kiste aus Steinblock gemacht. Ja. Dann so einen großen Wasserzaun. Also drumherum Wasserzaun statt irgendwie eine Wall. Ja. Warte, ich gucke mir das von oben an. Ich brauche kurz eine Idee von euch. Eine Person von euch. Ey Jungs. Und zwar habe ich eine Geisteskrankheit. Ich habe auch was Besseres. Ich habe was viel Bestes als die. Und zwar brauche ich jetzt jemanden, der mit mir krass viel Sandfarmen geht. Weil wir können einfach draußen, umherum, umherum, mit richtig hohe Sandbarriere bauen. Oh mein Gott. Du könntest es ja nicht durchbauen, weil der Sand wieder runterfällt. Smart. Smart, smart, smart. Also ich brauche aber jemanden, der jetzt komplett mit mir Sandfarmen geht. Ja, ja, ja. Warte, ich baue das eben zu Ende und komm dann. Ja? Ja. Hört mal zu. Wir haben eine äußere, ich versuche euch das zu beschreiben. Ja. Äußere Dings ist Stein, also eine Steinkiste. Drinnen sind ganz viele Gitter. Versteht ihr, dass man so einzeln die Gitter kaputt machen muss, um reinzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nee. Also eine Kiste voll mit Gitter geplaced. Okay, ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Also ein Rechteck. Aber ist doch easy. Einfach mit Werkzeug durchgraben. Ja. Das dumm ist, wenn die halt Stein haben, dann können wir schwimmen. Heißt, wir müssen nur einen Block kaputt machen. Bro, das Ding ist, wo kriegen wir Sand her? Ja, echt? Das ist alles unter Wasser. Ist alles unter Wasser. Warte, dann macht ihr eine Tür, macht ihr eine Tür, macht ihr eine Tür. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Ja, dann easy, easy, easy. Jungs, ich gehe Sand fahren für uns, okay? Ja, alle Sand... Soll ich... Ja? Soll ich weiter machen mit diesem Zäun? Mit dem Wasser? Schnell? Ich glaub, das bringt... Ja, mach du... Mach damit... Macht ihr damit weiter so? Genau, genau, genau. Ich mach Obsidian. Ich mach Obsidian. Ja, mach weiter Obsidian. Ja, okay. Ey, lieber bauen. Scouten ist nicht so wichtig. Das kann der Chat sonst auch machen. Scouten können wir auch in der letzten Sekunde noch, so mäßig. Ja. Okay, ey, Chat, Chat. Könnt ihr... Könnt ihr scouten, bitte? Also, wenn irgendwas... Wichtiges ist, einfach sagen. Ja, Sand ist so ekelhaft zu holen, ne? Ja, ist gar nicht ekelhaft. Scheiße. Ach, Kacke, die Arme. Ey, Jungs, ich bin übel angespannt, ne? Wir können auch Kies benutzen, ne? Wir können auch Kies benutzen. Ey, wir können jetzt nicht ne Lavaquelle machen. Das dauert viel zu lange, bis das runter tropft. Ich versuch mal jetzt irgendwo Sand zu kriegen. Ah, Sand ist... Oder Kies, oder Kies, oder Kies, oder Kies. Kies auch, stimmt. Kies ist auch gut. Ja, aber Sand ist wirklich... Das ist schwerer, ist schwerer, schwerer. Seltener als Diamant auf der Insel geworden. Ja, Bro, du musst ins Wasser gehen und dir ne Tür craften. Ja, ja, das ist viel zu langsam. Ich hab 38 Stück, obwohl... Wo ist Kies? Also wir müssen schon... Wir brauchen schon einige Stacks, ne? 68 Minuten noch scheitern. Bitte lese meine letzte Nachricht. Ja, Bro, aber wir haben nicht genug Zeit, als dass wir hier die ganze Zeit Kessel voll machen können, weißt du? Genau. Aber wenn wir... Einen können wir machen. Einen können wir machen. Ich mach das, ich mach das. Ich brauch halt Eisen. Guck mal, ob ich noch Eisen finde. Hm, das dauert so lange, ne? Ja, das dauert wirklich nicht. Wasser mit Wasser ist der Drei-Zack der beste Konter. Ja. Stimmt, wenn... Ey, die wollen unsere Base sprengen, Leute. Sagt mir gerade links. Woher wollen wir das TNT nehmen? Ja, wo haben die TNT? Die können die ja nicht haben. Ja, doch. Man kann vielleicht ein, zwei TNT haben. Ich hab übel viel Kies, ich hab übel viel Kies. Das ist sehr geil. Ich such auch grad Kies. Ich geh grad in Kians... Unter Kiansburg ist ja so ne riesige Höhle. Da ist safe irgendwo Kies. Also, sprengen ja, können die. Leute, Ender-Perle. Haben wir doch zwei. Ja, ey. Das ist echt cool. Wir müssen mehr... Ey, irgendwer muss ins Nether. Irgendwer von uns muss ins Nether retorten. Dürfen wir ins Nether? Ja, farm, ne? Safe. Bro, ins Nether kriegen wir so viele Ender-Perlen her. Ja, okay. Ich mach das, ich mach das. Ich mach... Warte. Wo ist ein Portal? Wo ist ein Portal? Bro, wenn du ein Warp... Äh, das Schwert, das Schwert, das Schwert. Wenn du ein Warp Forest findest, ist es vorbei. Ja, wo ist... Wo ist ein Portal? Ich hab wieder Obsidian gefunden, Jungs. Stark, Bro. Ey, die machen auch die Taktik, ne? Mit den Ender-Perlen. Sie holt die auch. Ja, ich sag dir. Das ist freden. Oh mein Gott. Ich nehm wieder Obsidian mit. Lukas, du hast schon 10 von mir, ne? Ja, warte. Ich springe mal kurz in die Base. Ich hab hier nochmal... Ich hab hier nochmal so 15 Stück, glaub ich. Okay, warte. Warte, dann baue ich damit einmal... Ah, unsere Flagge kann ich da halt nicht mit einbauen. Das ist das Problem. Beim Atmenportal ist Eisen. Warte, Ender-Chest war nicht erlaubt. Normale Kisten aber? Ne, ne? Ja, Sand. Ich nehm jetzt Gravel an, statt Sand. Stimmt. Im Ender können wir auch richtig gut Gravel fahren. Jaja, let's go. Ja, man. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist dieses eine Biom da, ne? Ja, ihr braucht Warped Forest, damit ihr Dings... Im Warped Forest findet ihr halt Dings. Ähm... Unendlich Ender-Perlen eigentlich. Schieß altes Haus für Wolle. Ja. Wir dürfen nicht die alten Sachen einfach nehmen, ne? Ey, Jungs, Goldäpfel. Goldäpfel, auch wichtig. Wir haben... Jeder hat Goldäpfel. Bro, ja, Digga, aber zwei reichen nicht aus. Die farmen Goldäpfel. Oh mein Gott, ey. Wie farmen die denn Goldäpfel? Bro, wie farmen die denn Goldäpfel? Ah, die gehen... Die brauchen halt Äpfel. Jungs, ich hab noch ein paar Ideen. Die kann ich euch aber erst sagen, wenn's losgeht, ja? Ja, okay. So, das sind so Sachen, die können wir auf den letzten Drücker machen. Aber sonst machen die das auch. Aber vergiss das nicht, ne? Vergiss das nicht. Ja, ihr müsst... Am besten erinnert mich dran. Ja, ich will dich zu ändern, wenn ich das... Ja, okay, ich will das. Was halt? Das andere Team möchte angreifen. Das dürfen die noch gar nicht. Ja. Können wir machen. Vielleicht machen... Aber aufpassen, vielleicht machen die auch Fake Calls manchmal. Oh mein Gott, ja. Ja, die Leute schreiben bei mir, in der Wasserkrieger-Base gibt's halt richtig viel Sand. Aber ich will die nicht griefen. Ja, das was griefen. Da nehm ich leider nichts weg. Seelensand, auch guter Call. Jungs, ich hab so viel Gravel. Ich hab so viel Gravel. Wo ist... Ah, warte, da ist... Oh mein Gott! Ich frag die ganze Zeit, wo ein Portal ist. Aber warte, ich... Ich hab doch gesagt, das Schwert. Ja, ja. Sorry, hab ich... Und auf dem Weg zum... Und auf dem Weg zum Schwert. Hier, guck mal, hier bin ich. Warte, ich komm mal. Leute, darf man Dings... Ähm, darf man äh... Von Kisten Sachen nehmen? Also so Stärken... Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, darf man nicht. Wenn wir Stärketränke gebraut bekommen... Bro. Dafür ist eigentlich nicht so viel. Wir brauchen einfach nur ne Pestung, dann haben wir es. Ja, 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 ja. Stärketränke würden halt so nen riesen Unterschied machen. Wenn wir so Splash-Tank und dann 8 Minuten oder sowas... Bro, das wär so krank. Ey, Seelensand... Seelensand wär wichtig für äh... Für uns Bogenschützen. Das wär geil, wenn wir das irgendwie klären könnten. Seelensand? Ja, so drumherum. So wisst ihr das, wenn die da drüber laufen... Achso. Langsam sind das... Oh mein Gott, Jungs. Ja, okay, da müssen wir halt alles ausschnitten. Ich hab nur... Wir will's guten Fib reinbekommen. Ja. Wir können einfach die Border umgehen... Mit... mit... mit dem Nether. Jaja, im Nether ist die nicht. Aber... Wenn man raus... Aus der Border ist, dann ist man instant tot, ne? Also so easy... Also wenn du aus der Border raus bist, dann bist du tot. Das ist kein äh... Dings... Es ist mir fehlen, einmal auszutesten, welche von allen Methoden überhaupt funktionieren. Ja. Von unser was funktioniert? TNT zum Beispiel. Oh mein Gott, vielleicht funktioniert TNT gar nicht. Zwei und fünf, minus 52, 20. Geht das? Komm mal drauf. Hm, nein. Setz mal, ja, okay. Ähm... Wie komm ich hier raus? Jetzt geht's wieder. Also wenn TNT... Wie komm ich bei dem Portal raus? Darf man ins Nether? Darf man ins Nether gerade, Tobi? Jaja, Sie ist auch im Nether, meinten alle. Okay. Okay, ich geh auch ins Nether. Aber die Frage ist, wo kommt man hier raus im Nether? Ich pack mal meinen Scherl... Ähm, man kommt da ein bisschen sehr weit oben raus einfach. Also ich war da grad drin. Du musst da nach unten. Ja, du musst da so runter. Ja, du musst da so runter. Was geht? Du weißt halt nicht, wie man da hinkommt, also wie man das überleben soll. Mit nem Boot! Bau ein Boot und dann dropp da runter. Fahr da so runter. Aber da geht's nirgends so runter bei mir. Ähm, wenn du aus dem Portal kommst, links oder so, müsste es sein eigentlich. Ja. Ja, wo seid ihr ins Nether gegangen? Äh, Schwert. So. Können wir Dreadstone machen? Ja, ja, safe. Leute. Stimmt, Magma Blöcke sind auch gut, danke voll. Boah, Leute, das ist schon richtig gut, was ihr gemacht habt. Ähm. Aber trotzdem, wisst ihr was... Oh, Free End Appellen, danke, Bro. Was, Jungs? Mhm. Was ein bisschen unnötig ist. Was denn? Was? Man kann einfach rüber, oder wie? Obwohl... Ja, genau, das ist halt das Ding. Ich hab noch Obsidian. Aber wenn wir das beschützen, dann ist... Wo soll ich hinpacken? Das ist ne gute Frage. Äh, innen, innen hab ich Obsidian. Ja, mit Enderperlen können die drüber, aber wir machen ja jetzt erstmal eh ne riesige Mauer von Dings. Ne, aber... Wir müssen einen Spot freilassen, wo kein Dings ist, ne? Wo kein Gravel ist. Ich hab grad richtig viel Enderperlen, Leute, ne? Ja, mach ich jetzt auch. Habt ihr einen Warp Forest gefunden? Ja. Okay. Ich seh, ich werd wahrscheinlich hier Sue treffen. Du hast das mit Booten und so, ne? Ja, ja, hab ich mit. Ja, gut, perfekt. Ich hab keine Boote dabei, egal. Aber die Frage ist, was ist, wenn ihr euch jetzt im Nether begegnet? Dürft ihr euch einfach nicht angreifen? Ey, ich hab... Äh, Lukas, wo bist du? Im Nether. Rani, hier Sand, 38 Sand. Ah, ich hab auch noch Sand, 38. Ich dropp hierhin. 38 Sand. Ja. 13 Obsidian. Ja, warte ich, ich baue erstmal Dings. Ja, ja. Okay, warte ich hinten. Leute, die farmen jetzt Lava, ne? Die wollen auch ne Lavaschicht machen. Ja. Ja. Ja, Lavaschicht ist krass. Lavaschicht ist krass. Das müssen wir auch. Das machen wir auch. Warte, dann müssen wir Lavaschicht auch in der Mitte da halt machen. Wo die Flagge ist. Magma-Blöcke. Gold, ey, Goldfarmen ist auch wichtig, ne? Ich geh ins Nether, ich geh Goldfarmen, Jungs. Goldtumpen und sowas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wo ist hier denn, wo ist das, ach hier ist ein Nether Portal, ne? Direkt. Oder? Hä? Wir sind durch das Schwert reingegangen. Und wer hat das denn platziert, Jungs? Jungs, wir müssen auch gleich ein Dach machen oder sowas. Sonst, wenn die Ender-Pellen fahren, dann können die einfach bei den Zweinen perlen. Ja, safe, safe, safe. Sehr guter Call, sehr guter Call. Was? Hä? Die dreißig mit uns sind rum. Die dreißig mit uns sind rum, Jungs. Wir können angreifen. Wir können angreifen. Wir können angreifen. Ey, ich verteidige, ne? Wir können angreifen. Ja, wir müssen erstmal alle verteidigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben die Zeit so falsch eingeschätzt. Wir haben die Zeit so falsch eingeschätzt. Leute, ich bleib hier, ich verteidige. Macht schnell den Dach, macht schnell den Dach. Ihr baut einfach irgendwas zu, egal mit was. Ey, ich komme zurück, ich komme zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich rauskam. Oh mein Gott, wir haben so ein Problem. Ey Team Roots, hört ihr mich? Ja, wir hören nicht. Nein, die hören nicht. Achso. Lass uns nicht fertig machen, okay? Junge, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Ich will jetzt von euch alle, dass wir uns gegenseitig motivieren und wir holen hier den Sieg raus, egal was passiert. Ich komme nicht aus dem Nether raus. Wo komme ich aus dem Nether raus? Da, wo du herkommst. Da musst du dich hochbauen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hergekommen bin. Ey, die Bäume hier rechts, die können uns richtig zum Verhängnis werden. Stimmt. Fackelt die Bäume ab, fackelt die Bäume ab. Ich komme zurück, ich habe das. Warte, Richard, brauchst du die Pots? Ja. Jungs, Jungs, ehrlich, glaubt ihr, das wird resettet, nachdem wir hier fertig sind? Und? Leute. Ja. Weil wenn das resettet wird, dann können wir die Mädchen statt einfach abfackeln. Hört mal zu. Hört mal ganz gut zu. Wichtig, wichtig, wichtig. Was ist los? Jemand in meinem Chat hat gerade geschrieben, Sue will von unten kommen. Ja, das haben wir. Ja. Obsidian ist ja Obsidian. Ja, okay. Ja, aber trotzdem ist gefährlich. Wir haben 100% kein Obsidian. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ne. Nein? Ne. Die Stream snipen schreiben die Leute bei mir. Natürlich Stream snipen die. Stream snipen number one. Wer war das? Jungs, Sue kommt, Sue will kommen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ist das ein Gegner oder ist das ein guter? Ist sie testig bei uns? Nein. Nein, nein, nein. Ich kann sie testig holen. Ich kann sie testig holen. Wo ist er? Wo ist er? Das ist you, das ist you, das ist you. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Wo ist er, wo ist er? Ey, wo ist die Kiste, wo ist die Kiste? Du musst uns sagen, wo? Du musst uns sagen, wo? Bei mir, bei mir im Nether. Ja, hol ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, Luke hat's dich. Legende. Bro, er hat seine Sachen verloren dann. Er hat alle seine Sachen verloren. Nein, 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 nein. Das ist nichts. Es ist nichts gespawnt. Es ist nichts gespawnt. Oh mein Gott. Hä? Ich dachte, du hast die Tests? Das war das you. Ja, ich wusste es. Ich hab nur seinen Kopf gesehen. Der war blau. Ich dachte, das wäre sie testig. Achso, ich dachte, du hast sie testig. Nee, jeder hat einen blauen Kopf, Bro. Von Gegnern. Ja, ja, ich hab das vergessen. Okay, okay. Aber ich hab Stuart, aber... Ey Leute, schreibt mal alle rein, was bei Stuart passiert ist. Schreibt mal, was bei Stuart passiert ist. Was hat Stuart für Items? Was hat Stuart für Items? Was hat Stuart für Items? Oh, das ist so... Bro, Lukas, du bist eine Legende. Dürfen wir das mal einfach kurz erwähnen? Können wir das hervorheben? Egal. Können wir... Können wir einfach alle jetzt auf den Boden pupsen? Ich glaub, das geht nicht. Was können wir? Dafür hab ich dich gewählt, Lukas. Stuart hat seine Sachen behalten, Stuart hat seine Sachen behalten, Leute. Alles? Ja. Oh mein Gott. Alles klar, Jungs, ich geh jetzt einfach angreifen, okay? Geh angreifen, geh angreifen, geh angreifen. Okay, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Warte, ey. Komm. Komm einfach. Ich muss das Portal zerstören. Leute, Stuart hat Stuart bei der Base gespawnt, ne? Man spawnt bei seiner Base dann wieder. Aber man hat alle Sachen, ne? Ja, man hat alle Sachen und spawnt bei der Base. Okay, let's go. Soll ich mit Boot kommen? Komm einfach, Bro, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt strecken gehen. Aber die Leute sagen, Stuart Reitag ist weg. Oh mein Gott. Die extra Items, die in der Kiste waren. Ja, die verschwinden anscheinend. Okay, ey, dann doch nicht angreifen. Nicht angreifen, nicht angreifen. Jungs, wir machen das schlau, hör zu. Die müssen kommen. Wir können, wenn die keine Sachen mehr haben, dann holen wir sie euch. Ja, 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 stark, stark. Dann holen wir sie euch, okay? Wir verteidigen, wir verteidigen. Wir verteidigen. Dann holen wir sie euch. Wow, Kian? Dann holen wir sie euch. Kian fort fünf Minuten noch so. Siu, ich werd dich nicht angreifen. Wir holen sie uns. Aber die anderen, die holen die euch. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Holen wir euch. Motivation, Jungs, wir gewinnen das. Da holen wir euch euch. Jungs, wir haben noch kein Dach, ne? Nee. Junge, ey, was baut ihr hier für'n Knast? Ey, haben wir Obsidian-Knast? Haben wir Obsidian-Knast? Noch nicht, ne? Ich hab Obsidian in die Kiste gepackt. Hast du... Nein, mach unten Obsidian hin, Digga. Baut alles mit Obsidian ein. Wir müssen von oben auch Obsidian, oben auch Obsidian eigentlich. Macht mal unten Obsidian, die können doch einmal von unten rein. Wir sind auf dem Berg. Nein, nein, nein. Guck mal, das ist alles Crime Obsidian. Geht nicht. Pass auf, die wollen jetzt angreifen. Die wollen jetzt angreifen, schreiben die Leute. Okay, okay, guter Call. Ey, ich... Warte, ich geh, ich geh, ich geh da oben hin. Jungs, oben ist sowas wie ein Aussichtsturm. Oben ist sowas wie ein Aussichtsturm. Wer hat jetzt alles im Bogen? Wer hat jetzt alles im Bogen? Ich... Aber ohne alles. Ich hab Schlag zwei, ich hab Schlag zwei. Ey, habt ihr Lapis? Habt ihr Lapis? Warum? Ich hab Lapis vorhin gefunden, aber nicht mitgenommen. Ja. Wo war das? Warum? Warum? Ich kann's holen, ich kann's holen. Ja, dann kann ich meinen Bogen verzaubern. Oh, mein Schwert. Lol. Wie viel Level hast du denn? 63. Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol. Ich hol dich, ich hol Lapis. Warte. Ey, Lukas muss OP werden. Die haben Goldäpfel. Ja, scheiß auf Goldäpfel, ich fick... Wir haben auch Goldäpfel, wir haben auch Goldäpfel. Ey, Lukas! Ey. Lukas, rede anständig, sie wird niemand gefickt, Junge! Was? Lukas! Ich hol dich mal. Ich hol dich mal. Oh mein Gott. Leute, ich hab Aussichtstower, die kommen in die Borderanlagen, guck hinter uns, guck hinter uns, ich geh ins Wasser. Verteidigen. Ey, ich hab übel... Habt ihr den Dreizack? Ich hab übel viel Lapis, Bro, ich hab übel viel Lapis. Obwohl, Pian, wenn du da oben chillst, dann gib mir mal den Dreizack. Oder komm, Pian. Na klar, Schatzi, wo bist denn du? Die haben Stärketränke, die können ja keine Stärketränke haben. Doch, doch, es gab zwei in der Kiste, es gab einen in der Kiste. Ein oder zwei in der Kiste. Die können keine Stärketränke haben, so schnell konnte man keine Stärketränke holen. Ja, Bro, vor allem Stu hat alles verloren. Stu hat alles doch verloren. Er hat nicht mal mehr sein Dings. Nicht mal die Enderpellen, die er gefarmt hat, Jungs. Wie Spaß, tschüss. Ey, Lukas, Lukas, wo bist du, wo bist du? Lukas, wo bist du? Wo haben die... Ich hab deinen Napis. Lukas, wo bist du? Ich hab deinen Napis, ich hab deinen Napis. Ja, komm mal hinten runter, da zum Strand, da wo die eine Base ist da. Bro, warum bist denn runtergegangen, Mann? Ja, hier vorne, links von dir wahrscheinlich. Ja, ich muss grad erstmal hochkommen wieder. Achso, wo bist du? Sie haben Stärke. Wie könnt ihr Stärke haben? Ja, einer hat einen Stärketrank von uns doch auch. Citastic hat einen Stärketrank. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. 36, los, los, los. Ah, nicht Citastic. Ich hab vier Goldbar drin, ich bin auch noch einen, dann kann ich mir den Helm machen. Ey, Jungs, fühl mich hier oben echt brutal wohl. Sie wollen mit vier Leuten angreifen. Vier Leute, okay, einer verteidigt nur. Aber passt auf, ne, es kann auch ein Fake-Call sein. Ihr müsst aufpassen. Ja, ja, ja. Damit ihr uns zwingt, da auf einmal so... Schnell, wir müssen schnell machen, wir müssen verteidigen. Warte, war hier nicht irgendwo ein Zaubertisch? Ach, Bro, ja, hier, hier. Kannst du mein Schwert verzaubern? Ja, es kommt nichts Gutes drauf, warte. Egal, egal, egal. Ja, verzauber deine Rüstung oder so. Wo bist du, warte mal, wo bist du erstmal? Was ist das? Egal, ich nehm Nockweg zwar, ich nehm... Ja, ja. Oh mein Gott. Gib mir Dings, gib mir Dings, gib mir das Schwert. Danke. Danke. Anscheinend kommen alle vier angreifen bis auf die Tastic, erst allein in der Base. Okay, okay. Was, die Tastic allein in der Base? Ja, egal, 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 egal. Wir verteidigen, wir verteidigen erstmal. Aber Tobi hat jetzt nichts gemacht, deswegen sollte das erauf sein, oder? Ich hab bei dir immer schon eine Abedition, oder? Ja, ja. Digga, aber ich hab Schadness vier, das wird die doch coolten oder sowas. Bro, Schadness ist okay. Ey, sind wir Team Rot oder Team Low? Wir sind Team Rot. Aber wir haben uns ja nichts ercheatet, wir haben das selber gemacht. Wir haben das Lapis geholt und dann... Ja, ja, ja. Lukas, wo bist du, Lukas, wo bist du? Ich bin hier bei der Base. Hier, hier, komm her, komm her. Ich bleib wachsam. Ich bleib wachsam. Jungs, die können einfach mit Wassereimer rein gerade, ne? Ich bleib wachsam. 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 Ich hab noch ein schärfer Henschwer. Ich bleib wachsam. Ich bleib immer noch wachsam. Ich bleib wachsam. Alles gut, ich kann das noch verzaubern. Ich glaub, Kian ist wachsam, Jungs. Ich bleib wachsam. 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 Bro. Bro. Kaputter. Oh mein Gott. Soundbot, hä? Wie sind wir? Ein schönes Soundbot. Das ist Human Soundboard. Das ist Human Soundboard. Das ist Human Soundboard. Wo ist Hagrid? Was? Sie greifen an, schreiben alle bei mir. Aber wo, wo, wo? Hey, Pfeile, Pfeile! Pfeile in deinen Nacken! Wo, wo, wo? Das war Kian. Das war Teambeschuss, Eigenbeschuss! Friendly Fire. Warte, gibts Friendly Fire? Ich weiß nicht. Von den ganzen Gegner! Jungs, schlag dich mal mit der Faust! Nico, schlag mich mal mit der Faust, bitte! Wie, du? Pistar Staub! Ja, er wünschte schon, das ist kein Fake. Friendly Fire ist tot. Gibt's nicht, es gibt kein Friendly Fire. Also, warte, ich guck. Ja, geht nicht. Okay, wichtig. Okay, okay, wir können uns nicht gegenseitig angreifen. Stays Staub! Das ist deren Taktik oder so. Aber ne, wenn man was schreibt, dann sieht das anders aus. Ja, aber das ist deren Taktik irgendwie zu sterben. Irgendwas wollten die machen. Ich auch, ich auch. Irgendwas haben die gemacht, damit die gestorben sind jetzt. Vielleicht haben die irgendwas Unfaires gemacht und wurden deswegen gekillt von ihm, vom Admin. Das kann auch sein. Ey, sie kommen von meiner Burg! Ja, das ist der kürzeste Weg, das ist der kürzeste Weg. Ey, ich versuch die ein bisschen, ich hab nen guten Bogen, ich werd die anhitten. Ey, kannst du die richtig anpupsen, Digga? Ich werd die holen. Wie geht's deinem Pferd? Ich flankier die. Bro, die ekelhaften. Guck mal, jetzt mal schnell, wie geht's deinen Deutschkenntnissen? Boah, frech. Man kann sich auch hochbauen, ja, ja. Man kann sich auch hochbauen, aber... Oh! Besterl und Stace haben sich entschieden, eine Warnung zu missachten. Oh mein Gott! Was passiert? Kian hat keine Hunde mehr. Doch, ich hab... Oh mein Gott! Guck mal jetzt, guck mal jetzt! Doch, ich hab dich noch! Boah! Team Bloss bei mir! Team Bloss bei mir! Team Bloss bei mir! Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Vor mir, bei Tridan Space. Beim Ofen, er läuft Richtung Mädchenstadt. Wer ist da? Ist der alleine, ist der alleine! Beim Ofen, beim Ofen. Ist der alleine, Stadt stehen, Stadt stehen. Okay, mach da. Wenn du Hilfe brauchst, komm ich. Er ist allein, er steht vor dir. Okay, seht den perfekt. Drauf, 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 drauf. Nicht alle, aber nicht aufteilen so sehr, ne? Also du gehst allein. Bei mir ist einer! Ich komm zurück, ich komm zurück, ich komm zurück. Das ist hier unten, das ist you. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich komm mit seiner. Ich komm mit seiner. Bro, ey, die reden ingame, die reden ingame. Die reden ingame, Leute. Oder? Ne. Ey, okay, okay, okay. Greif ihn an, greif ihn an! Ich kann einen holen. Sitashi, ja, ja, ja. Greif ihn an! Das ist Tridan, ich kann Tridan holen. Schön, Sitashi! Aber wieso, er macht nichts. Er ist grad irgendwie los. Schön. Ich hab mich doch zwei getroffen! Gib mir mal euer Holz! Boah, schön! Schön, Bro! Tut mir leid, Digga, aber wir müssen das machen. Ja, warte. Schön! Wie viel brauchst du? Bro, dein Schwert ist, Sitashi, du darfst nicht sterben, dein Schwert ist super. Könnt ihr mir eine Leiter klären? Leiter? Wie Leiter? Ja, wie macht man Leiter? Ich kann Leitern machen. Sticks, Sticks, Sticks wie ein Haar machen. Sticks wie ein Haar. Ich mach hier oben aus, die Tower, okay? Ist viel schlauer. Ja, mach, 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 mach. Bro, das Ding ist, wir müssen eigentlich die Mädchen statt, die Bäume abbauen, oder? Oh mein Gott. Ja, Tri, dann holt mich. Tri, dann holt mich. Nein. Bro, hinter dir ist noch jemand. Renn weg, renn weg, renn weg, wenn du kannst. Hinter dir kommt noch jemand. Wo bist du, Lukas? Hast du Goldapfel gegessen? Du hast Goldäpfel. Nein, nein, nein. Ich mach, ich mach. Jungs, wo ist Lukas? Ich helf ihm. Lukas, du hast die krassesten Sachen. Du darfst nicht sterben. Ey, Lukas, vergiss nicht. Renn weg, Lukas, renn weg, Lukas. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Alles gut, ich bin da, ich komme, ich komme, ich komme. Wer ist Nathalie? Okay, drauf, drauf, drauf. Ich gebe dir die Leitern. Ich gebe dir die Leitern zu Kian. Ja, wo ist Kian? Wo bist du? Alles gut, Lukas. Ich bin hinter dir, Lukas, ich bin hinter dir. Ich komme auch, ich komme auch, ich komme auch. Ich finde ihn gut. Ey, Bogenschütze soll auch zu mir kommen hier oben. Jemand, der gut schießen kann. Ich sehe ihn nicht mehr. Muss Shader kurz ausmachen. Ich auch, ich mach Shader auch aus. Ich mach auch Shader kurz aus. Okay, alle Shader ausmachen, alle K drücken. Ja, lass einfach K. Was mit Siu los, weiß ich nicht. Kann ich auch Dings drücken, Y? Kannst Y drücken. Stace ist bei mir, an der Base. Okay, okay, Stace ist an unserer Base, Stace ist an unserer Base. Wo ist er? Er hat Angst. Stace, to the Base! Holt ihn euch stehen, verdammten Dreckigen! Die wollen von verschiedenen Seiten kommen. Wo seid ihr jetzt, Alter? Erstmal positionieren, wo seid ihr? Ich bin bei der Base. Ey, Stace ist ein Ding. Stace ist in dieser Burg, in dieser Burg. Okay, gut. Schönen. Netherite, du? Ja. Okay, jetzt geht's zu Netherite. Ich pack mich safe. Ey, Stain, ich seh ihn, er ist bei dir! Ich fight halt gegen 2, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Los, du Riton! Hol ihn, hol ihn, das ist easy, das ist free. Ja, komm weg, 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 weg. Ey, ich wollte Achverlein nicht wassen. Ich hätte ihn wassen lassen müssen. Aber Pischer? Ja gut. Ist da noch jemand bei dir? Ja, Triton. Ich komme, ich komme, wo, wo, wo? Ey, Jungs, aber warte mal, kriegen wir die Punkte, wenn wir die killen oder so? Ne, ne, ne. Ne, wir kriegen nix, aber wir holen deren, weißt du, alle, die so Sachen gekriegen, genau. Ich verdiene immer ein Eis. Ich verdiene immer ein Eis. Ich verdiene immer ein Eis. Wir machen die gerade schwächer. Wir machen die gerade so schwach. Wir müssen... Wir müssen... Ja, okay, geh hin, geh hin. Mach, 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 mach. Ich höre Triton. Ich tue es jetzt für die Freiheit. Ich tue es jetzt für die Freiheit. Ich tue es jetzt für die Freiheit. Versuch nichts zu verlieren. Das ist sehr wichtig. Wo bist du, Lukas? Wo bist du? Ey, ich bin in der Schlucht da. Bei welcher? Wo? Wir proben Wassereimer. Haben die hier noch Wasserquelle? Ja. Wir haben doch Wassereimer bekommen, Bro. Haben wir nur... Ja, ich mein... Ja, 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 ja. Bro, ich weiß nicht, wo die Schlucht ist. Die Schlucht. Die Schlucht. Die Schlucht. Die Schlucht. Die Schlucht. Die Schlucht. Ey! Diese Phantome jetzt, ne. So nervig. Ja, ja, so nervig. Ey, was war denn? Ich komm mit dir. Ich komm mit dir. Ich komm mit dir. Die Phantome. Ich bin tot. Ich bin tot. Warum? Weil Tridan gut ist im PvP. Geil. Ich geh wieder zurück. Das war sehr knapp. Er war auch low. Wie? Wie? Hä? Liga, Tridan ist richtig gut im PvP. Ja, ja, Tridan. Aber... Richtig im Wetter. Ich erte mich kurz im Timing drin. Ich muss mein Timing verbessern mit den Hits. Bro, diese Scheiß-Dings. Bro, diese Scheiß-Dings. Hä? Siu? Was machen die? Er hatte halbes Herz. Nein, ich hätte weiter falten sollen. Nein. Du bist besser, Lukas. Lukas, du bist besser. Du bist besser. Ja, ich bin fast eine Scheiße. Ey, Zitash! Ich hab die 2-E-1 fast geholt. Wir machen uns einen Boti, okay? Ich hab... Bro. Zu cheated Goldäpfel. Zu cheated Goldäpfel, schreiben die Leute. Bia cheated Goldäpfel. Unfair. Das ist unfair. Warum kann ich mein... Okay, Zitash, wir sind jetzt die Piraten. Komm mit. Das darf man nicht. Loot und Atmen. Ne, der ist nicht bei uns drin. Ey, Zitash! Hör dein Meister zu, weil ich mit dir rede! Ja, wir machen... Wir machen jetzt einen richtig saffenden Tag. Okay? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ey! Wollte nur Bescheid sagen. So. Die können halt von unten kommen. Ja, aber das ist Obsidian. Ey, Zitash! Ja? Zeig mir deinen Fuß! Oh mein Gott, ich hatte die ganze Zeit einen Lave-Eimer. Aber ich brauch... Ey, haben wir irgendwo Eisen? Hat irgendwer Eisen von euch? Nee. Heiho! Heiho! Ich mach alle froh! Denn ich... Ich brauch noch mal einen Weiße-Eimer. Ich brauch noch einen Weiße-Eimer. Nimm Pfeil in seinen Po! Hey! Was macht Zitash? Zitash, komm mit! Zitash, komm mit! Ja. Ja. Nein, er cheat mit dem Gold-Eimer. Er bekommt immer zwei Weiße-Eimer. Hier rechts! Du rechts! Rechts lang! Rechts lang! Ach so! Hä, Bro! Das darf man doch nicht abusen! Anscheinend, Digga. Bro! Das ist wirklich low. Ja, okay! Ich weiß, wie ich das mache. Es ist wahrscheinlich nicht gegen die Spielregeln, aber ein ganz dickes L ans Yuda. Also wenn er sich grad cheatet. Da muss man halt aufpassen. Ich glaub, ihr habt wichtigere Dinge zu tun als die Bäume. Aber es ist eigentlich auch nicht schlecht. Es ist eigentlich auch clever. Aber trotzdem ist das halt so ein bisschen... Ja, ist halt... Ja, aber es ist schon eklig. Ja, wir haben hier die Bäume auf unserer Seite, aber wir sehen unseren Namen. Weißt du, was wir oben auf unserer Seite haben? Ihr müsst sneaken, ey, ihr müsst sneaken, sonst sehen die eure Namen. Leute, was ist eigentlich jetzt der Plan? Weiter vertreten, oder? Wir müssen die eigentlich gleich mal angreifen. Nico, sag, wenn jemand kommt. Ich muss kurz was machen. Warte, ich muss was machen. Warte, ich muss was machen. Team Blau kommt. Mädchenstadt. Einer bei der Mädchenstadt. Mädchenstadt, Mädchenstadt, Mädchenstadt. Hier rechts. Geht sie gut. Das war nicht bei mir. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm. Hier rechts. Wo, wo genau? Einer nur. Hier rechts. Jungs war's, sagt, sie hält sich gut, dann ist du gar nicht mehr still, okay? Einer versteckt sich. Einer kann eigentlich halten, sonst hören wir. Erst vor mir. Jungs, lass einfach laufen. Wir müssen einen sehen gleich. Da läuft noch irgendwie. Ich seh' ihn, ich seh' ihn. Zutatastic, Zutatastic ist das. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Zwei sind das, zwei, 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 zwei. Zwei bei uns. Ich guck, ob einer links kommt. Die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen bei uns. Ich komm zu dir. So her. Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Stace ist bei mir, Stace ist bei mir. Er kommt von unten, Stace kommt von unten. Ich hole ihn, ich hole ihn. Nico, guck du auf Dings weiter, guck du auf Dings weiter. Was ist das? Er war in der Mitte in Stadt. Er ist am Haus. Er ist am Haus. Ich geh zu Tastic. Ich geh zu Tastic. Ich komm, ich komm, ich komm. Greif ihn an, greif ihn an, greif ihn an. Ich komm, ich komm. Ich geh, aber ich hab keinen. Ich komm von der anderen Seite, ich komm von der anderen Seite. Wo ist das? Ey, Bro, wie sind die Loops? Ey, Stace, wo bist denn du? Stace haut nur ab, das ist Ablenkung oder sowas. Der will nur Ablenkung machen, ich lass ihn weg. Ich kann nichts machen und der läuft die ganze Zeit nur weg. Bro, wo ist es da? Die haben gezaubert. Der hat uns weggezaubert. Pichter baut sich rein. Bei mir. Wynie, Pichter bei mir. Drauf, 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 drauf. Ich hab's gefunden. Bro, ich werd die ganze Zeit von Dings angegriffen, Mann. Komm, Mini-Zombie. 140, 153. 153. Hat mir gut Damage gemacht, Wynie. Ey, Sneak, 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 Sneak. Ah, Pichter. Baut alles wieder zu, baut alles wieder zu. Alles zubauen, alles zubauen. Er hat sich fast eingebaut. Ja, vielleicht sind die jetzt schon wieder. Wo Stace, wo Stace, Lukas? Der ist einfach nach hinten zur Festung abgehauen. Ey, Sitashi, wollen wir mal was versuchen? Wir müssen das schnell machen gleich. Ja, ja, ich kenn uns, ich sind schon da. Wo seid ihr? Bei deren Festung? Ja, ja, ja. Jungs, wir müssen uns auf beide Seiten aufteilen. Die dürfen nicht einfach dann auf einmal kommen. Pischt das bei mir. Pischt das bei mir? Ja, der ist grad gespawren. Wer ist noch? Ich kann Siu nicht angreifen. Siu greift mich nicht an. Ist einer von uns schon gestorben? Nein, ne? Wir wissen gar nicht, wie wir spawnen, wenn wir gleich sterben. Oh mein Gott. Double Tap Flip Reset. Jungs, ihr schreibt da irgendwelche OP PvP-Techniken. Wir sind nicht in Rocket League. Double Flip Reset, Bro. Ich bin drin. Bist du drin? Ich komme. Jetzt kommen wir da hin. Jungs, ihr könnt euch zur Legende machen. Kiam, weißt du, wie viele grad bei dir sind? Bei der Base? Pass auf, stimmt. Bei Team Blau ist einer weg. Lukas, du, Lukas, du patrouillierst die ganze Zeit rum. Ich guck auf der einen Seite. Ey, komm auf Trinan, komm auf Trinan, komm auf Trinan. Ey, das Stace, das Stace, das Stace ist wieder da unten. Stace ist wieder da unten. Der hat sich da durchgebaut, der hat sich durchgebaut. Der will sich unter die Base bauen, der will sich unter die Base bauen. Aus der Burg raus. Er will sich von der Burg aus runter bauen. Und verfolgt ihn, Lukas. Ich kann einen Enderperlen auf ihn werfen, um ihn zu töten, aber... Nee, 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 nee. Waste das nicht. Ich hant ihn einfach, ich hant ihn einfach. Wenn du, Niko, bleib du einfach bei der Base, dann... Genau, genau, genau. Was ist mit Citastic? Wieso ist er weg? Citastic ist abgehauen, ja. Ich weiß nicht, wo er ist. Pass auf, Stace kann von unten kommen, irgendwie. Wo bist du, Niko? Ich bin jetzt bei der Burg hier, neben unserer Base. Niko, geh du wieder hoch auf die Burg. Ich suche Citastic, wo er abgehauen ist, ja? Niko? Niko, kommst du hoch? Patrouille wieder hier oben, Patrouille wieder hier oben. Stace, Stace, Stace! Stark, Bro. Stark, Bro, Stark, Bro. Oh mein Gott. Ich guck, ob ich Citastic finde. Citastic ist wieder da, Citastic ist wieder da. Let's go! Wo ist der? Ich weiß es nicht, der war eben nicht da. Wird es jemand gerade bei der gegnerischen Base? Ich, ich, aber sie sind alle hinter mir. Sie greifen an, sie greifen an, aber wo greifen die an? Wo ist die Tastic? Wo warst du, Lukas? Ey, die verfolgen mich zu dritt, Jungs. Die Bank sollte ein Free sein. Sie sind zu dritt hinter mir. Jaja, ich geh grad von unten. Ich mach das ganz sehr, sehr präzise. Okay, ich verteilige weiter. Man nennt mich nicht umsonst Osman, den Goldgeber. Aber ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Alles was Ryan ist das? Ey, ich mach noch eine Sache, die glaub ich immer smart ist. Ich versuch das einmal. Smarties. Absolut. Stark, Bro. Ey, ich platz dir alle hier weg, Jungs. Ja, Bro, du hast die krassesten Sachen. Ey, zieh in den Tasch, du bist der geilste Junge. Weiter so, du Sau. Was passiert eigentlich, wenn wir keine Flagge bis zu dem Zeitpunkt geholt haben? Bro, das wär hart, das wär hart. Weil im Moment sieht's nicht danach aus, dass wir... Es war ja nur ein Thema nah dran, so. Bro. Alles gut, alles gut. Chill einfach. Wir machen das schon. Lass Kieran das machen. Hey, ich hab da kackt. Let him cook, let him cook, okay? Ey, kämpfst du immer noch gegen die? Ja, ja. Pischer und Stays sind bei mir. Ich kämpfe immer noch gegen die. Ist das grad jeder gegen ihn? Das ist äh, das ist blau gegen rot. Das ist Capture the Flag. Wir haben hier quasi ne Base. In der Mitte ist ne Flagge. Habt ihr denn ein Verbrennensschwert her? Wir haben verzaubert. Wir sind verzaubert. Wir haben Lapis selber gefarmt. Und haben, äh, Dings haben dann verzaubert. Tja, Tobi, da staunst du, oder du Sau? Wir haben's komplett selber gefarmt. Wir haben... Auf den Zaubertisch? Ja. Ja, Zaubertisch. Ja, den Zaubertisch, der stand da. Oh oh. Respekt. Ja. Also wir haben nix aus Kisten rausgenommen. Sie haben Golfäpfel gecheatet. Wenn das ein Regelverstoß sein soll, dann weiß ich auch nix mehr. Dann weiß ich auch nix mehr. Dann weiß ich auch nix mehr. Ja, ich... Ich weiß auch nix. Aber Trina hat auch übrigens gut was ausgehalten. Bro, aber was du für n krasses Schwert du bekommen hast. Das ist so krank. Ne, das ist... Zitachi, ich hab das nicht. Ja, ich weiß, aber du hast es bekommen. Jungs, ich bin am Arsch. Jungs, ich bin am Arsch. Warum, warum? Ich brauch Hilfe. Wo bist du? Meine Hände sind so kalt. Das Ding ist, kriegen wir ne Nachricht, wenn die unsere Flagge haben? So, wenn wir es nicht merken mäßig? Ich glaub schon. Ich geh mal kurz gucken. Du merkst das schon, keine Sorge. Obwohl... Bis jetzt seh ich keinen, der hier ist. Ja, die können sich halt graben, ne? Das ist immer das Problem. Ey, die sind alle gefühlt bei denen zu Hause. Ja, man. Die nerven richtig. Ich hab keinen Boden. Ey, es baut sich ja unter unsere Base. Passt auf. Wo, 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 wo weiß das? Jemand hat es in meinem Chat geschrieben. Ja, ist die Testic wahrscheinlich. Weißt du, wo genau? Wer baut sich unter die Base und wo ist er ungefähr? Bitte einmal schreiben. Wir brauchen den Eingang. Ganz schnell, ganz schnell jetzt. Ey, ich komm zurück, weil es geht hier nicht. Hier passiert nichts. Ich muss, ich muss... Ich muss erst mal... Wo sind die reingekommen? Ich muss ganz kurz mir einen Ausgang machen. Okay, Chat. Wie kann das abbauen? Willst du dich mit Motti? Hä? Bis jetzt ist... Ich seh nichts. Versuch mir jetzt erstmal hier so ein... Ich weiß nicht. Also, es kann sein, dass die weg ist. Also, es kann sein, dass die weg ist. Ich seh das ja nicht. Ich seh nicht durch Wände. Ich hab mir nichts gemerkt. Ich bin bei dir. Äh, äh, 97. Merk dich das, okay? Wir brauchen eigentlich einmal darin kurz. Ich hab mir nichts gemerkt. Oh mein Gott, warte. Ich versuch mal kurz was. Ich versuch mal was. Ich bin hier... Ja. Wir haben vielleicht mal gesehen, ob der was nach oben mit Boot in die Reichtung ist. Ich weiß nicht. Ne, ich seh nix. Ich seh nix, Bro. Sehr gut, Chat. Na, mit Boot nicht. Das Ding ist, äh... Ich muss kurz was einstellen. Ich hab die ganze Zeit Push-tock an. So kann ich aber gleich nicht kämpfen. Wer hat da Wasser hochgemacht? Wer hat das mit dem Wasser da gemacht? Ich nicht. Mach das Wasser da weg. Jungs, ich brauch jemanden, der die ablenkt, damit ich reingehe. Wir könnten zu zweit einfach deren Base stürmen, Sitaji. Ja, ey. Wenn ihr zu zweit rangeht, kann ich von unten deren... Okay, machen wir, machen wir. Ich hab keine größere Füllarbeit verdrückt. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ist egal, ist egal. Allein wenn ihr Stress macht, das reicht schon. Wisst ihr, so ein bisschen Taddeus. Beim Sterben wird katastrophal. Weil wir haben nicht gute Eisnis dabei. Flüstern, spartet, lautstärker anpassen. Hast du eine? Hast du eine Appellation? Mikrofon stumm schalten. Oh Gott. Hast du irgendwas geschrieben mit Mäßig, dass sie sich unten irgendwo hinbauen? Ähm. Spreicht aber keiner mehr sonst was. Zubaut sich jetzt unsere Base. Die Frage ist, wo? Okay, sneak 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 sneak, wenn du kannst. Die wissen das eh, dass wir hier sind wahrscheinlich. V. Einstellungen. Ey, sag mal, wenn ihr da seid. Seid ihr da? Seid ihr da? Hallo, hallo? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hallo? Okay. Mikro, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Okay, okay. Ich muss kurz was umstellen. Ja, ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Das sehen wir halt nicht. Ich auch nicht. Ich muss wissen, greift ihr an? Ja. Ich hab vergessen, ich hab kein Schild dabei. Mikro, guck dich um. Ich bleib hier und muss nur hören. Ey, Tsitashi, da wo du gerade bist, bist du genau drunter? Ich muss kurz wegfallen. Ich komm, ich komm, ich komm. Wir haben keine Frage. Wer hat die Frage von denen? Hä? Ich bin doch bei der Frage. Wann kann ihn? Hier ist nichts. Hä? Das müsste so ein Wollblock sein. Hier ist nichts. Wie das nichts? Admin? Admin? Tobi? Hat keiner gesagt? Rani, siehst du ihn? Wo ist der? Ja. Du warst da drin. 200 Pro. Ja, dann ist es verbar. Rani, soll ich kommen? Ja, ich bin ja immer noch drin. Alles gut. Wenn du Hilfe voraussagst, bescheid ich komm direkt. Ich halt zum zweiten Ausschau. Alles gut. Oh, mein Trin hat sich der Ex-Dux genommen. Ja, dann ist er verbar. Einer nähert sich. Noch einer. Von links. Habe ich die Frage? Ist die Frage. Hast du sie oder nicht? Die ganze Zeit. Mein Schild ist tot. Ich bin tot. Nein. Ich kann nichts machen. Ja, Bro. Das ist ein Bug. Hä? Aber ich konnte nichts machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Leben. Ich hatte anderthalb Leben. Ich hatte anderthalb Leben. Es war so knapp. Schau wieder ab. Er hat Goldapfel benutzt, aber ich nicht. Ich weiß nicht, wenn keine Frage da ist. Erst bei mir. Einmal kurz. Dreif an, dreif an, dreif an. Dreif an, dreif an, dreif an. Ja, ich geh runter. Ey Jungs. Das Ding ist, ich glaub, Siu geht rein bei uns. Hä? Zaun abbauen? Ey Jungs, hört mir zu. Ihr müsst jetzt noch einmal kommen. Bro, wenn da kein Zaun... Ey, Lukas war ja drin. Da war ein Zaun, aber da war... Da war halt nichts. Es geht um die Blattung, nicht um den Zaun. Lukas, wo hat sich Dings reingebaut eigentlich? Stace? Ich weiß es nicht. Meinst du nicht, du warst hinter ihm? Digga, ich treff ihn einfach nicht. Was? Nein, nein, nein. Ich mein, ich hab hier drinnen grad jemanden gesehen. Nein! Wo hast du einen gesehen, Rainy? Wo hast du einen gesehen? Scheiße, Digga, die haben mich. Oh, scheiße. Ey, die haben mein Ding. Aber egal, ich hab nichts Wichtiges verloren. Alles gut. Ey, die Frage ist, wenn es keine Flagge gibt, dann... Stace ist auch unter der Erde. Die graben sich halt unten rein. Ja. Die haben jetzt meinen Tunnel da. Ich höll hier sonst einmal alles aus unten drunter. Wir müssen da jetzt angreifen, Jungs. Alle? Ja, das Ding ist, nicht alle, aber ich komm halt nicht unten ran, weil die Digga, die holen mich einfach jetzt... Ja, aber warum? Sollen Niko alleine verteidigen oder was? Ich war da wirklich so für zwei Minuten drinnen, aber es war keine Flagge. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ja, wo ist Tobi? Du hast nicht mehr da oder so. Du hast den nächsten Teil verzaubert, ich weiß. Habt ihr gerade hier was abgebaut? Ich baue mich... Ja, dann... Das waren wahrscheinlich die dann. Das waren die dann. Wir bauen nichts ab. Ich hatte die Flagge. Die sind drin, die sind drin, die sind drin. Bei uns? Ja, die sind safe drin dann. Kannst du sein, denn ich bin unter uns. Aber kannst du einmal zeigen... Kannst du genau einmal über die Flagge gehen? Was denn? Ich seh... Wie? Hä? Einmal genau über die Flagge gehen, sodass ich weiß, wo die Flagge ist. Sodass ich mich da... Hier, 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 wo ich jetzt bin. Wo bist du? Stays ist an der Base bei uns, anscheinend. Wo bist du? Ich seh ich gar nicht. Ich bin hier gerade. Okay, ich weiß wo. Hier genau. Hier müsste es sein. Ja, aber ey, aber was ist... Warte, warte. Tobi, wir waren gerade bei der Flagge, da war nix. Wir waren schon bei der Flagge von denen. Ich hatte keinen Wallblock oder sowas im Inventar. Die waren nicht da. Was? Kannst du mal nachgucken, ob die überhaupt da ist bei denen? Also, wir waren da und haben nix bekommen. Ja. Wenn Sue genau hier drunter ist, aber... Ich hab einfach nur was Abbau... Also, Abbau gerutscht. Ich hör's, ich hör's, ich hör's, ja. Ja, ich wollte halt nur den Call geben, halt. Aber das ist... Alle sagen in Sue's Chat was... Ja, aber ihr sagt ja auch, was ich mache. Deswegen ist das, glaub ich, fair. Ja, safe. Ja, das kann man nix gegen machen. Ah, ich hab jetzt wieder Gold erfüllt. Sonst müsstest du mal nen Chat ausmachen. One place to the place! Riny, beide haben ja die Vorteile mit den Pätzen. Deswegen... Ja, deswegen sag ich das. Da ist niemand. Tridan kommt. Ich seh grad keinen. Leute wollt ihr angreifen? Ja, aber das ist ja dumm. Wir hätten jetzt eigentlich die Flagge schon von denen gehabt. Ja, ja. Das ist krass. Also, ich hätte auch noch rauskommen müssen, aber ich hatte halt genug Zeit, weil Tridan die ganze Zeit... Digga, ich hab mein... Jungs! Bist du gestorben, Lukas? Ich hab mein Schild aus Versehen weggepackt. Könnt ihr mir kurz helfen kommen? Wie, du hast dein Schild weggepackt? Ich hab das aus Versehen weggelegt, Digga. So dumm von mir. Ja, töte dich einfach. Aber behalt eigentlich die Gold, damit's fair ist. Ihr müsst schnell kommen. Wie? Wo bist du denn? Wir können doch nicht einfach spawnen bei dir. Warte, warte. Ihr müsst schnell kommen. Ich hab Stasis bei mir. Er verfolgt mich. Ey, Leute, können wir mal was Positives sagen? Auch wenn wir es nicht haben, haben wir es trotzdem geschafft, da hinzukommen. Das ist ja was Gutes. Immer ans Boot bedenken. Es sind noch 30... Es sind noch 30 Minuten. Es sind noch 30 Minuten. Er kommt von hinten dann, wenn er mit Boot kommt. Im Wasser. Es sind noch 30 Minuten, Leute. Keiner baut sich? Nein, bei uns ist keiner. Wir bauen elf. Ähm, Tobi? Tobi war die Flagge jetzt. Ist die da oder nicht? Nein! Nein! Schade. Nein. Digga, jetzt... Ich hab mein Schild aus Versehen weggepackt. Das war auf 9. Sitashi ist unter mir. Das seht ihr nicht. Das seht ihr nicht. Die Leute schreiben mich so immer mit Axt kämpfen, stimmt. Weil Trida macht das sehr gut mit dem Schild. Der hat richtig gutes Timing dafür. So, komm von hinten. Ich hatte Schild auf 9. Nein! Hä? Du kannst uns einfach wieder auf Apt... Lukas, hast du deine Sachen noch? Nein, dann hab ich... Ich hab alles verloren. Hast du noch Lapis? Nee, ne? Ich lass es einfach nicht. Ich geh jetzt jetzt hin. Ihr könnt die Goldäpfel duplizieren. Ja, aber wir sind nicht unfair. Wir wollen fair spielen. Ja, das ist schon echt eklig. Aber wenn ich Sting wäre, dann könnte ich mich jetzt einfach töten lassen. Und Goldäpfel holen. Ja, das ist... Ich versuch's nochmal. Das ist komplett abusing, wenn man das macht. Aber wir machen das nicht. Komm, wir machen das nicht. Sue kommt von hinten, ne? Mit dem Boot. Ja. Schau dir gar nicht nachher. Ich seh halt keinen. Ey, Sue kommt. Sue kommt. Sicher? Ich seh halt keinen. Seht ihr ihn? Ich seh gar keinen. Hier liegt aber ein Schwert. Los. Ey, wir müssen... Ich will gegen die gewinnen, Leute. Achse ist viel besser als das Schwert. Nein, Bro. Bro, Bro. Achse ist nicht stumpf besser. Du musst das Schild damit halt brechen. Ja. Tridan, komm. Tridan, komm. Tridan ist wirklich gute PvP. Von wo? Von wo? Ich versteh halt nicht, wie Tridan mich holen konnte. Ich hab ihn eigentlich ausgeglichenen Hits gegeben, aber er hat halt einfach... Keine Ahnung. Richtig gute Rüstung oder so. Keine Ahnung. Ich hol die jetzt. Aber er hat auch richtig gut das Schild-Timing gemacht. Verteidigt ihr? Ja, ich verteidige gerade sie. Er will unter der Erde kommen. Pass auf, pass auf. Ich hab da so ne kleine Höhle ausgegraben, damit ihr sehen könnt, wenn er unter dritten ist. Das... Oh, oh, vor mir ist jemand, vor mir ist jemand. Ey, Lukas, Lukas Sitashi. Bei Tridan Space, bei Tridans Kuppel. Ich brauche euch gleich als Angreifer wieder. Ich bin schon da. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Vor mir ist Sioux. Sioux kommt nicht per Boot. Aber kurze Frage, was war das? Bei Kians Kuppel war der gerade. Ich weiß es nicht. Tobi wird wahrscheinlich uns beobachten und wird... Tridan ist bei mir. Tridan ist bei mir. Okay, okay, okay. Er ist auf der Wasserseite. Ey, Lukas, das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance jetzt. So was ist das? Ohne Tridan hätte ich die Flagge noch easier bekommen. Er baut sich hoch, er baut sich hoch, er baut sich hoch. Ja, ja, ja. Schie... Ja? Ja, er baut sich... Er hat halt Bogen, Leute. Ich kann nix machen. Ja, ja, angreifen, angreifen, angreifen. Also einfach verteidigen mit Schild, mit Schild, mit Schild. Einfach Schild. Wie er baut sich hoch? Er baut sich komplett hoch, ich kann nix machen. Genau deswegen. Er will mich halt runterschießen. Ich hol die Flagge jetzt. Ich hol die Flagge jetzt. Ich hol sie, Leute. Ich hol sie. Ich hol sie. Ich hol sie. Ich hol sie einmal jetzt. Leute, ich fahre einen mit nem Bogen oder so. Hab ihn runter, hab ihn runter, hab ihn runter. Ein Pfeil, ein Treffer. Tridan ist gefallen wie ein Loser. Wo ist der? Wo ist der? Wir müssen seinen Bogen... Er haut ab, er haut ab. Das war eine schöne Line, Bruder. Ich packe ihn mir. Ich packe ihn wieder. Rani, du bist so eine Maschine, Junge. Wichtig. Dankeschön, Dankeschön. Ich versuch's jetzt, ne? Ich konnte halt gar nix machen, ne? Ich bin da, ich bin da, Lukas. Ich weiß, ich weiß. Ich verfolge ihn, ich verfolge ihn. Geh rein mit Gebrüll. Tridan muss seine Sachen verlieren. Tridan muss seine Sachen verlieren. Tridan! Leute, ich bau alles ab, ne, was er gebaut hat. Ja, aber er haut komplett ab. Er ist ein Angsthase. Aber ich bau alles ab, damit er es nochmal neu machen muss. Alles nochmal neu, alles nochmal, genau. Alles nochmal, alles nochmal abbauen. Tridan baut sich hoch, schießt unseren Bogen ab und will sich dann zu unserer Base bauen. Ja, das Ding ist, wir müssen unbedingt, dass er den Bogen weg ist, machen. Also wenn er verloren kann, alles gut. Stark, stark. Leute, wenn er einen Bogen hat... Ich kann das nicht abbauen. Hier ist keine Flagge und ich kann's nicht abbauen. Tobi, check das mal ab. Oh mein Gott. Das kann nicht sein, dass da keine Flagge ist. Was? Neu? Zweimal, wir waren zweimal da. Ich muss halt echt defensiv spielen bei Tridan. Also... Ja, Fischer ist halt jetzt auch bei mir. Ja, Tridan spürt irgendwie, wie ich gelaufen. Er fährt mit Bogen und rennt einfach weg und fährt weiter. Ja, Bro. Ohne Bogen kannst du das auch nicht machen. Ich kann das nicht machen. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist halt nichts. Ja, Digga. Da ist wirklich nichts. Ich versuch Tridan den Weg abzusperren. Ich komme. Er ist in unser Base hier. Wir haben gerade Wasser hochgelassen. Ich war das. Ich war das. Also, wenn das jetzt verschonten ist, dann war ich das. Ja, ich jagd das wieder. Ich komm hinterher. Ich versuch ihn mit Bogen zu treffen. Aber war ich jetzt einfach nur blöd und ich hab's nicht gesehen. Aber ich konnte den Zaun nicht abbauen und... Die haben das zugebaut. Ohne, hier. Warte, wo bin ich... Ich hab mich hier unten drunter eingebaut. Wieso wir das dann gewinnen? Ja, wenn wir keine Flagge holen können. Ich weiß... Tobi sagt auch nichts. Ich kann nicht angreifen, wenn jemand da ist. Einer geht gegen euch. Ich bin gerade mit Lukas und ich sind gerade hier bei der Base. Wo hab ich mich denn mal runter gebaut? Egal, ich krieg die ja nicht. Er rennt... Ach, Digga. Bro, er spielt nur mit Bogen. Der Nahkampfvollzeit gar nicht gegen mich. Pischt da viel los raus. Ja, ja. Ey, Leute. Suus und unsere Base ist unterhältisch. Ja, ich geh da gerade hin. Ich geh da gerade hin. Aber ich... Vielleicht hat sich dann abgelenkt. Ey, Twidan kommt hinter mir wieder. Ich glaub, er lenkt ab, damit Suus sich einbaut. Ja, ja, Twidan. Ich komm einfach zurück. Scheiße drauf. Ich kenn einen Spielernamen. Ich weiß nicht, ob das ein Gegner war. Muss, muss. Aus der Mädchenstadt her. Von der Mädchenstadt her. Ah, es ist Ryan. Ja, ich bin genau unter der Flagge. Ich werd das holen. Nein, was? Aber, hä? Einmal kurz. Tobi, muss man nachgucken. Weil da war bei mir wirklich zweimal keine Flagge. Suus bei der Flagge! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Fragst du das? Warum soll ich kommen? Ist er da? Ist er da? Ich weiß es nicht. Schnell, schnell, schnell. Ja, Tridan kommt wieder. Ja, der rennt aber dann direkt weg. Hä? Bro, er hat unauflanggeschossen. What the fuck? Einer hat bei mir geschrieben, einer von denen hat deren eigene Flagge im Inventar. Ja, Bro. Bro, das kann nicht sein. Das ist unfair, Digga. Ey, ich verlieh gegen Tridan. Tridan hat mich übrigens. Ich hab gegen Tridan verloren. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Soll ich kommen? Ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich bin tot. Er hat Lava-Bucket, er hat Lava-Bucket. Wer hat von uns den Lava-Bucket dabei? Ich hab einen. Ich hab keinen. Okay. Er hat mich mit Lava-Bucket angegriffen. Was ist das hier unten, Digga? Ist er jetzt bei uns oder nicht? Ich weiß es nicht. Lava-Bucket viel zu stark. Ich geh wieder rein, ich geh wieder rein. Er ist schon bei uns in der Gucke. Ja, Jungs, das wurde doch zehnmal gesagt. Warum so denn? Er ist drin, er ist Just drin. Digga, ich hab mein Schild, geht nicht. Worte sich denn reingebaut. Krieg's ja auch nicht. Wir müssen das unbedingt zumachen. Warte mal. Geheimgang. Beim Geheimgang. Beim Geheimgang. Beim Geheimgang. Beim Geheimgang. Beim Geheimgang. Beim Geheimgang. Ich komm. Scheiße, Mann. Ich kann nichts machen, Digga, alleine. Aber wo ist er langgegangen? Bei mir, komm her, komm her. Ich kann nichts tun, alleine. Das geht nicht. Die sollen mal die Flagge wieder reinpacken. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass man die Flagge mitnehmen kann, sich irgendwo verstecken kann und das zählt. Hä? Also sorry, wir waren zweimal in deren Base. Trinan hat die Flagge momentan. Ja, Bro, das macht doch gar keinen Spaß dann. Trinan hat, glaub ich, unsere Flagge. Ja, Mädchenstadt, 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 ist hier unten irgendwo. Einer ist Mädchenstadt. Der hat unsere Flagge? Ja, schreiben die Leute bei mir, oder? Aber nein, er war nie da, er war nie da. Jungs, das Ding ist, guck mal, das Ding ist, also ganz ehrlich, wenn das die Taktik ist jetzt, dann ist es vorbei. Also, Bro, wir waren zweimal in deren Base. Aber was hat Trinan? Hat Trinan unsere Flagge? Ey, aber ganz kurz, du kannst doch nicht Capture the Flag spielen, während du die Flagge nimmst, das ist so fair. Bro, das ist kein Capture the Flag. Wenn wir Trinan töten, ist die Flagge einfach weg, oder was? Nein, eben nicht. Dann spawnt die erst in deren Base, Bro. Ja, das ist doch safe, kommt, safe, kommt. Man verliert ja seinen Loot nicht, wisst ihr? Ey, Tobi soll, warum redet Tobi nicht? Ich verstehe das nicht. Aber dann kann doch Trinan jetzt die ganze Zeit einfach irgendwo campen. Ja, Bro, das macht keinen Sinn. Hm. Safe, kommt, safe, kommt, safe, kommt, safe, kommt. Das war nicht richtig, das Spiel. Ja, wir haben schon zweimal geschafft. Das zählt doch gerade gar nicht. Deshalb, ich will kurz, ich will, dass Tobi jetzt kurz was sagt, weil das können wir doch gar nicht so spielen. Gar kein Sinn, Digga. Stays braucht sich bei der Burg irgendwo hin, Leute. Jetzt, jetzt, Spaß beiseite. Leute, Stays ist bei mir. Das ist richtig kacke, was ihr macht. Ja, Tobi, vielleicht könnt ihr gar nichts dafür. Vielleicht checken die Leute nicht. Ja, Bro, wir haben es Tobi doch schon gesagt. Aber es kann doch nicht sein. Also, wenn, Realtalk, wenn die die Flagge im Inventar haben, dann ist das kein Capture the Flag. Also, sorry. Das ist komplett unfair. Tobi, vielleicht ist das einfach nur Missverständnis. Ja, aber wir waren zehnmal bei deren Dings. Nein, Lukas, wir haben das zweimal geschafft. Die Flagge ist ein Wollblock. Ihr habt wirklich den Wollblock nicht gesehen. Ja, aber wart ihr da safe und da war ein Wollblock. War kein Wollblock. Ja, zweimal waren die jetzt da. Ihr standet auf dem Dings. Ja. Auf diesem Zaun. Ich war in dieser Kuppel. Und ihr habt nichts im Inventar davon, ne? Hä? Hä, aber da ist nichts. Bei Team Lau ist nichts. Ich war zweimal da. Die Leute können das alle beweisen. Ich war zweimal da. Ja, wir haben Streambeweis. Alles gut, wir haben Streambeweis. Ich geh, also ich geh mal da hin und guck auch mal. Aber ich werd wahrscheinlich nicht durchgehen. Flamingo, wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Was ist denn? Irgendwer von denen hat gesagt, Kieran soll mal auf und rumzuhauen. Ja, stay safe. Hä, bei mir schreiben die Leute, Tridan hat die Flagge im Inventar von denen einen blauen Wollblock. Ja, ich schau jetzt einfach nach, Jungs. Bro. Wenn er es wirklich hat, dann haben die gewonnen. Bitte einmal, Chat, bitte, aber jetzt nicht irgendwie falsch Fitnar machen oder sowas. Tridan hat keinen Wollblock im Inventar. Tridan hat keinen Wollblock im Inventar. Tridan hat keinen Wollblock, also Chat hat Fitnar gemacht. Aber die haben trotzdem keinen Wollblock bei denen drin. Ihr habt ja nichts gefunden. Ihr habt ja nichts gefunden. Das ist nichts tatsächlich. Ja. Ja, was sollen wir machen, wenn da kein Wollblock drin ist? Hä? Aber. Ich hab auch nichts gesehen. Egal. Wir haben Streambeweis. Wir haben Streambeweis. Also, wenn da nichts war bei dir. Super mit dem Boot. Super mit dem Boot. Ja, aber nein, nein. Der geht ja durch diesen Geheimgang. Wie gerade. Den hab ich zugebaut eigentlich. Wo ist der nochmal? Hier. Kaugummi. Essen. Ihr seid ganz schön langsam. Hä? Tobi. Ist das ein Bug, dass man das nicht sieht? Tobi, wir haben keine Flagge bei mir. Rau, ist doch alles gut. Lass doch einfach durchziehen. Und wir gucken am Ende, wenn du da warst und da war nichts. Nein, Bro. Ist doch auch kacke die ganze Zeit. Tschüss in unser Basen. Wieder. Bro, genau. Wir sind ganz schön langsam. Haben die vielleicht schon unsere Flagge? Kann sein. Sue ist da, wo ich enchanted hab. Ich glaub nicht, dass die unsere Flagge haben. Doch, doch, kann sein. Hier ist ein Weg offen. Halt's auf. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ich hätte die ja auch schon holen können. Wir hätten da sogar chillen. Aber egal, lass einfach chillen. Wir können nichts ändern daran. Und dann müssen wir einfach gleich. Jungs, wir haben die 50 mal gekillt. So was sollen wir machen dann noch? Aber die können ja selbst auch nicht unsere Flagge einlösen, wenn die selbst keine haben. So wisst ihr? Digga, irgendwas ist komisch, Digga. Ich verstehe, dass... Ja, egal. Lass einfach chillen. Wenn wir uns jetzt die ganze Zeit aufregen, wie sollen wir dann gewinnen, weißt du? Ja, stimmt. Das ist vollkommen positive Energie, Leute. Wir sind krass, wir sind krass, was wir grad machen. Wo ist you hier? Bruder, ich werd von ganz Deutschland angegriffen. Leute, man muss sagen, unser Teamwork ist wirklich krass. Bro, ich werd von ganz Deutschland angegriffen! Bruder, wie viele Zombies, wie viele... Ich... Bruder. Digga, Lukas, wir sind hier bei dir. Nein. Bro, ich werd von wirklich ganz, ganze große Familie angegriffen. Wo ist you? Er ist wieder unterirdisch. Er wird von unten wieder reinkommen. Er ist gleich unter unserer Base. Wo ist Tridan? Tridan ist doch gefährlicher als you. Unter eurer Base. Aber Tobi soll halt einfach kurz nachgucken, ob da was ist oder nicht, weil... Ist ja auch praktisch einmal zu wissen. Weil sonst können wir jetzt ja vollkommen auf... Ne, er meinte schon, dass es da ist. Tobi sagt, dass es ist da. You baut Tunnel von Mädchenstadt irgendwo. Die haben da einen Tunnel. Die machen irgendeinen Geheimgang oder so. Keine Ahnung. Leute, baut ihr unter der Mädchenstadt? Nein. Ne. Ich hör einen, ich hör einen. Mädchenstadt, hier ist einer. Hier baut irgendwo einer. Ich weiß nicht wo. Ich hab grad Abbaugeräusche gehört. Digga, warum besiegt er mich? Das kann doch nicht sein. Wo warst du? Wo warst du? Ich? Ne, ne, ich markieren. Bro, das kann nicht sein. Alle sind eine Mädchenstadt von denen. Alle? Hat er irgendwie eine bessere Waffe als ich oder so? Kann das sein? Bro, ich brenne bis... Wie lange brenne ich denn? Weil ich hab ihm viel mehr Hits gegeben, Chat. Kann das sein? Die sind alle unter der Basis. Vielleicht hast du zu schnell geschlagen. Vielleicht hast du einfach zu schnell geschlagen. Nein, Digga. Ich hab ihm wirklich viel mehr... Bro, wie gesagt, das ist doof, aber wir müssen, wir müssen, Bro, wir müssen durchziehen. Sitashi, du bist bei denen in der Nähe, haben die gesagt. Ich war gerade in der Nähe. Ja. Da war ich bei Mädchenstadt. Ja, ja, doch. Ich hab das... Ich chill hier. Ey, Pistar und Sue sind unterirdisch angeblich. Ja, hier irgendwo. Digga, ich checke nicht. Warum sterbe ich eins gegen eins? Das kann doch gar nicht sein. Ich hab Stace immer gekleppt bis jetzt. Ich versteh's nicht. Ich check nicht, wo die sind. Hat er ne bessere... Hat er ne bessere Waffe... Ey, Tridan, Sue und Pistar sind genau unter unserer Base. Die Frage ist halt genau, wo unter unserer Base. Ist halt... Sitashi, du bist genau über den, meinen die aus dem Chat. Geht über den, okay. Oder eben halt, warst du. Stace ist auch bei unserer Base. Die sind zu viert bei unserer Base. Ich geh, ich geh. Geht alle zu unserer Base. Und dann müssen wir dich beschützen. Tobi? Ich hab sie, glaub ich, gefunden. Ich hab sie, glaub ich, gefunden. Ey, ich sag euch ehrlich, ich sag euch ehrlich... Jungs, ich steh, ich steh genau auf dem Blog, so wie Lukas es gesagt hat. Hier ist nichts. Hier ist original nichts. Ich steh hier und das ist, ich sag Real Talk. Also das... Wenn wir jetzt schon dreimal hier waren und dieser Blog nicht da ist, dann... Also, sorry, aber... Ich weiß nicht, wie... Ey, Tobi, soll das mal kurz abschicken? Die waren noch nicht einmal bei uns. Ich hab schon gesagt, ihr seid sehr langsam. Hä? Bro, hat den einer von euch schon? Wie, wir sind langsam? Hä? Nehmt einfach, nehmt einfach die Zeune. Vielleicht sind es unendlich Zeune. Nehmt einfach die Zeune. Baut die Zeune so oft ab, wie es geht. Egal wie, wir sind schon langsam, aber... Nein, man kann die nicht abbauen. Ja, Bro, ich check's auch nicht. Bro, wie soll... Die dürfen doch nicht die Sachen wegnehmen. Wir sind... Hat die einer von euch außer Sinn im Inventar? Ich seh die! Ich seh die! Wo? Und genau unter der Mädchenstadt, hier bei mir. Ach Jungs, wenn wir das jetzt verlieren, deswegen... Bro, ich kann nix mitnehmen, hier ist nix! Ich seh die, Leute, ich seh die! Hier ist nix zu mitnehmen! Bau alles ab, bau alles ab! Sitashi, du bist über den, meinten die Leute. Aber ich check halt nicht, was bedeutet, dass wir langsam sind. Da ist ja einfach nichts. Leute, alle bei mir, alle bei mir! Alle bei mir, die gehören sich alle grad für irgendwelche Apps los. Digga, ist das so dumm. Ich hab die! Ich hab die! Ich hab die! Okay. Ja, okay. Ich bin am Arsch. Das ist so dumm, Digga. Ja, töte mich. Bro, es macht keinen Spaß, ehrlich. Also, es kann nicht sein. Kann wirklich nicht sein. Warst du in deren Base grade? Ja, Tridan ist dann gekommen, weil die natürlich im Chat... Bro, ich hätte zehnmal schon... Also, sorry, aber wenn... Stückt das dann gar nicht. Ach, die haben auch alle bezaubert. Die haben auch Schärfe und vier. Jungs, hat einer von euch... Jungs, hat einer von euch... Was macht Reini? Für mich ist es sehr unterhaltsam. Jungs, wenn euch... Wenn einer von euch das genommen hat und das irgendwo gedroppt hat, bitte! Sagt mir das! Nein! Hatte euch... Hatte euch... Hatte das einer von euch kurz? Komm hier rein! Reini, komm hier rein! Hab einen! Stace ist drin, Jungs! Stace ist drin! Stace ist drin! Stace ist drin! Stace ist drin! Stace ist drin, Stace! Ja, dann geh da zu ihm! Wir haben ihn hingeholt! Wo ist der? Jungs, jetzt vor mir! Und alle Ausgänge zu! Stace hat's nicht! Der leuchtet nicht! Ja! Jungs, bei mir... Drei Leute, ich bin hier! Wo ist... Ich bin hier! Also bei denen, meine ich... Oh! Ja, Jungs, keine Ahnung! Das Ding ist... Das Ding ist, wir müssen... Wir müssen jetzt bis zum Schluss verteidigen! Ich hab keine Ahnung, wo das... Die ist alles offen! Die ist alles offen! Also Realtalk, wenn's jetzt... Ich geh mal davon aus, dass Tobi was sagen würde, wenn die irgendwas Unfaires gemacht haben! Ich geh einfach davon aus, dass... Ach, keine Ahnung! Ich weiß es auch nicht! Er war hier, aber hier... Warte! Ich guck einmal, ob unsere Plage da ist! Oh! Du musst hier eigentlich! Ich weiß es auch nicht! Ich baue zwei Crane... Er hat hier zu gebaut, ne? Creeper-Ding... Zu ist bei unserer Base, Jungs! Wo? Wo ist unsere Plage nochmal? Wo, 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 wo? Egal! Lukas, komm raus! Ich baue mein Ding ab! Du! Wer ist durch Creeper gestorben? Kian oder so? Einer Chat ist schneller als ihr! Ich merk schon! Steht bei euch irgendwas im Chat, Jungs! Steht irgendwas im Chat! Was sagen die Chat? Legst euch im Chat! Weiße Wolle im Momentar! Ey, mehr mach mich runter! Du hast ne weiße Wolle! Geh mal mit der weißen Wolle dahin! Ja, ich mach das immer! Hab ich schon zweimal deren Flagge geholt und hab die beide im Momentar? Bro, willst du mich verarschen? Aber ich hab nichts angedrückt oder sowas! Das kann nicht sein! Aber was heißt denn, wir sind langsam? Vielleicht war das der Tipp! Bro, das Ding ist... Ich glaube, Jungs, was ist, wenn ihr direkt, wenn ihr da drin seid, dass ihr die Flagge Ja, bei uns ist aber auch nichts! Versteht ihr, was ich meine? Ja, bei mir ist auch nichts bei uns! Das heißt, ihr müsst, glaub ich, nur dahin kommen! Bei uns ist auch nichts? Dann haben die das schon? Ach Digga, ich check's halt nicht! Ich check auch grad nichts! Also, das ist dann... Warte mal ganz kurz zu! Ganz kurz, Leute! Was ist, wenn ihr nur auf die Plattform kommt und dann schon die Flagge im Inventar habt? Versteht ihr? Nee, 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 nee! Aber ich hab nichts! Boah, dann hätten wir ja was! Aber ich kann's nicht hinten platzieren oder irgendwas! Aber wie sollen wir denn ein Spiel spielen, wo wir nicht wissen, wie es funktioniert? Ja, Bro! Wenn die Regeln nicht... Also, wenn das irgendwas ist, was eh von Anfang an ist, dann keine Ahnung! Ich kann ja nichts machen! Linksklick, rechtsklick! Das sind noch 10 Minuten! Bringt auch nichts! Nee, Bro! Du hast die Flagge nicht! Du hast die Flagge nicht! Ich hab die nicht! Ja, Digga! Ich check auch nicht! Was heißt denn, dass wir langsam sind, Digga? Der Chat war's! Ich guck einmal in meinen Chat! Beide haben keine Flagge, schreibt mein Chat! Aber warum seid ihr zu uns langsam? Das ist die Frage! Ach hier! Eventuell gibt es keine Flagge und Tobi wollte euch nur für seinen Spaß benutzen! Drittes Mal schon keine Flagge, das könnte also auch möglich sein! Ja, aber dann... Mein Gott! Ich glaub nicht, dass er dann was sagen würde! Ich glaub nicht, dass er uns ein Spiel spielen lässt, was halt unendlich ist! Ich überlege gerade! Aber wo soll denn die Flagge sein? Jungs, die haben auch verzauberte Sachen! Ich komm gar nicht! Die geben mir zwei Hits! Ich bin tot! Ich kann gar nichts machen! Ist das Thema des Unheils nicht Konflikt, also der Konflikt ist, dass es keine Flagge gibt? Nee, Konflikt ist ja eine Auseinandersetzung! Konflikt, das ist ja... Leute! Kurzer Call... Leute! Wichiger Call! Stace möchte hier irgendwo ein Bett platzieren, dass sie hier spawnen! Ich weiß nicht, ob das geht, Bro! Es ist halt gleich zu Ende und es gibt keine Flagge! Ich war da erst mal! Gleich ist übertrieben! Zehn Minuten noch! Die wollen irgendwo hier ein Bett place und gleich auf Angriff gehen! Anscheinend! Jungs! Ja! Im Alpha Tower ist ein Buch! Ich wollt grad sagen, vorher war da ja noch eine Flagge am Anfang! Habt ihr nun gewonnen oder nicht? Da steht der! Was steht denn da drauf? Aber hier waren ja Flaggen am Anfang! Warte, warte, warte! Im Buch steht, habt ihr nun gewonnen oder nicht? Und wenn ja, was hat es euch gekostet? Freunde, Brüder, eure Selbstkontrolle, nutzt diese Gelegenheit um zu lernen! Ihr werdet in Zukunft noch oft gegen alte und neue Feinde bestehen müssen! Und eure Freunde unterstützen! Ich glaub, das Buch sollte ich noch nicht sehen! Ich glaub, wir sollen nicht kämpfen! Ich glaub doch! Ich glaub, wir müssen gewinnen! Wir müssen aber... Eigentlich muss ja gewinnen! Ja, aber... Ich mein... Ey, klicken wir alle kurz Pischta auslachen! Aus Prinzip! Dankeschön! Ich hab Tobi mal geschrieben, dass ich hier was gefunden habe! Leute, Sue's unten! Ja, ich bin ja bei der Flagge, aber hier ist halt... Ey, ich warte einfach bei Sue auf der Flagge und versuche mit ihm zu reden, oder? Ich geh... Ja... Sag, dass ich ein Buch gefunden habe! Sag, dass ich ein Buch gefunden habe! Sag, dass ich ein Buch gefunden habe! Was gefunden hast du? Ja, ich hab... Ich hab ein Buch von dir gefunden! In Alpha Tower! Sollte ich das schon sehen oder durfte ich das noch nicht sehen? Aber was hatte Tobi eben gesagt mit der Zeit? Das hab ich nicht verstanden! Wir sind langsam! Ich hab eigentlich nur darauf gehofft, dass ihr das erste nach dem Spiel findet! Okay, also ist das was danach, okay! Wir sind langsam! Ich würde es mir zulegen, ansonsten verliert ihr es! Ey, ich hab's einfach Dings! Ich hab's da gelassen! Ich hab's nur gelesen! Aber... Aber Tobi... Hörst du mich, Tobi? Natürlich höre ich dich! Warte, ich verliess doch einmal die Gruppe! Ist das wirklich... Ist das wirklich so, dass wir irgendwas da... Ey, die... Äh... Dass wir da irgendwas wirklich mitnehmen können? Naja... Ist egal, ist egal! Aber... Bro, er wird uns nichts sagen! Es ist alles sein Plan! Irgendwas ist... Irgendwas ist der Twist, den wir nicht kennen! Irgendwas... Irgendein Twist kennen wir nicht! Ey, bei mir... Bei... Bro, die hören dich nicht! Du bist in der Gruppe, ne? Ein paar sind rausgegangen, 12 von uns! Ey, Zitastic hier bei mir! Zitastic hier bei mir! Zitastic hier bei mir! Der hört dich nicht! Zitastic... Ach... Zitastic hört dich... Ja, der hört dich nicht! Ich komm, Kian! Ich hab ihn gleich! Stark, ich bin bei dir! Er ist low live! Er ist low! Er ist low! Ich komm! Ich geh von der anderen Seite, Kian! 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 Ja, ja, komm, komm, komm! Ja, ja, mach ich das! Er haut mich ab! Jungs, was könnte sein... Was könnte es heißen, dass es keine... Dass es keine Flagge gibt? Was könnte das heißen? Und wir sind langsam, wird gesagt! Ich hab ihn gleich! Stark! Was ist das für eine Sicht? Hä? What the fuck? Hä? Ich bin übel rangezoomt! Bro! Hä? Was ist das? Was ist das? Mmth! Hä?! Ooh! Aber... Wir sind einfach drauf dabei... Ehh! Jungs! Ich bin übel rangezoomt! Dumm! Wie rangezoomt! Hä? Hä, ich, Jungs, ich, und ich glaub, ich bin, ich glaub, ich bin nicht mehr in Team Rot drin. Ich seh, aber, Bro, ich check gar nix. Mein Spiel ist richtig rangezoomt. Hä? Und es ist so übel unflüssig. Und ich seh mein Interface nicht mehr. Ich bin, glaub ich, nicht mehr in irgendeinem Team drin. Bin ich noch bei euch im Team drin rechts? Nee, da steht Spieler 4. Ja, Bro, bei mir geht irgendwas ganz crazy ab. Ich bin so rangezoomt und es ist so richtig schwammig, mein Interface und alles. Und ich wurd zurück teleportiert. Wohin? Ich wurd zum Buch wieder teleportiert. Ich hab mich nur eingeloggt und ich wurd wieder zum Buch teleportiert, anstatt bei Dings zu sein. Du hast sogar deine andere Rüstung wie da, wie du vorher warst. Hä? Du bist komplett raus durch deine Tierrüstung, glaub ich, da an. Wow, ich glaub bei mir wurd das alles resettet. Ich seh grad uns bereits einige von euren Fans die Lösung des Rätsels erkannt haben. Ich glaub es gab... Es gab gar keine Flagge. Jungs, wir müssen vielleicht unsere Flagge nehmen und zu anderen Base bringen. Aber wir haben... Ich glaub es gab keine Flagge. Wir sehen nicht mal unsere Flaggen. Das ist das Problem, Robe. Der Admin... Also der Hacker sagt grad, Marges sind schon drauf gekommen. Ja. Ja. Das ist... Ja, ich glaub es gibt keine Flaggen. Ja, vielleicht gibt's keine Flaggen, keine Ahnung. Aber das Problem ist... Also, anderes Problem. Erstmal bin ich nicht mehr im Game. Ja. Und ich kann... Bro, wenn du meine Sicht sehen würdest, das ist so verbuggt grade bei mir. Das ist auf einmal... Es ist so richtig langsam rangezoomt einfach. Das ist komisch. Ja, und ich kann auch nicht mehr dem Game beitreten. Ich hab auch nicht... Ich seh den Chat auch nicht. Das ist komisch. Aber hast du... Du hast nix gemacht oder so, ne? Bro, ich war im Sneaken, hab F5 gedrückt. Hm. Ihr seid zwar auf der richtigen Schuhe. Gelöst habt ihr, das geht's aber noch nicht. Wir müssen... Wir müssen uns alle mal treffen. Wir müssen uns mal alle zusammen treffen. Ey, Digga. Also, sorry. Aber, Tobi, wenn du irgendwas gemacht hast mit meiner Sicht, das ist so ehrenlos. Ich seh nichts. Also, ich kann mich nicht bewegen. Nochmal. What? Was ist das? Ist nicht in unserer Base. Achso, okay. Das hat er wahrscheinlich. Ja, das wissen wir schon. Aber ich dachte, er meint irgendwie die Frage jetzt woanders. Ich glaub, er erzählt genau das, was wir schon herausgekommen haben. Jungs, ich bin raus. Guten Morgen. Jungs, hallo, hört ihr mich? Ja, seht ihr meine Rüstung? Ja. Stimmt, du hast keine Rüstung. Aber Rani, wir haben was anderes herausgekommen. Es geht gar nicht um den Fight. Ja, ich weiß. Ich weiß, das hab ich auch schon gecheckt. Aber irgendwas ist bei mir ganz falsch. Ich bin übel rangezoomt. Also, bei mir ist es so, als hätte ich mein Sichtfeld auf 0 gestellt und dann nochmal Speed 3 und mit Optifine irgendwie rangezoomt. Aber ich kann trotzdem noch ranzoomen. Das ist irgendwie ganz komisch. Also, ich kann nichts mehr machen. Ich kann jetzt meinen Kopf auch abziehen. Nein, dann kannst du nicht. Warte, was ist, wenn der Kopf die Flagge ist? Hab ich schon versucht, hat nicht funktioniert. Wartet mal. Wenn es keine Flagge... Hallo? Was? Hallo? Haben wir einen Plan? Die Dings. Wir stehen hier ja schon etwas länger und... Ja. Ey, Jungs, ich reconnecte nochmal. Vielleicht geht's weg. Wir sind keine Flagge mehr. Hä? Wechsel Sichtweite. Das hat nichts mit der Sichtweite zu tun. Hä, was ist das? Wir sind von Anfang an einfach manipuliert gewesen. Weil wir eigentlich die richtigen Monster sind in dem Fight. Also das, was er am Anfang gesagt hat. Und jetzt? Ja. Jetzt ist ne... Wir müssen doch irgendein Rätsel lösen. Wir müssen doch irgendein Rätsel lösen. Lass einfach... Das Ding ist... Das Ding ist, ich hab ein Buch gefunden, was wir eigentlich erst am Ende lesen sollten. Direkt, wenn das Spiel vorbei geht. Chill, chill. 50 Sekunden. Stimmt, wie dumm wir sind. Warum haben wir es nicht so oder so auslaufen lassen? Ey, können wir... Was ist das? Oh mein... Was ist das für ein Geräusch? Das ist ne... Das... Bro, das ist ein Dings. Das ist ein Horn. Das ist ein Dingshorn. Ey, können wir ganz kurz hier die Sachen abbauen und erstmal kurz abchecken? Kommt mal, hilft mal alle mit. Ey, Jungs, ich würd sehr gerne mithelfen, aber... Ich weiß nicht, was über mir grad geht. Kannst du Neustart machen? Ich mach mal... Ich start mal neu. Was ist das? Ich bin so richtig eklig rangesoomen. Bug von Minecraft, glaub ich. Aber was ist das denn für ein Bug? Trink eine Milch. Vielleicht geht der Fakt weg. Woher krieg ich jetzt ne Milch leider? Das ist das große Problem. Ich mach einen Eimer und geh zu ner Kuh. Ja. Aber du weißt doch... Du siehst doch, wie ich rangesoomt bin. Das macht ja... Also irgendwas zu suchen oder so, dass man... Ich weiß, wie ich Milch bekomme. Aber aus, Zeig. Es war sehr amüsant, das alles zu beobachten. Hallo? Wo seid ihr? Ihr hättet euch einfach dafür entscheiden können, überhaupt nicht mitzumachen. Doch nur einer von euch hat überhaupt darüber nachgedacht. Ich erinnere mich. Ich schwöre, ich hab am Anfang gesagt, lass da nicht mitmachen. Ich habe nie gesagt, dass ich irgendjemanden bannen würde. Wo? Bei dir weiß man nichts. Das habt ihr euch alles selbst ausgedacht. Du hast mich doch schon mal weggebannt, Junge. Du hast doch alle grad die ganze Zeit gekekt. Ja. Bist du ein... Bist du ein... Eklischer. Ekliger. Ja. Ich hoffe, es ist dadurch etwas klar geworden. Ja. Wenn Pischter sagt, eklischer, dann heißt es eklischer. Junge, nerv nicht rum. Ja, wir haben... Wir haben jetzt verstanden, dass wir nie wieder bei was... Mitmachen, was du sagst. Ja, okay. Bei... Viel Spaß. Die nächsten Unheile kannst du allein machen. Ja. Wuh. Ist es das, was du wolltest, Junge? Wir sind frei, Leute. Wir sind frei. Wir sind frei. Weg von der YouTube. Ey, Jungs. Ich sehe schon, ihr habt noch nichts gelernt. Ihr checkt nichts, ne? Wisst ihr, wisst ihr, dass wir einfach Schachfiguren sind? Und Pischter ist ein Bauer? Weißt du, was passiert ist? Ich bin... Weißt du, was passiert ist? Was? Ich bin... Er wollte hier irgendwas machen, aber es hat nicht so geklappt, wie er wollte. Und deswegen hat er das jetzt so dargestellt, als wäre jetzt irgendwie... Safe, 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 safe. Als wäre es übel die Moral oder sowas. Aber er hat eigentlich... Ist euch nicht aufge... Sorry, wenn ich unterbreche, aber ist dir nicht aufgefallen? Auch ich habe mich voll abgefuckt im Game. Ich bin voll sauer geworden, weil ich dachte, die schummeln... So, versteht ihr? Das ist einfach... Guck mal, er sagt doch die ganze Zeit, wir entscheiden. Es liegt alles nach unseren Entscheidungen. So, und wir machen die ganze Zeit in seinem Spiel mit. Fangen an uns gegenseitig fertig zu machen, uns anzugreifen. Und im Endeffekt, wir haben nicht mal einen Gewinn rausgezogen. Das Einzige, was wir rausgezogen haben, ist Hass gegenseitig. Boah, wie ein Löwe. Ja. Okay. Ich weiß, was du meinst, Bro. Das ist mit Standing! Nein, bitte nicht. Das ist das Problem. Ich realisiere erst jetzt, dass ich meine Eintens wieder habe. Aber die Hälfte fehlt noch! Ich muss dir ehrlich sagen, dieser Kampf, das alles war heftig. Das war wirklich krass. Also wir hätten euch halt fertig gemacht, aber... Ich hab nur gegen Itachi und Lukas die ganze Zeit gefightet. Wie kann das bitte sein? Die anderen haben verteidigt. Ja. Der ist crazy. Der war ehrlich krass. Du hattest kurz ein halbes HP haben, Armin, die haben die Leute bei mir geschrieben. Dieser Kampf zwischen uns beiden, das war der krasseste Kampf, den ich immer überhaupt in Microsoft gesehen habe. Ja, der war schon sehr... Habt ihr eure Sachen enchanted? Ich hoffe, du verstehst jetzt etwas über deine Freunde auf der Insel. Hä? Wer? Wen meint der? Hat er das zu allen gesagt? Zu allen, ja. 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 Aber wen meint der? Wen spricht der damit an? Guck mal, Sue ist ein guter Freund von mir geworden. In der letzten Zeit. Ich muss ehrlich zugeben, das stimmt sogar. Also in letzter Zeit bist du echt korrekt. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr ihn noch mal reden gehört gerade? Nein. Das war schon an dich gerichtet, mein Freund. An wem gerichtet? Okay. An dich, Lukas. Hat er zu Pischtat gesagt, er soll Deutschunterricht nehmen? Mhm. 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 Aber Jungs. Das war jetzt Unheil 3. Was passiert dann bitte beim nächsten Mal? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fischtat Killin. Killin. Du bist besser jetzt eher. Kannst du uns einen Hinweis geben, was beim nächsten Mal passiert? Los Killin. Digga, Kubi, gib mir einfach meine Rechte zurück. Wir können über alles reden. Das macht gar keinen Sinn, dass du jetzt irgendwas hier machst. Das macht gar keinen Sinn. Aber er sagt irgendwas mit Freunden. Mit Freunden? Ja, er meinte... Was meinte er gerade? Wer hat das Buch aufgelootet, Jungs? Ich hab das. Kannst du mir das mal kurz geben? Warum? Damit es nicht verschwindet am Ende. Das stand da schon die ganze Zeit, ne? Das stand da während des Events die ganze Zeit. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Ja, er meinte, äh, weißt du jetzt ein bisschen mehr über deine Freunde oder irgendwie sowas, oder nicht? Nein, nein, nein. Ich hab grad ne Frage gestellt und er hat darauf geantwortet. Nein, das hat man nicht gehört. Ich hab gefragt, ob er uns nen Tipp geben kann und er meinte, ein Tipp steht sogar im Buch. Ich muss mir das nochmal angucken. Soll ich laut lesen, oder? Ja, lies laut, lies laut nochmal. Lies laut. Habt ihr nun gewonnen oder nicht? Und wenn ja, was hat es euch gekostet? Freunde, Brüder, eure selbst... Lukas? Hallo? Ja, hallo? Jun, mein Internet war grad einfach weg, da ich weine. Hallo, hallo, hallo? Äh, hast du den falschen Knopf gedrückt. Ja? Ich hab dich gehört. Ähm, mein Internet war einfach grad weg. Ich weine einfach, ne? Ich hab nichts mehr mitbekommen am Ende. Du hast nichts mehr mitbekommen? Wow. Erst das mit dem Zoom... Du hast nichts verpasst, sag ich dir ehrlich, also... Erst das mit dem Zoom und dann jetzt hier grad, als wir darüber gesprochen haben am Ende. Ist einfach... Ich sag dir ehrlich, du hast nichts verpasst, er hat uns mal wieder nur benutzt. Er hat uns einfach nur wieder benutzt. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, ich bleib da, wie es ist. Ich glaub, es war schiefgelaufen. Weil... Guck mal, er... Im Buch steht sogar, und habt ihr gewonnen und sowas, und wenn ja, was hat es euch gekostet? So, weißt du? Heißt, er hatte geplant, dass es... Er dachte, es gibt einen Gewinner. Er dachte, es gibt einen Gewinner? Was ist das? Was? Hä? Darum kämpfen welche? Oder? Hä, wer hat diese Dings gemacht? Hä? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Was macht die Rhyny für Teleportations? Hä, Rhyny? Wie ich mach... Ach, ich... Ja, mein Internet, Jungs, mein Internet. Ich bin... Mein Stream ist auch grad ausgegangen. Ach du Scheiße. Naja, komplett alles weg gewesen. Äh... Rhyny? Ja? Was war los beim Kampf zwischen uns? Oh, du hast mich in Lava getrappt. Boah, ich... Boah, ich... Boah, also... Sorry, aber ich hab davor... Ich hab gegen so viele vorher gewonnen schon. Ich bin nicht einmal gestorben. Ich bin nicht einmal gestorben. Ja, ich bin nur gegen dich das einmal gestorben. Ich hab dreimal gegen Itachi gekämpft mit seinem... Er hatte Schärfe 4 und Verbrennung 1, Jungs. Naja, das war krank. Du hattest auch verzaubert, oder? Trida? Trida 1. Keine Schärfe 1. Okay, okay. Machst du eigentlich heute... Machst du heute eigentlich Tekken wieder? Lukas hat Schwergebogen und Schärfe, ne? Ich glaub heute kein Tekken. Jaja, aber du hattest ein extrem gutes Schwertplacement. Du hast immer dieses Timing richtig gut draus gehabt. Mhm. Bei mir war das Problem mit 1 gegen 1 gegen Trida, ein Digga... Die Lava war ehrenlos. Ich hatte 1 gegen 1 gegen Pischda und Trida am Anfang. Die Kämpfe gegen Luke... Also dieser eine Kampf gegen Lukas. Ich musste das vielleicht nochmal angucken. Also wirklich, das war geisteskrank. Ich war auf 3 Herzen, wo du ein halbes Herz hattest. Also ich hätte nur weiter rauf gehen müssen. Ja, Bruder, weißt du wie lange ich auf halbes Herz war? Du hast keinen Schlag mehr gehittet. Ja... Ah, ist doch leid. Ey Jungs, ich äh... Sorry? Was macht ihr mit diesen Fake-Tobys? Also ich block die ganze Zeit auf meinem Kanal direkt, ne? Fake-Tobys? Ja, bei mir sind die ganze Zeit Fake-Tobys im Chat. Ja, irgendwelche Leute, die sich als Tobi ausgeben... Ich block die direkt. Weiß ich nicht. Jungs, gibt's noch was zu machen? Was schönes? Bro, das... Also ich freue mich die Tage mal dran, mir Loot zu fahren, endlich. Weil ich hab hier Eisenrüstung und die hier Sachen. Ey, wenn du willst, Bro, warte, komm mal. Mal kurz. Ich will den jetzt Satellite aber schenken. Nein, 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 ich fahre nicht. Nein, ich brauch doch selber, Bro, ich hab doch Dings. Ach stimmt, du hast selber nur Eisen. Ich hab doch selber nicht. Ey, wer guckt da rein? Sorry, 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 hier. Was ist das? Was ist das? Da. Äh, wo bist du hier, Lukas? Guck mal, hier. Kommen wir gleich. Ja. Achso. Da. Boah, das ist sehr wichtig. Dann musst du das nicht suchen, Bro. Brauchst du Dias? Nein, nein, nein. Ich hab echt viele, ich hab echt viele. Das ist nicht das Problem. Dias wird kein Problem sein. Okay, okay. Easy. Kannst du ein Video machen, safe mach ich da draus ein Video. Wenn ich mir, ich überleg sogar, warte einmal, mach ich einmal. Ja. Ähm, fragt Lukas. Ja. Aber ich glaub, es hat kein anderer Rechte. Das ist kein Faker. Doch, das war der echte. Äh, das war der Fall. Das war ein Falscher. Der hieß Tobi Null dahinter. Das war ein Faker. Tausendprozentig. Ich hab den richtigen Account von Tobi. Ich kenn den. Das kann nicht der echte gewesen sein. Ähm, Mod werden kannst du, indem du einfach aktiv bist im Chat. Einfach aktiv dabei sein, dann wirst du Mod. So wird nämlich auch. Äh, ich hab schon jemanden im, äh, im Auge, der als nächstes Mod werden wird. Ah, meine Cam ist weg. Ich lose euch. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ey, was geht ab, Leute? Dave. Hast du Bock, Mod zu werden? Weil ich seh dich hier immer und sowas. Lukas? Hättest du Lust da drauf? Ja. Hoffentlich klappt unser Plan, wenn du dich noch erinnerst. Ich will gar nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, aber... Ja, ist hier safe noch irgendwo, Tobi. Ich hab auch eben gesagt, ich will mit ihm reden, weil mein Chat meinte, vielleicht bringt es was, wenn ich mich einfach mal bei ihm entschuldige. Ich hab zwar keine Ahnung wofür, aber irgendwas hat er ja gegen mich. Und er meinte, alter Freund und so. Also für ihn ist wahrscheinlich die Freundschaft so mäßig zu Ende. Aber ich weiß halt nicht, was ich gemacht hab. Er hat nichts gesagt. Nichts. Und immer wenn ich mit ihm rede, unterbricht er mich weg oder so. Das ist jetzt Mord. Und ich wollte mich einfach mal bei ihm entschuldigen. Vielleicht bringt das ja irgendwie weiter oder sowas. Aber ich hab keine Ahnung. Er ist halt nicht mehr da. Er hat nichts gemacht hier, als ich eben gesagt hatte. Bro, eine Entschuldigung ist immer gut. Eine kurze Frage. Wer weiß, vielleicht akzeptiert er das und haut ein paar Sachen raus, die wir noch nicht wissen. Hat dir noch jemand beim Server geholfen als Tobi? Nur so, einfach. Nein, nein, gar keine Ahnung. Okay, okay. Das ist das Problem. Bist du sicher? Wir haben doch aber damals auch noch mit ein paar anderen Leuten geredet. Wie? Ja, aber die haben ja nur geholfen zum Beispiel, Sachen zu bauen. Also so, diese Insel ist ja alles custom gemacht. Das ist ja so gesagt selbstverständlich. Ja, wegen den Ors am Anfang. Die haben dabei geholfen. Aber es gibt halt keinen, der Zugriff auf die Konsole hat oder Zugriff auf die Rechte und sowas. Ich sag's immer so. Das waren alles für Leute, die noch mitgeholfen haben, aber nicht Rechte hatten oder so. Jetzt ganz, ganz weit hergegriffen. Was ist, wenn jemand einen Command-Block irgendwo platziert hat, wo drin steht Slash OP und dann sein Name und dann muss er nur diesen Command-Block mit Redstone aktivieren und dann ist er auf einmal OP? Die Command-Blocke waren deaktiviert. Die Command-Blocke waren deaktiviert bis vor drei Wochen oder sowas. Aber ich glaub trotzdem kann man was reinschreiben. Die kann nur nicht aktiviert werden, oder? Hm. Also, jetzt ist es sehr weit hergeholt. Wenn, weißt du so, dass... Aber die müssen ja aktiviert werden von irgendjemandem. Ja, stimmt. Und die läuft ja nicht mehr auf der Insel drauf. Aber ich glaub nicht, dass das das Problem war. Hm. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Sue! Hey! Hey! Warum lockst du dich aus, Sue? Es wird doch Zeit! Ey, du kannst auch auf den Pischler zu gehören! Hä, er hat mich abgeschossen! Lass ihn, er darf das! Lukas, chill lieber, chill lieber. Ey, wo ist Sue? Ja, aber irgendwas vom Alpha-Klan lass ich mir halt nicht gefallen. Sue! Was willst du von mir? Ich wollte doch schon immer deinen Kopf haben! Warum bist du das immer so weg? Iiiiih! Lass ihn! Ist das dein scheiß Ernst? Ist das dein scheiß Ernst? Ich hab nicht mal ein Schwert, um mich zu verteidigen. Oh, nicht weinen. Okay, der Typ hat's noch nicht eingesehen. Sue? Der Typ wird's niemals checken. Nicht weinen, Sue. Soll ich dir deinen Kopf holen, dein Kopf im Kopf? Trau dich doch, was ist, Rainy? Warte. Hä? Lass ihn mal! Ich hasse dich, Sue! Nimm das Schwert, nimm das Schwert! Nimm das Schwert, nimm das Schwert, nimm das Schwert, nimm das Schwert! Nimm das Schwert, nimm das Schwert! Ja, wenn die zum Haar sind. Ey, was hab ich getan? Pass auf, Rainy, du bist auch Claude. Ich wollte deinen Kopf haben. Ihr habt gar nichts gecheckt, ne? Ihr habt nichts gecheckt, die Idioten! Digger, das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Ich war in eurem Team. Das ist so ehrenlos. Stell dir vor, Tobait ist Neverride Guard God, weil er auch... die Stimme sich so anhört. Äh... Und als du Stani mal zurückgeholt hattest, sagte er, Neverride Guards kommen bald zurück. Als du... Hast du zufällig den Text schon bei Sue reingeschrieben? Ich glaub, du hast den bei Sue reingeschrieben und bei mir einfach den Namen vorne geändert. Kann sein. Sag, dass ich der beste Minecraft, äh... Dann kommt sie raus. Sag es Sue! Hey! Frei, verbeug ihn! Ah! Sue is one! Sue is one! Ich bin tot! Oh mein Gott! Junge, wie stark Endermans sind, wenn man keine richtige Rüstung hat, ne? Junge, ich wär fast gestorben einfach. Nein, Autokorrektur. Ja, 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 ja. Ähm... Hat er geschrieben als Sue. Ähm... Ja, das Ding ist also... Äh... Ich weiß nicht. Wann hat Sue denn Stani zurückgeholt? Und meinst du, dass Tobait quasi Stani ist, oder was? Tobi, der ist wieder irgendwo aufgetaucht. Er ist bei... Guck mal. Seht ihr das? Er ist bei irgendjemanden grad aufgetaucht und ist dann wieder verschwunden. Ich hab ihn live ertappt. Und jetzt ist er wieder ganz verschwunden. Oh mein Gott! Er war da in der Liste als Spectator. Dann hat man ihn gesehen, dann wieder als Spectator und dann ist er ganz verschwunden. So ehrenlos. Nicht unbedingt Stani, aber Stani muss dahingehend quasi wissen, wer es ist, meinst du, ja? Moin, was geht ab, Sabine? Moin, was ist er. Moin, was ist er? Ehm... Nein. Er ist nicht der Neverlight God, weil das war... Der Primax mit sind. Jungs. Ja. Wir haben eine Theorie. Eine Theorie. Hau raus. Nächsten Samstag. Ich habe gerade mit Tobi gesprochen. Und ich habe gesagt. Tobi ist da? Warum tust du so als wäre. Als wärst du der echte Stunny. Ich habe gesagt. Erstmal habe ich ihn gefragt. Was war das soll und so. Blockier dich vorübergehend. Aber wenn du nochmal so tust. Als wärst du wirklich der echte. Alles klar. Wo seid ihr? Wie hast du rausgefunden. Dass ein neuer kommt? Ich habe mit ihm gerade geredet. Ich habe gesagt. Ich kann aus dem Buch rauslesen. Dass wahrscheinlich jemand Neues kommt. Und dann habe ich gesagt. Wahrscheinlich ein neuer Spieler. Und dann hat er gesagt. Ein alter oder ein neuer Feind. Okay. Wer könnte denn ein alter Feind sein? Alpha Stein oder so? So. Da habe ich meinen Chat gefragt. 53% Alpha Stein. 30% Timmy. 10% Russik. 7% Ente. Timmy. Okay. Und Russik. Aber glaube ich. Aber am meisten war Alpha Stein. Ja. Bei mir schreiben die Leute auch Alpha Stein. Warte mal. Wo ist auch Alpha Steinchen? Also der kleine Bruder. Stimmt. Der habe ich auch lange nicht gesehen. Ey Leute. Jetzt hört mal zu. Ich glaube. Ich glaube. Ehrlich. Äh. Dass. Ich gerade viele Fehler mache. Die ich bereuen werde. Jetzt mal. Jetzt mal ehrlich. Jetzt. Ich habe gerade. Gerade Tobi war hier. Warte kurz. Nein, nein. Tobi war hier. Nach. Vor oder nachdem du es hier angegriffen hast? Danach. Mhm. Ist deine Augen worden rot. Tobis. Tobi. Aber er hat nicht mal Augen. Aber er hat nicht mal Augen. Nein. Also seine Null. Seine Null. Lern Deutsch. Ja. Das ist doch schon öfter passiert. Das ist, wenn er wütend ist. Ja. Und deswegen will ich mich bei euch entschuldigen. Wirklich. Ich will keinen Stress. Pistler. Guck mal. Weißt du was? Ich habe mich an dich richtig abfuckt, Digga. Du willst dich entschuldigen. Danach fünf Minuten ziehst du eine Nummer. Ja, Bro. Entschuldigen. Bro. Es ist immer so. Es ist immer so. Du willst eben bei mir zehn Minuten. Laufst du mir hinterher. Wirst dich entschuldigen. Ich lehne ab. Du kommst bei mir in meine Burg. Beleidigst mich. Siehst du irgendwelche Sprüche? Jetzt bist du wieder hier. So. Für mich ist das voll die Zeichen von voll. So Schwäche, Digga. Ja, okay. Du bist in meinen Augen kein Mann einfach. Ach so. Das ist peinlich, Digga. Willst du dann einfach ein Eins gegen Eins machen? Guck schon wieder, Digga. Guck, das ist peinlich. Du siehst du. Bleib bei einer Meinung so. Bro. Wie nett Pistler auch wird, wenn er gerade keine Items hat oder sowas. Das ist so peinlich. Ich habe Items. Ja, ja. Jetzt gerade hast du Items. Deswegen hast du wieder große Klappe. Aber wenn du keine Items hast, dann so. Ey, wir waren doch immer Freunde. Ich werde immer lieb sein. Habe ich dich jemals angegriffen, Rhyne? Ja. Ja. Pistler. Ja. Fünf Euro Paypal. Oh mein Gott. Paypal. Ich schwöre Fünf Euro Paypal. Ja. Fünf Euro Paypal. Hä, halten jetzt alle Pistler oder was? Ja, wir glaube ich eher nicht, oder? Dann könnte ich mir meinen Speedrun sparen, wenn ich seine Rüstung bekomme. Aber also Alperstein, Leute, die, also Pistler hat mich auch eben gerade einfach angeschossen und sowas. Ja, ich habe keine Ahnung. Die sind echt komisch. Und wie machst du das mit deiner neuen Rüstung? Ähm. Du musst ja auch irgendwie alles neu fahren oder so. Nee, eigentlich nicht. Ich brauche nur die Dings. Ich habe genug Diaz. Ich habe genug Netherite. Also ich hatte viel Netherite noch. Das heißt, perfekt für Rüstung. Aber... Ich müsste halt ein bisschen für Schwert und so. Ja. Ich habe zum Glück von Tsitashi jetzt... Oh mein Gott. Er wurde einfach wirklich instant getötet. Oh mein Gott. Jetzt wäre es schön zu wissen, wo. Äh, ist deine Elite eigentlich noch heile? Äh, so gut wie. Ja, ich müsste mal irgendwie XP oder sowas bekommen. Aber ich will ja eh bald einen Speedrun machen oder so. Deswegen... Warte, kann ich das damit reparieren? Ja, musst du aber am Armboss. Okay. Verstehe. Am Armboss kannst du das damit reparieren. Ja, keine Ahnung. Was ist jetzt der Plan? Alter, das war jetzt das Rätsel. Ich krieg's doch euer Herz. Dass wir uns jetzt alle wieder versöhnt haben. Genau. Und dass er wieder nur mit uns gespielt hat oder wie? Äh, wie bitte? Sorry? Das war jetzt das Rätsel, dass wir uns jetzt alle wieder versöhnt haben und... Bro. ...dass er wieder mit uns gespielt hat oder wie? Ich bleib dabei, ich bleib dabei, erst mal Kuss an alle neun, dass er irgendwas geplant hatte, weil da waren ja diese quasi, weißt du, da waren diese Zäune, die haben so Feuer mit Feuer und sowas und ich glaub, es hat einfach nicht funktioniert, weißt du? Weil im Endeffekt, wir können sagen, was wir wollen, aber es ist ein Mensch dahinter. Es ist ein Mensch, der irgendwas mit Minecraft machen muss und Minecraft macht nicht immer das, was man will. Heißt, es können auch Fehler auftreten. Und das sind auch diese Fehler, auf die wir achten müssen. Wir haben jetzt gesehen, okay, dieses Unheil lief nicht nach seinem Plan. Wir haben gesehen, irgendwas war da. Heißt im Umkehrschluss, vielleicht müssen wir ein bisschen drauf achten und irgendwie können wir vielleicht so auch deine Sachen zurückbekommen, weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, es gibt nochmal irgendeinen Fehler. So wie gesagt, natürlich, er kann so gut programmieren, wie er möchte. Irgendwo kann immer im Code, da fehlt dann eine Zahl, vielleicht fehlt da eine Null. So, weißt du? Denkst du, denkst du? Oder was willst du damit sagen? Also du denkst, es hat heute nicht alles funktioniert, wie er wollte? Ich glaube nicht, dass es heute nach seinem Plan gelaufen ist. Einfach aus dem Grund, dass ich dieses Buch, während des Spiels dieses Buch gefunden habe. Heißt, er konnte es nicht mehr umändern. Ich habe während des Spiels dieses Buch gefunden und da drin stand, seid ihr nun die Gewinner. So, weißt du? Heißt, dieses Buch hat sich an die Gewinner oder an die Gewinner und die Verlierer irgendwie gewann. Heißt, es musste aus diesem Spiel eigentlich ein Gewinner hervorgehen. Ist aber nicht. Deswegen glaube ich, dass da irgendwas passiert ist. Vielleicht sind die Flaggen einfach nicht da gewesen. So, weil wie gesagt, er hat uns ja nochmal gesagt, die Flaggen sind ein Wollblock und so. Er hat uns sogar nochmal gesagt, das und das müsste da sein. So, und dann ist ihm irgendwann aufgefallen, shit, die sind gar nicht da. Weißt du? Und dann hat er das so umgedribbelt noch im Nachhinein. Ja, verstehe. Das ist mein Call. Ja. Das stimmt. Was geht ab? Kuss an alle, die neu reingekommen sind. Keine Ahnung. Also, wenn er uns auch alle gegeneinander aufbringen wollte. Zum Beispiel Flo und so, die waren ja heute auch alle nicht da. Ja. Vielleicht hat das auch nicht in seinen Plan reingepasst. Vielleicht hat er das mit dem Rückzieher gemacht oder sowas. Ich meine, Flo ist ja bei den Events eigentlich nie da. Aber wie gesagt, also... Ich glaube, das ist so irgendwie... Heute irgendwas ist nicht nach seinem Plan gelaufen. Und das gibt uns einfach nochmal die Hoffnung. Klar, wir dürfen jetzt eigentlich nicht zu viel sagen. Und er hört uns wahrscheinlich auch gerade. Er hört uns wahrscheinlich gerade zu. Aber wir werden auf jeden Fehler achten. Und dann wird Lukas seine Rechte zurückbekommen. Und dann bist du dran. Ja, das stimmt. Ja. Sobald ich meine Rechte wieder habe, dann ist Tobi echt... Also wirklich... Ich weiß nicht, ich will ja das Gute in ihm sehen. Aber als er das Erste, was ich dann machen werde, ist auf jeden Fall ihn erstmal die Atmenrolle wegnehmen. Danke ist du. Weil er kann damit anscheinend nicht umgehen. Ja, also irgendeinen Plan verfolgt er ja. Irgendeinen Plan verfolgt er ja. Wie es Yu ganz am Anfang schon gesagt hat. Von Anfang an, von der ersten Sekunde, als dieses Unheil 7 aufgetaucht ist. Dieser... Dass Tobi... Er möchte... Oder du hast es ja auch im Video erwähnt. Tobi möchte nicht, dass die Insel irgendwie... Also er könnte die einfach löschen. Er hat ja gerade die Rechte, die Insel zu löschen, den Server runterzufahren und den Server komplett zu löschen. Sodass keiner mehr raufscheinen kann. Wenn das sein Plan wäre, dann könnte er es einfach machen. Aber er spielt hier irgendwelche Spielchen. Heißt... Und das bringt dir auch einfach Content, so wie es Yu es erwähnt hatte. Heißt, er will... Nicht unbedingt 100% was Böses für die Insel. Ja. So wie du es in deinem Video gesagt hast. Er will Aufmerksamkeit. Äh, Aufmerksamkeit. Weißt du? Ja. So, er will... Er will auch im Rampenlicht stehen. So wie es bei dir halt der Fall ist. So, ich meine... Guck dir an, wie viele Leute dich direkt verfolgen, so. Seitdem du in die Öffentlichkeit getreten bist. So. Ja. Deswegen. Und davon will er vielleicht auch einfach einen Teil abhaben. So, und das ist ja auch gar nicht verwerflich. Aber es ist meiner Meinung nach einfach nicht der richtige Weg, da ranzugehen. Er hätte ja mit dir reden können. Vor allem, ich weiß ja nicht mal, was dein Problem ist. Ich habe keine Kommunikation von ihm inhalten. Er könnte sich als Morallehrer, ja, irgendwie sowas. Hey, Tobi, 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 bist du da? War er da? Ja, er hat gerade mit dir reden. Ich habe doch gesagt, er sitzt so. Tobi, hörst du mich? Hörst du mich gerade? Okay. Naja, redet... Wie redet er mit mir? Ich wollte einmal klartisch machen. Oh, er redet. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Oh Gott. Ich wollte mich einmal bei dir entschuldigen. Ich wollte mich einmal wirklich fett bei dir entschuldigen. Das hätte nicht alles so kommen sollen, wie es jetzt ist. Und wir hätten einfach reden können. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall auch ein Teil der Schuld bei mir bei dem Ganzen. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wo genau dein Problem... Ich fände es cool, wenn er mit uns kommunizieren würde. Und du sagst dir die ganze Zeit, ich weiß es. Ich sage dir aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, natürlich ist es cool, was er macht. Aber es wäre auch cool, wenn er kommuniziert werden würde. Weil wir streiten uns ab und zu in den Streams und sowas. Und das geht halt gar nicht eigentlich. Deswegen, also, wenn er mit uns reden würde, wäre das irgendwie nochmal was cooler. Also, wenn er mit irgendjemand von uns reden würde, wäre das meiner Meinung nach nochmal ein bisschen cooler. Aber irgendwas, irgendwas... Irgendwas plant er. Das muss nicht sein. Wir können doch einfach das so wie vorher machen. Nur, dass du jetzt auch im Vordergrund stehst. Dass wir einfach zusammenatmend sind. Was hältst du von der Idee? Wieso... Was ist da spricht denn dagegen? Ich weiß ja nicht mal, was los ist. Keine Ahnung. Redet er noch? Keine Ahnung, nein. Hat er die geantwortet, oder was? Nee, hat er nicht. Ja, schon wieder. Ich versuche ihm irgendwas zu sagen, aber er ignoriert das dann mal. Und am Ende sagt er dann, dass ich nichts versuche oder sowas. Ja, wie gesagt, also ich habe es auch nochmal... Im Chat wurde jetzt geschrieben, dass wir Tobi dankbar sein sollten. Ist ja auch wahr. Wie gesagt, also jede Woche... Ja, es sind auch coole Events. Jede Woche sind da coole Events und sowas. Aber ich habe gesagt, es geht einfach um die Kommunikation. So, es geht einfach um Kommunikation. Warte mal, warte mal. Er mit mir redet. Ich hatte gerade nicht verstanden. Er hatte gesagt, ich glaube, du hast immer noch nicht verstanden, was ich von dir möchte. Du wirst es in den nächsten Wochen verstehen. Mod kann man werden, indem man einfach aktiv ist. Ja, wie soll ich denn herausfinden, was davon... Du möchtest ja immer meine Rechte weggenommen und ich soll jetzt hier... Ich kann hier nichts machen und er terrorisiert hier gefühlt die Insel. Toll. Er bringt es einfach dazu, uns gegenseitig abzuschlachten und sowas. Toll. Und was soll ich da nicht verstehen? Er soll einfach mit mir reden und sagen, wo das Problem ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Bei mir hat jemand geschrieben, ich soll zu Kier ans Burg gehen. Ich weiß nicht, was da ist. Willst du mitkommen? Ja, ich komme, ich komme. Hast du noch Dings? Ja. Paketen? Okay. Wer hat gewonnen? Keiner hat gewonnen. Es war alles wieder nur ein Spiel von ihm. Keiner hatte gewonnen. Ich hatte Sue getötet. Ich hatte Stace getötet. Was verstehst du denn da aktiv? Wenn ich dich einfach oft sehe. Dave hat auch gerade Dings bekommen, weil ich ihn immer sehe. Ja, schön. Oh mein Gott. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Nein, braucht ihr nicht, die Guy. Wir waren gerade in der Verhandlung. Lukas, ich habe eine Netherite-Rüstung für dich. Pisch dann. Lukas, es tut weh. Ja, ich habe was für dich. Brauchst du? Pisch dann, du. Alles gut, ich wollte jetzt den nächsten Speedrun machen, wo ich mir full Equip hole. Ich wollte vergessen, schade. Ridy, brauchst du? Ne, alles gut. Warum, brauchst du oder brauchst du nicht? Warum habt ihr die jetzt vom Pisch dann genommen? Nein, ist er nicht. Aber hier ist Nachruf. Was passiert? Ja, das war Dings hier. Guck mal, allein deshalb habe ich schon seine Sache. Er hat mich so aufgekippt. Dinger, fünf Euro Big Ball. Ja, kriegst du wieder. Entschuldigung. Pisch dann hat gesagt, wer, äh, ne, Pisch dann sag ich schon. Kian hat gesagt, wer Pisch dann Twitter... Brauchst du 200 Likes. Mach mal die 200 Likes voll. Dankeschön. Äh, ich habe nicht verkauft. Aber ich habe seine Sache nicht genommen. Damit habe ich nichts zu tun. Du hast deine Sachen nicht genommen. Ich sage euch aus Prinzip, Jungs, es ist mir... Wessen Pickaxe ist das? Ich sage euch ganz ehrlich, auch wenn Pisch dann hinterher in Discord und so kommt, gib mir mal eine Sache. Ich gebe dir echt nicht wieder, ne? Ich meine, das ist gerade voll ernst. Was hat er denn gemacht? Er hätte mich auch einfach abgeschossen. Er ist einfach so frech. Er ist einfach unnormal frech. Ja. Ich habe nichts. Er schießt mich einfach mit dem Bogen ab, für was mir meine Helmte in den ganzen Zielen zieht. Kuss. Danke, die 200 Likes, Jungs. Ich behalte das. Er kriegt meine alte Rüstung. Ich meine zuerst. Oh, hier ist... Warte, hier hinten ist noch eine Dier-Rüstung. Hier. Ja, das kann er anziehen. Jetzt gebe ihm mal eine Leder-Rüstung. So Leder-Rüstung mit... Was sagst du, Tobi? Hä? Hat er mit dir geredet? Ja, er hat irgendwas mit... Bro, er redet mit jedem außer mit mir. Er hat noch nie mit mir geredet in meinem Leben. Pishter ist richtig unnötig oder so. Ich habe nicht verstanden. Was? Pishter ist richtig unnötig. Was meintest du, Tobi? Hä? Als ob er das gesagt hat. Nein, Bro. Ich glaube, Kian käft gerade. Ich glaube, Kian käft gerade. Natürlich habe ich schon mit dir geredet. Tobi und Dingsläufer und Pishters Bauer. Habt ihr ihn gerade gehört oder hat er jetzt wirklich mit mir geredet? Er hat mit mir geredet, aber ich weiß nicht, ich habe ihn nicht verstanden. Er hat auch gerade mit mir geredet. Als ich gesagt habe, er hat noch nie mit mir geredet, hat er gesagt, natürlich habe wir schon mit dir geredet. Ey, du hast auch noch nie mit mir geredet, Tobi. Tobi. Bro, du hast noch nie mit jemandem, wir kennen deine Stimme gar nicht. Trau dich, du sagst nochmal. Trau dich. Äh? Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Was denn? Das ist eine Rackierte. Trau dich, Tridan. Ey, Tridan, Tridan. Ey, Tridan, Tridan. Lukas sieht das... Tridan, mach es! Sag ihm jetzt fünf Euro Paypal noch. Fünf Euro, wenn du Stace gehst. Boah. Scheiße. Ey, warte, kriegt er eigentlich jetzt fünf Euro noch? Paypal? Tridan? Ich kriege auch noch fünf Euro. Stace kriegt nicht, aus Prinzip nicht. Oh. Er wird sehen. Hau rein, er erzählt. Wo warst du? Du kriegst es auch gut. Er wird sehen, er wird sehen. Er kriegt es safe. Soll ich jetzt einen Hund köpfen? Oh nein. Nein, ey, guck ihr es so traurig an. Geh an. Nein, Fluffy. Schickst du? Schickst du? Lass ihn in Ruhe. Fluffy. Lass ich ein Problem mit Hunden ab, Tobi? Oh oh. Soll ich es dir zeigen, Tobi? Ey, Tobi. Fünf Euro Paypal, wenn es Stace geht. Tobi wird... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stace ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Nimm dir jetzt eine Sache. Oh mein Gott. Was? Bro. Tobi ist geldgeil. Hä? Was ist passiert? Bro, Kian hat gesagt, fünf Euro Paypal, wenn du jetzt Stace tötest. Echt jetzt? Bro. Tobi ist zu bestechen. Ey, lass mal die YouTuber-Insel zurückkaufen einfach. Tobi, zehn Euro, wenn die YouTuber-Insel einfach jetzt löschen. Boah, was? Ich kaufe mir einfach meine Rechte wieder zurück. Bro, wie viel kostet das? Tobi, 50 Euro, wenn du mich zum Admin machst und alle alles wieder bannst. Bro. Habt ihr ihn gehört gerade? Ja, ne? Nee. Achso, er hat gesagt, so funktioniert das leider nicht. So funktioniert das nicht? Nee. Aber Stace darf er töten, Mann. Er hat nicht mal gezögert, weißt du? Ich höre, Stace ist einst weg. Er passt auf die YouTuber-Insel einzugeben, weißt du? Er hat direkt gewachsen. Ey, Riney, Mir gegenüber wurde von eurer Community in letzter Zeit auch der Wunsch geäußert, Stace zu bannen. Und immerhin, das kann ich tun. Stace ist keiner, der farmt. Ich kenne ihn. Stace farmt niemals gold. Habt ihr ihn jetzt gehört? Oder höre ich ihn nur in der Zeit? Nee, ich höre ihn nicht, Bro. Also von der Community wurde der Wunsch geäußert, Stace zu bannen. Wenigstens das kann er tun. Deswegen, er hat ja schon 24 Stunden Bann bekommen. Tobi ist einfach Auftragskiller. Hä, aber jetzt mal Real Talk. So, er hat Stace gebannt und so, aber Stace ist ja auch zur Zeit böse, so, ne? Also, wenn er, also er will irgendwie, dass, also irgendwas Gutes... Ich weiß nicht, wie oft ich euch das noch sagen soll, aber gut und böse sind subjektiv. Ja, ich weiß, Tobi, dass gut und böse subjektiv sind. Entschuldigung. Da ist er wieder, da ist er wieder. Hey, Stace! Hey, Stace. Stace kam er so ehrenlos, ne? Bro. Stace wurde einfach für 5 Euro verkauft. Stace, du bist einfach... Die 5 Euro, die du von Kian bekommst, gibst du mir, dann kriegst du eine Rüstung wieder. Oh mein... Au! Er tötet Hunde! Oh mein Gott, Bro. Er hat deinen Hund getötet. Bro... Was ein ehrenloser... Bro, die Spitzhacke schmeckt, die brauche ich gerade. Spaß. Wieso kriegt ihr eigentlich eure Items wieder, aber ich meine Rechte nicht? Bro, ich hab auch meine Items nicht zurückbekommen. Guck mal, Lukas, hast du das schon mitbekommen? Nein, ich glaube. Guck mal, ich hatte die Auswahl, ob Sue seine Sachen zurückbekommt oder ich. So, ich hab gesagt, Sue... Und Sue... Und Sue hat seine Sachen nicht mal zurückbekommen. Er hat nur so einzeln Sachen zurückbekommen. Er hat so einzeln Sachen zurückbekommen, aber er hat jetzt nur so seine Rüstung bekommen. Er hat nicht mal alles bekommen. Ja, okay, verstehe. Boah, irgendwer schießt von oben. Was? Das war... Wer war das, hä? Das war das, was... Er hat nach oben geschossen. Pistas so hat... Oh, sieh mal, der ist einfach aufgegangen. Nein. Ah! Ah! Bro, ich bin fast One-Shotter durch, ne? Mir war das One-Shot. Ich geb euch das Sachen wirklich nicht zurück. Also, ich mach nichts mehr Spaß mehr. Bro, das ist wirklich offline. Ich hab Stace seine Sachen. Fünf Euro hat keiner ab. Stace seine Sachen. Das ist ja auch, Paul, wenn du Ryan hier Admin machst. Ja, Safe. Mach ich mal Admin. Ich geb die zurück, aber ist gut. Also, Stace geb ich auch seine Sachen zurück. Safe geb ich mal wieder zurück. Stace ist ein Alpha-Clan. Gib mir mal bitte. Bro, hier hochzukommen ohne Elite-Reis ist so ehrenlos, ne? Hier hochzukommen ohne Elite-Reis ist so ekelhaft. Wo ist der überhaupt? Was ist das ohne Elite-Reis? Ohne Elite-Reis hier hochzukommen. Er muss jetzt wieder laufen, der Arme. Minecraft-YouTuber-Insel ist einfach Verhandlung geworden. Bro, es ist Bazar einfach. Fünf Euro, fünf Euro. So wie die Politik Geld regiert. Tobi wie Mbappé Geld, gell? Oh mein Gott. Wo ist der denn? Kannst du ihn kurz zu uns porten, Tobi, einfach? Grabstein ist noch acht Minuten. Acht Minuten schafft er, easy. Ja, warte, ich mach einfach eine Double-Chest, hä? Er sollst du doch einfach porten, kurz. Warte mal. Er ist jetzt doof. Wenn du willst, hast du gut. Also ich hatte auf jeden Fall seinen Bogen. Das. Das. Ender-Pan behalten, das Prinzip. Digga. Und sonst nix. Digga, ich hab gegen Stace dreimal Schere gemacht und hab gewonnen. Okay, ich hab... Ich hab Dings, ich hab alle seine Sachen in die Kiste getan, kann nicht mehr diesmal. Ich hab sein Essen auch behalten. Du schuldest Tobi fünf Euro. Also Friedan kriegt Fünfer. Warte, ich glaub, ich hab auch ein paar Raketen genommen. Und ich? Genau. Du, ja, kill irgendwen. Kill irgendwen. Kian einfach. Kill Lukas. Bro, du bist so... Du bist wie dieser Barkeeper in so einer Serie, der so Auftragskiller beauftragt. Kill irgendwen. Nix. Sag dein letztes Wort. Ähm, Faker. Faker kannst du direkt komplett... Kannst du komplett ausschließen. Das Ding ist, ich fall manchmal selber noch kurz drauf ein. Du kannst ja immer auf den Kanal gehen, weißt du. Aber so zum Beispiel bei Stani und sowas Wenn die reinschreiben und da kein Haken Nehmen ist, dann weiß man eigentlich schon, dass das ein Faker ist Aber viele fallen halt drauf rein Und wenn ich dann nicht den Chat sehe, dann ist das vorbei Stays? Hier in der Kiste Alles war drin, ich hab wieder rausgenommen Brüste und Schwert Okay guck, du kriegst es erstmal Helm der Naivität Digga, wartet mal, ich sag euch so Ich hatte 15 Goldäpfchen Jetzt kriegst du deine Brustplatte des Bösen Ja Stays, woher hast du die 50 Goldäpfel denn? Ich hatte die nicht von dir, Bro Natürlich nicht, Bro, natürlich Ich hab einfach so, 180 Goldäpfel haben sich in die Luft aufgelöst Die hast du nicht selber gemacht, 100 Pro nicht Doch, die Goldäpfel sind meine gewesen Wie craftet man Goldäpfel? Wie craftet man Goldäpfel? 2 Euro und du kriegst einen Schwerd Oh, falsch Hier reingepackt, Bogen ist drinne Hier Nein Hier dein Schwert Ey, stopp mal, das war nicht dein Bogen, oder? Manchmal gibt es Toe-Bite-Faker Dein Bogen, die Steinschleuder Also die Toe-Bites so tun, als wenn sie Toe-Bite und dann gibt es halt von allen Wie bitte? Das ist Reinis Bogen Das war Reinis Bogen, die Steinschleuder Ey, hat jemand von euch zufällig irgendwas zu essen? Ich hatte, ich hatte so viel Steak, ne? Wo ist mein Steak, Digga? Lukas, komm, hier, ich hab ganz viel Steaks in dir Warte mal Gib mir auch ein bisschen Steak Digga, gib mir mein Essen wieder, Junge Gib was, los bei dir Ich muss Schweinefleisch essen gerade Bro Dinger Ey, klär mal Klär mal mein Schwert jetzt Digga, du hast meinen Hund gekillt Klär mal mein Schwert Ich hab dein Schwert nicht, ohne Spaß Hast du deinen Bogen zurück? Hast du den Bogen zurück? 2,50 Euro Gib mein Schwert jetzt Okay, hier, nimm, fang Boah Guck mal, guck mal, Pista schreibt bei mir in den Chat Nur den vierten Platz Ey, ich stelle Bro, du hast so tief geworfen Ich hab's, ich hab's Du hast so runtergeworfen Hier Du musst suchen in Höhle, okay? Digga, mach doch jetzt Er wirft den Zombie rein Wollte grad sagen, Zombie hätte fast genommen Er hätte fast getötet Bro, stell dir vor, hätte dieses Schwert gehabt Er hätte Steaks getötet kurz Einfach so, was schon Oh Mann Oh, oh, C Sollen wir jetzt reinscheißen und sagen Maul wird groß geschrieben, dein Spaß Ja, okay, übertreib Exakt, aber Spaß Oh Mann, der Arme Okay, ich glaub, es ist Zeit Essen zu gehen Ich hab auch so Hunger, ne? Noch nichts gegessen, Leute War ein richtig anstrengender Ich hab dir noch Sachen vor Ey, Leute, das ist nur Spaß Mach dich nicht fertig Für Deutschkenntnis und so kann man nicht Ist alles gut Mann, kein Deutsch kann, ist nicht schlimm Ey, Kian, wir sind mal 5 Euro jetzt Digga, du Kriegst du Kian will auch deine Junge, ich hab die letzten Male immer Essen ausgegeben für dich Wo ist das Essen jetzt? Richtig, rausgekackt Bringt mir nix Komm, wie ehrelos, der ist 5 Euro Ich will selbst wieder umtöten Ja, ich muss das dann machen, ne? Obwohl ich das nicht will Ey, Jungs Digga, wie schnell Tridan ist, Junge Tridan, der schnellste einfach Ey, Jungs, ich töte dich jetzt in den Mund Du hast geschworen Mach Ich hab nicht geschworen Ich will Gib mir Pfeile, Tridan Ich muss mit Pfeilen Aufshalb Discord Muss ich gucken, vielleicht komm ich morgen Ich arbeite grad Ich arbeite grad an dem Server Den Community Server, wo jeder draufjoinen kann 1, 2, 3 Digga, du hast meine ganzen Pfeile auch genommen, Junge Ich schwöre, ich hab dir nicht Komm, wie er dich anguckt Er sagt Du es Du es Steak, sei ehrlich, du magst doch Tiere Guck ihn mal an, komm, wie süß er ist, Bro Boah Bro Bro Er löscht ihn Hier, warte, ich töne das auch an Hier ist Schweinefleisch Du Ehrenloser Was, lass doch mal, Lukas Äh Lass doch mal die Hunde in Ruhe Gut gesagt Digga, was willst du mir sagen, Junge Ich sag dir, ich sag dir, ich hab das nächste Mal Ne, wenn wir uns sehen, full equipped Digga, 2-Shop, du bist weg Er sagt, lass Hunde in Ruhe Ey, Tridan Ich hab Farling gekaut die ganze Zeit Bruder, meine Zähne fallen gleich ab Ehrlich? Ja, Mann Leute, diese Kaugummis sind so krass Das ist so, als ob ich Steine kauen würde Wenn du den Jawline wollt Leute, wenn du den Jawline wollt Fahr die Digga, ich hab jetzt schon mal merkt, dass... Schwert, Digga, Reini Was für Reini Leute, ich hab öffene Jawline Ey, Jungs Kommen wir kurz ernst, kommt mal alle mit Wir gehen kurz in den Besprechungsraum Ich hab kurz nen Plan Besprechungsraum Ja, dann gib mir mein Essen Bro will nicht diesen Realtop machen, wir werden was anderes machen Wir gehen Besprechungsraum Es wird auch nur noch vier Und machen uns über Pisch das Deutsch lustig Komm, Besprechungsraum Komm, Besprechungsraum Komm, Besprechungsraum Raum rein Leute, ich bin dafür Jeder von uns jetzt Sagt, wie er sich Zeigt seinen Göt Okay Wer fängt an? Ryan, warte, ich muss kurz traurige Musik anziehen Ja, warte, wir müssen Rüstung ausziehen Warte, wir müssen kurz traurige Musik anmachen Okay, okay, okay Okay, mach da alles traurige Musik an Achso, warte, ja, warte Sad Beat Sad Beat Warte, warte, warte Sad Beat to Rap Okay Sad Sad Rap Beat Soll ich anfangen? Nein, wir müssen unsere Rappen Wir müssen Rappen Wir müssen Rappen Wir müssen Rappen Okay, Reimen Ich hab ein ganz großes Problem Du musst dich vorstellen Du musst dich vorstellen Achso Ich mach auch Musik Warte Warte, ich hab noch keine Musik Ich hab noch keine Musik Da klappt auch hier Musik drin Ja, okay, jetzt los Zieht eure Rüstung ausziehen Zieht eure Rüstung aus Zieht eure Rüstung aus Rüstung ausziehen Ich hab ein kleines Problem Schwieriger Warum willst du, dass ich mich ausziehe? Was ist los bei dir? Bro, ich find das cool Also, hört mal zu Vor langer, langer Zeit Ey, warum hast du den Kopf weggeballt? Pack den wieder dahin Ey, Chey, die Musik ist grad zu perfekt Rede doch einfach Ey, gib meinen Kopf zurück Gib ich den Gleichstand Also, Leute, hört zu Wartet Von neu, von neu Leute, mein Name ist Kian Hallo Hallo Kian Hallo Kian Hi Kian Ich hab ein kleines Problem Und zwar seit ca. 7 Jahren Wenn ich kacke Dann riecht es nach Vanille Was? Nein Großes Problem Bro, warte Ich komme nicht mehr damit klar Bro, ich sag ehrlich Also, ich wusste Ich wusste, dass hier Probleme besprochen werden Aber das ist mir zu heftig Halt zu Ich glaub, wir haben jemanden mit einem größeren Problem Wartet kurz, ich bin noch nicht fertig Achso, ja, wir lassen euch ausreden Und ich werde in der Schule deswegen gemobbt Weil immer wenn ich kacken gehe, riecht es nach Vanille Und dann wissen die immer, ich war kacken Wie ein Center Shop Kann ich essen? Natürlich kannst du essen Ey, ich weiß nicht, wie können wir dir helfen Also, ich bin immer für dich da, weil du irgendwas hast, ne? Echt? 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 Du bist, du bist so ein guter Junge Du bist guter Junge Ja, das ist guter Junge Ich mach sogar die Kacke für dich weg, ne? Also Das war, das war meine Geschichte Wer ist der Nächste? Ähm Ich würd sagen Ich würd sagen Tridan macht weiter Also Mein Name ist Tridan Hallo Tridan Hallo Tridan Hallo Tridan Ich hab ein Problem Mein Kopf ist gewachsen Oh Oh Wo? Zeig mal wo Ich mach jetzt einen Rap-Part, okay? Ja, okay Ja, okay Ich mach Adlips Ich mach Adlips Warte Alle machen Adlips Alle, alle Mein Name ist Stace Mein Name ist Stace Mein Name ist Stace Das hier ist nicht Das hier ist mein Place Das ist not the place Und der Ryan, ihr hat ne große Nase Er hat ne große Nase Nase Ich schneid ihm ab seinen Piep Yeah Ey, was soll das? Piep 10 Euro wäre Lukas' Kind Nein, Spaß Ey, was? Wie schnell ist er halt? Okay Ey, Ryan, ihr hattest den Redekopf Ey, ich bin dran Ey, es ist sad, es ist sad, es ist sad Okay Ja, okay, wer hat jetzt nen Redekopf? Redekopf Keiner von euch Ja, okay, gib mir, gib mir, gib mir her Nein Das ist der Redekopf Ich sag's jetzt Okay Wir sind alle bereit, Sales Alles, was kommt, egal was Musik bei mir Bro, bei mir auch bei mir ist der erste Tag Ich bin nie zu spät Ich kann das alles nicht Ich kann das nicht mehr, Jungs Ich kann das nicht mehr Das Wasser Nein, Trinan Trinan Alles gut mit dem Wasser gelandet, Jungs Ah Ey Wie weit du ihn geschlagen hast Ich dachte wir reden, Leute Lass die Steine aufreden Ja, lass uns reden, Stace ist dran Hallo Mach euch mal nicht darüber lustig Das ist wichtig Sonst müsste mein nächstes Kopf gehen Tschüss Das ist wichtig Steffa, sonst ist Stace das nächste Unheil Hallo, Stace Hallo, Stace Hallo, Stace Hallo, Stace Hallo, Stace Sag ich hab'n Problem Ja, Stace Wer bist du überhaupt, Stace Ich bin Stace Hallo, Stace Hi Okay Wer bist du, Stace Es fing alles an vor zwei Jahren Als Stace das erste Mal kacken war Ja Auch kacken Und dann meine Aschere sind nach ihnen gewachsen Und es entstand ein riesen Pickel, Mann Ah, du kacken Und dann Ich saß mich auf mein Po Und der Pickel machte Boom Und meine Hose war roh What the fuck What the Bro Okay Böselein Ey, yo, ey, yo Er ist klein Ey, Bro, chill mal, Digga Du einfach 18, Digga Bro, Bro, Bro Was sagt denn das? Bro, Bro 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 Hold on Hold on Ey, Stace Ey, Bro, Digga Bro Ey Junge Wir werden gleich alle gebannt Bro, ich glaub Stace hat wirklich ein Problem Stace hat wirklich ein Problem Stace hat wirklich ein Problem Stace hat auf jeden Fall den falschen Film erwischt Bro, hat wirklich ein Problem Also Ey, das sieht voll geil aus mit deinem Szene Also ich fang an Ich fang an Also ich bin Lukas Falls ihr mich noch nicht kennt Hallo Lukas Ähm, und Hallo Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber Wo denn? Alles begann am 26.09. Einem ganz normalen Dienstag Und Warte kurz, warte 26.09. ist ein bisschen her Er sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Stace sagen, wo denn? Okay, sorry Lukas, erzähl weiter Ja, Schinks, sag ich ne? Ja, Schinks Es entstand halt der Plan Der Plan eigentlich so Heftig Stace Halt zu unterstützen Und alles für ihn zu tun Aber irgendwann ist Stace nicht mehr aufgetaucht Jedes Mal, dass ich gekommen bin Was? Nani Oh my Rambo Meinst du's ernst? Nani Ja 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 Das nächste Mal, wo ich Stace gesehen habe, war auf der YouTube-Wins, aber da war er im Alpha-Clan Was? Ich war im Alpha-Clan Junge, die Musik Ich kannte mich nicht mehr und meinte so Hä, bist du Lukas da? Und ich denk mir, ne, ich bin Lukas von früher Lukas von früher Lukas von früher? Der Schrei Lukas von früher Lukas von früher Lukas? Liebt ihr euch? Die halbe Ohrfeige Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll Ich sag klein Ich sag klein Hier komm her Komm her Du kriegst deine Sachen dann nie wieder Pichter hier Pichter zieh den Redekopf an Ja Redekopf Pichter Ey Stace mach die Wand Danach bin aber ich dran Ihr habt mich vergessen Stace mach die Wand wieder zu Ja chill Mach mal traurigen Beat auf Pichter Wart nicht auf Ich hab schon bei mir Ist auch an Pichter stell dich in die Mitte Hallo Mein Name ist Pichter Hallo Pichter Hallo Pichter Pichter Ähm Es ist so In den mehreren Jahren Hab ich den übelten Dann nimm dich Übelsten Lass mich kurz reden bitte In den mehreren Mehreren Jahren Wir sind für dich da Pichter Keine Sorge Ich hab Probleme Ich hab Probleme Mit Deutsch Ja ich hab schon Kein Problem Ich weiß nicht Ich weiß nicht wie das Wie das passiert ist Oh nein Dave Wir sind für dich da Ich versuche jeden Ich versuche jeden Sprich mal das einfach aus Sag mir nach Das kann dir helfen Pichter Wie heißt du eigentlich Pichter Wie heißt du eigentlich Pichter Wie heißt du eigentlich Du hast dich immer nur unter Pichter vorgestellt Aber was ist dein richtiger Name Mein richtiger Name ist Hund Galb Pichter Wie du heißt Pichter Wusstest du das Pichter auf seiner Sprache Oh mein Gott Pichter heißt auf kurdisch Hund Jetzt wissen wir was das Problem bei Pichter ist Sein Name Junge die Musik Junge meine Musik Ich bin ganz schwach Stace Was heißt Pichter auf seiner Sprache Hund Ein 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 Sibirischer Schäferhund Was macht ihr mit Pichter Lass ihn in Ruhe Er ist grad dran Er muss hier seine Probleme erzählen Ey warum Platzierst du hier die ganze Zeit Sachen hin Für was Lass ihn ausreden Pichter Erzähl uns von deinem Leid Erzähl weiter Erzähl weiter Pichter erzähl weiter Pichter erzähl weiter Du kriegst deine Rüstung nicht von mir Du kriegst deine Rüstung nicht von mir Erzähl weiter Ich hab auch ein sehr schlimmes Problem Nein Merklich Es geht um Haare Oh Was Nicht wie ich Digga Okay ey jetzt wird's ernst Hört auf Hau raus Ich hab den übelsten schlimmen Bartwuchs Dafür hab ich bald ne Glatze Was Gute Kombo Das 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 bringt mich Das das bringt mich Richtig sein Sein Name Kannst du ein bisschen schneller reden Ey Das bringt mich schon seit Ey hört mal auf Lass ihn mal reden Digga Ja er soll reden aber schneller Ja Nein Digga lass ihn reden Lass ihn reden erzähl Und Ich kann das gleich nicht mehr Du Mach bitte nicht so langsam Digga Deswegen 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 bin ich auch so aggressiv Weil ich hab Angst wegen meiner Glatze Sieht ihr das schon hinten? Ja Oh what the Yo Ey Pisch da Ich schenk dir einen Helm Dann kannst du das ja verbergen Pisch da nimmer Biotin Also Meinst du das jetzt grad wirklich ernst Digga Oder machst du Spaß Ich mein das jetzt ernst Er meint das wirklich ernst Das wär ich wirklich so Meint er echt? Bro Hast du echt diese Haarprobleme Wirklich jetzt? Wir können über alles reden Ich hab Kontakte Zum Friseur und so Ja ich hab Biotin zu Hause Mini Exidol Ne Erzähl mal wirklich Pisch Stimmt das jetzt auch nicht Ich kann dir auch meine Zahnacht empfehlen Ja Bisschen Wie bist du ja oder nein Oder laberst du jetzt gerade? Oh Also ich hab wirklich die Probleme Bist du grad live Pisch da? Also Ich muss wirklich sagen Was ich krass finde ist Ich hab grad Jeder von uns hat Was? Ja wo ist er eigentlich? Was? Was ist jetzt los? Oh mein Gott nein Was? Hä? Pisch da was machst du hier? Hä? Hä? Oh er hat nen Hund gefunden oder so Geh mal auf den Namen vom Bro Ich wusste Aber hier ist Pisch da und das Was? Oh mein Gott Ich seh den Namen nicht Warum seh ich den Namen nicht? Welcher ist der richtige? Pisch da Der Pisch da heißt Seht ihr das nicht? Pisch da sag was Wer bist du? Bei mir heißt der Pisch da Bei mir auch Wer hat das gemacht? Ich war das gerade Ey Jungs sollen wir nicht weiterreden jetzt? Ja ey lass mal jetzt noch was Ey komm mal wieder runter Alle Ich fand das grad krass was Pisch da gesagt hat Pisch da bist du noch live? Nein nein Ah ok Du warst schon dass wir alle live sind Check mal in Pisch das Youtube Kanal ab Und lass da mal ein Abo und ein Like da Ey Pisch da erzähl weiter Ihr müsst ihn unterstützen Ey Pisch da erzähl weiter Ey Pisch da erzähl weiter Pisch da Wann mal ganz locker Digger Einfach einfach nur zuhören Digger Ätl dein Leben Ätl weiter Pisch da Wie lange hast du dieses Problem Schauk? Es liegt an meinem Testosteron Weil ich einen sehr hohen Testosteronstecken habe Nein Doch oh mein Gott Würdest du sagen du siehst überdurchschnittlich gut aus? Immer Ok Aber wie können wir dir weiterhelfen? Geht nicht Wie? Ey aber Bro ich hab noch Haare Wir müssen da irgendwas machen können Soll ich dir welche geben? Ey du wüsste aber was ich krass finde Also es tut dir Spaß beiseite Jetzt auch abgesehen vom Stream Ich find's schon mutig so Versuch den Leuten da was rauszuhauen Bin ich ehrlich Das ist great Also da muss ich echt sagen Hut ab Digger Deshalb kriegst du auch dein Helm wieder Um deinen Kopf zu überdenken Also ihr seht sein YouTube-Kanal Oh mein Gott Tridam Und du kriegst auch hier die Hose wieder Und deinen kleinen Sch... Damit du deinen... Hahahaha Tridam Bro Auf dein Schwert wieder komm mit Ich bin noch dran Ich bin noch dran Ich hab gar keine... Ey Hä Hä? Was ist? Erster! Erster! Wo bist du? Ja hä hä Du bist da unten Digga Komm doch mit dir Aua 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 Ey Jungs wollen wir erhalten Sieg in Kirchensburg spielen? Ey warum hört mir keiner zu? Mann Schade Schade So was machen wir jetzt? Die andere kriegt sowas prinzipisch Jungs wollen wir Verstecken in Kirchensburg spielen? Verstecken? Bitte! Bitte ja Ich zähle Ich zähle Ey ich dachte ich bin noch dran Habt ihr was zu essen? Jungs chillt mal Kommt mal her Schade Jungs kommt mal her Ich hab ne Idee Ich brauch was zu essen Ey kommt mal alle her Jilt Kommt mal her So Guck mal Hier seht ihr das hier? Das bleibt hier Guck mal Wir wählen gleich alle aus Dann musst du suchen Wir spielen Verstecken mit diesem Freischlagen Das heißt wenn er ihn findet Muss er bevor Zum Beispiel ich bin der Fänger Bevor Tridan das berührt Muss ich ihn schlagen damit er raus Aber wenn er das berührt ist er safe Nee wir machen so Ey der muss ein Kerker Und der kann nur rauskommen mit Wasser Also er muss so Was hast du? Ey aber danke dass ihr mein Meinen Leiden angehört habt Echt nett von euch Achso stimmt Alles gut Jungs Ich verstehe schon Hey Hey Benimmt euch Benimmt euch Oh Und sterben Bro Es hat sich Er zieht direkt rüst so an Weil er lauert Lass mal was da drin Lass mal was da drin Vertrau mir Das heißt die die gefangen worden sind Okay die die Ey Jungs ich mach ne Aufnahme davon Das ist ne geistkranke Idee Eine High and Seek Aufnahme jetzt? Ja 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 Auf alles ich mach ne Aufnahme Leute mach jetzt ne Live Aufnahme Wir spielen Räuber und Gendarmen hier Och der 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 gefangen wird Und der kann nur halt Der muss escapen Aber wenn der Typ ihn wieder catcht Muss er wieder runter okay? Hä? Lass verstecken Freischlagen Ich hab das nicht verstanden Ich hab das nicht verstanden Guck mal ich erklär euch nochmal Ich bin Sucher ne? Sagen wir mal Ich hätte jetzt Piszter ne? Da muss Piszter da rein In Kerker Und er kann nur reinkommen Wenn äh äh Freit werden Wenn äh rauskommen Genau wenn jemand ihm sagen wir mal Irgendwas kurz droppt oder so Dass er weiß okay da ist hier Jeder Warte Jeder hat einen Wassereimer dabei Und kann den so runterlassen Ich hab gar nichts mehr Warte Hat wer mein Essen jetzt Digga Ich hab Hunger gleich Ich hab Hunger auch gleich Kann man mein Essen Kian? Was? Sonst ess ich gleich deine Hunde What the fuck? Ich hab voll Hunger Okay wollen wir das machen? Ja aber wie kann man den jetzt hochholen? Ich hab nur real life Hunger Oder wir machen einfach so Lass die Die Person soll einfach hier drin stehen Die muss hier auf Obsidian einfach stehen Einen bitte Und die muss dann von einer anderen Person gehittet werden wieder So Ja ja um rauszukommen So um wieder rauszukommen Okay Und wer es schafft alle zu kriegen Willkommt von jedem Einen Goldapfel Okay für immer Ich werd nur bei 5 Euro Ich hab gar keinen Goldapfel Okay Zehn Neun Gehts los? Rani zählt Ne du zählt Ey 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 Na ich Okay ich bin Ich muss euch catchen Okay Ähm Ey nur in meiner Festung okay Alles was nur mit diesem Stein zu tun hat Nicht Brücke und so Nur die Festung Ja Okay Ich würd sagen 2 Sucher Pischt da du und ich komm Nein 2 sind zu übertrieben Ja Ja okay Dann such du Wie lange haben wir Zeitung zu verstecken? Äh ich zähl jetzt 10 Neun 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Geweck Digga warte mal kurz Kann nicht sein Leute ich sehn letzte Zeit die 2 2 2 voll oft ne und ich guck grade Aufrufe 22 22 22 22 Steak Such mal jetzt Okay suche Jungs ihr müsst nicken ne Ja ja Wieso Das liegt selber Wegen den Namen Es gibt doch keine Namen Doch man sieht die Ach ihr müsst Jungs ihr müsst re-loggen damit ihr die Namen nicht mehr seht Er hört uns Piep Digga ihr seid recht schlecht wisst ihr das? Wir sind schlecht Naja aber ohne ohne was abzubauen ne Ja Er muss uns fangen Er muss uns fangen Er muss uns fangen Ey man darf Elytra aber ohne Raketen Okay Ja Fisch da ich hab dich komm her Ah Leute Hilfe Ich spiel im Verstecken Ah Ich spiel im Verstecken fangen Wasser Nicht rein du Clown Idiot Egal da kannst du bleiben wirklich So wo sind die anderen Leute wir müssen die anderen suchen jetzt Du machst nicht ein Spielchen mit mir Bro ich komm nicht raus Alter Oh mein Gott Was ist passiert Was passiert Ey Luke Bro ich Ich schwöre das war so random Entschuldigung Wo ist er wo ist er wo ist er Keine Ahnung Was steckt euch Hä wo ist Pisch da Ey das ist wie so ein Horror Game Komm mit jetzt erstmal in den Ding Hä warte aber Kian siehst du unsere Namen Kian siehst du unsere Namen Ich hab kein Wassereimer Ich hab kein Wassereimer Ich dachte wir stellen uns da drauf Hä Bro Ich dachte wir stellen uns da drauf Hä Bro hallo Ja okay bleibt einfach drauf Ich hab kein Wassereimer um jemanden hochzuholen Ich hätte Püsse Ey Kian Siehst du unsere Namen Ja Ne seh ich nicht Okay Nein Jungs Also dein Wenn ich nah bin ja weiter weg nicht Ja Bro das musst du ausstellen Wieso Reconnect einfach mal Ich schwöre ich seh nur deinen Namen Keinen Spaß jetzt Ich schwöre ich seh nur deinen Namen Ich schwöre ich seh nur deinen Namen Ich gesneak mir du Apfel Renn 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 Trin Ich bin raus, ich bin raus! Du hast mich zweimal verraten, Trida! Ey, bitte nicht mit Schwert, du one-shottest mich. Entschuldigung. Trida hat mich zweimal verraten. Junge, spiel wie hier Katze-Maus-Spieler. Random-Eincraft. Hilfe! Oh nein! Ich glaube Roman. Ey, Reilly! Lukas, schlag uns, du bist raus! What did you do? What did you do? Ich hab... Ich schlag uns raus! Lukas checkst wieder nicht. What did you do? Lukas! Bro, Lukas, schlag uns raus! Bro, Lukas schafft es nicht, uns zu schlagen! Ey, stay so... Lukas! Stay so... Schlag uns! Bitte, Lukas! Einmal in deinem Leben nicht Brain-Afka! Bitte, Lukas! Oh mein Gott! Ich kann das nicht! Ey, Stace hat einfach sein Schwert fallen gelassen. Buridu! Ey, da darfst du nicht hin! Ich hab gesagt, nicht Brücke! Ich schwöre, du darfst dich nicht hin! Lukas! Du bist auch gefangen! Nur noch Tridan! Lukas ist wirklich wieder in anderen Dimensionen! Ey, du bist nur noch Tridan jetzt! Ey, hier bin ich doch! Doch, du musst rein! Hier bin ich doch! Ja, alle rein da! Nein, nein, nein! Ja, Bro, Lukas ist Brain-Afka, der hat nichts! Gib mal was zu essen! Gib mal was zu essen! Gib mal was zu essen! Ich brauch was zu essen! Bro! Wenn er so's rauslassen soll! Boah, Lukas ist wieder so Afka im Kopf! Alle rein! Alle rein! Alle rein! Wie alle rein! Was? Lukas, kennst du die Regeln überhaupt? Hallo? Ja, Lukas denkst... Lukas spielt grad irgendwie... Dings... Bro, er spielt was anderes! Ich schwöre, er spielt was anderes! Ey, wie werden wir befreit? Eigentlich mit nem Schlag! Ich hab keine AP die ganze Zeit und frag die ganze Zeit nach Essen! Ja! Man hört dich aber nicht! Achso! Hä? Schlagen einmal! Schlagen! Du musst uns schlagen, Tridan! Tridan, komm mal! Ey, wir verlieren wegen Lukas! Tridan, schlag uns! Wir verlieren nicht! Wir gewinnen! Guck mal, wieder kämen! Kian, kämen! Tötet Kian! 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 Ich kann nicht mehr! Waka, ich komm! Waka, ich komm! Waka, ich komm! Jetzt! No, ich schlag mich! Ja! Ja, raus! Ey, ich hab euch! Ich hab euch! Raus! Ich hab euch! Stace, ich hab dich gehittet! Geh wieder rein! Ich schwöre, ich hab dich gehittet! Spiel Fairplay! Was? Rhyny hat dich nicht, ne? Ich hab dich gehittet! Rhyny hat dich nicht, ne? Ey, Juni! Kian ist weg! Nein, Kian ist wieder da! Der bleibt! Der bleibt! Der bleibt! Der bleibt! Der bleibt! Der bleibt! Junge, sag's doch nicht, Digga! Ja! Ich hab dich wieder! Ich bin eh schon drü- Digga, ne? Junge, er hat noch Totenwache! Was labert ihr? Er kämt die ganze Zeit! Hinter dir, Kian! Hinter dir! Auf der anderen Seite! Nein! Hey Jungs, warum seid ihr eigentlich draußen? Ihr müsst auf das Obsidian! Ihr müsst auf das Obsidian! Ihr müsst auf das Obsidian, Jungs! Nur noch Tridan! Nur noch Tridan! Bro, er ist so am Camp! Ja Bro, ich wollte die befreien! Jaaaa! Ich hab alle, ich hab alle, ich hab alle! Ey, alles wegen Lukas! Ey, wer ist jetzt dran? Ich will noch mal abhauen! Ich will essen, ich will essen! Ey, wer ist jetzt dran? Was? Ich geb dir was hier! Nein, ich will in real life fest! Nein, nein! Eine Runde noch! Tridan! Eine Runde noch! Ich bin's! Ich bin's! 14! 13! 12! 11! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! Er ist wirklich weg! 2! 1! Ich komme! Wo seid ihr? Nein! Hä? Wo seid denn ihr? Was geht ab? Nein! Du bist direkt rein, direkt rein! Nein! Ich hab deine Steps gehört! Brian, hier ist ein Schwitter! Hä? Nein! Ah! Ah! Er kommt! Jehoi! Tja! Rini ist hier! Rini ist oben! Ich bin frei! Jaaaah! Ey, du musst… Oh mein Gott, das war so stark! Oh mein Gott, das war so stark! Kihan, das war so krank! Er kommt! Er kommt! Ich hab dich. Oh. Hey, Bro, pischt da das raus. Das ist raus. Geh freiwillig in den Knast. Das ist schon raus, Bro. Kannst dich einfach ausruhen. Bro, ihr müsst auf dem Obsidian stehen. Nein. Okay. Entschuldigung. Kian. Kian. Hey, Jungs. Einmal kommen, 50 Euro. Einmal kommen, bitte. 5 Euro. Angebot, 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 Angebot. Eine Schlage, eine Schlage, 3 Euro. Angebot, Angebot. Wo ist der? 3 Euro, 3 Euro, 3 Euro, 3 Euro. Angebot. Kian, rede doch. Yeah. Nein. Wie ich mir war. Wann. Das macht grad Bindertspaß. Lachen wir, Jungs. Hör mir, ne. Angebot, Angebot. Lukas, komm doch mal her und hilf mir mal. Jungs, warum redet ihr nicht? Nein. Nein. Stace, Hilfe. Bro, Stace zündet mich an! Aber wurde es getroffen, trotzdem. Ja! Raus! Digga, Rainy, du bist echt schlecht. Hä, Junge, geh erstmal nach unten! Ja, mach ich doch! Ich hab also, Rainy, ich hab nix zu essen! Rainy, ich hab nix zu essen! Was soll ich machen? Geh mir was! Leute, Angebot, Angebot! Einmal klauen hier! Leute, Angebot! Leute! Jetzt kriegt er mich echt nicht mehr, Leute. Vorbei. Angebot, einmal schlagen! Roche, komm hier! Also jetzt ist es vorbei. Leute! Hier, Fisch da! Leute! Angebot! Einmal schlagen hier! Roche, komm! Warte! Das Ding ist, Kian sieht meinen Namen halt! Lukas, komm doch! Ah, du bist... Nein! Ja! Ja! Ich hab euch alle! Nein, das hat nicht gezählt bei mir! Ich bin dran! Ja, dann hat es jetzt gezählt! Geh mal weg, ich bin jetzt! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Versteckt oder nicht! Ich komme! Zähl mal bis hundert! Ich bin dran! Ich kann nicht mehr! Also Yippie Eier Ey, was ist das für ein Klon? Ey, ich kann nicht hören Stacey Stacey Also Yippie Eier Yippie Eier Ich kann nicht, ich komme Ich kann nicht Wirklich zu lustig, ehrlich Was passiert Fuck Oh Leute, ich kann nicht mehr, Alter Yippie Kann ich verarschen, ha? Kann ich verarschen, ha? Du kämpfst die ganze Zeit Könntest du mal ins richtige Mikro schreien? Jaja, kann ich, aber ich habe da einen Filter drauf Seid ihr frei? Seid ihr frei? Lukas, eigentlich beide, Pisch da, komm her Egal, wie viele ich zuschaut habe Lukas, Pisch da, rein da Nein Stace kriegt mich niemals Stace ist immer noch hier Stace kämpft Hä? Nein, was? Ich bin so schlecht Oh mein Gott Ich habe ihn nicht gesehen Er hat es von unten Wie hast du mich da oben gesehen, Mann? Deine Stimme, du Pisch Hä? Bro, siehst du Oh mein Gott Jungs, hat jemand Wasser? Nee Wo ist Rindy? Oh mein Gott, ich... Ah Rindy Bro Ich habe alle Ich habe alle Aber Stace, warte, siehst du meinen Namen? Nein Okay Ey Leute, ich bin erstmal weg Echt? Ciao, Kakao Warum gehen alle? Weil wir wollen nicht mehr mit dir spielen, okay? Lukas, gehst du auch? Rindy, gehst du auch? Äh, ja Lukas, gehst du auch? Es war schön mit dir, Stace Es war richtig lustig Hahaha So, Freunde Der gepflegten Unterhalt... Was ist das denn? Was ist das hier? Was ist das? Wem gehört das? Okay Hast du Fortnite? Natürlich habe ich Fortnite Was wird eigentlich noch aus der Kuppel von Tridon? Also irgendwie... Oh mein Gott, jetzt habe ich das schon wieder Oh mein Gott, das ist F6 Wenn ich F6 drücke Okay Also, wir machen weiter mit dem Plan Hier alles abzubauen Um mein Haus hier hinzubauen Ich glaube Habe ich irgendwo... Oh, ich habe Ich habe ja keine Reparatur Das ist eigentlich dumm Ja, dann lieber doch nicht Ich kann das eigentlich auch hochjagen Also einfach in die Luft jagen Ich glaube ich schneller Weil das ist auch echt viel, ne? Pischta baut da Wo baut Pischta? Achso, die ist da oben Was ist das jetzt hier? Kannst du mich ernten? Ne, ich erde keine Leute Also Mein Freundeslist ist halt auch fast voll Deswegen muss ich da ein bisschen auffassen So Machen wir noch was, Leute? Habt ihr noch eine Idee, was wir machen könnten? Äh Das Ding ist Ich brauche halt meine Enchantments zurück Hier bauen Dings und so, ne? Ich glaube ich level nochmal kurz bis Level 30 Am Alpha Tower Was ist beim Alpha Tower? Achso, das mit dem Bauen Jaja, das hatte ich Okay, okay Ich verstehe Äh, war das in die Richtung eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, welches Was, die Koordinaten waren Minus 1500, glaube ich, ne? Und jetzt hier minus 1000 Oder? Hä? Wo war nochmal? War das minus 500.000? War das hier? Wo war nochmal die Dings? Ah, hier Hab's gefunden Was ist hier passiert? Hä? Junge Funktioniert die noch? Ich hoffe, die funktioniert wenigstens noch Ja, okay Irgendwer hat sie, glaube ich, repariert Okay Dann farm ich hier ein bisschen Level schon mal War doch eine Villager Farm Ich glaube, Russik hat noch eine Ähm, ich würde mich da einfach mal bedienen, sage ich mal Aber eigentlich So eine eigene wäre schon gut Ich will halt noch das Nether bauen, ne? Ich hab ja im Nether will ich ja noch eine Goldfarm komplett bauen Für unendlich Goldäpfel Da muss ich halt noch weiter machen Aber erstmal baue ich eigentlich wieder Äh, Netherite Was geht ab? Gieren Schöne Grüße Junge, wie lang dauert das? Also die Farm ist wirklich Dauert echt Jahrzehnte, ne? Oh, wer war das? Schlecht War ich noch irgendwie für Blöcke zum Bauen? Ne, nicht wirklich Hier drunter Nehmen wir noch das hier mit Während hier die ganze Zeit welche spawnen Ist nur noch Stays live, Leute? So Komm mal hier auch ran Ich will die Dings, die Knochen würde ich haben So Nehmen wir mit Ja, nur noch Stays live, okay Wie geht's euch, Leute? Ähm, kurze Frage Einfach mal Interesses halber Ähm, ich plane Einen Community Server zu machen Wo jeder drauf kann Äh, die Level gehen alle in die Hopper Ne, wenn nicht genug Wenn hier sich hier genug Äh, Level ansammeln Dann kommen hier, äh Mach da mal Teppiche drauf Ne, das Problem ist bei, ähm Irgendwie, es gab irgendein Problem bei Teppichen Ich weiß gar nicht Aber das Ding ist, äh Die sind zwar hier drin Aber wenn dann noch ein Creeper dazukommt Warte, ich kann's vielleicht gleich mal demonstrieren Wenn die da drin sind und nicht rauskommen Das ist nämlich eigentlich gar kein Problem Guck mal, die sind jetzt da drin Aber wenn jetzt gleich ein Creeper noch dazukommt Äh, dann geht das zusammen Und dann krieg ich beide Beide Level Ich kann das jetzt gerade nicht gut benutzen Da, jetzt ist es da drin Das krieg ich nicht raus Aber wenn jetzt noch ein Creeper kommt Dann ist das mit rausgekommen Die fusionieren sich quasi diese Level, äh Die Level-Bälle Deswegen, also die gehen nicht in die Hopper rein Ähm, ganz okay Ganz okay, oha Dann geht's euch nur ganz okay Was ist Was glaubst du Wird beim nächsten Live-Event passieren? Also irgendwie meinte Kian ja irgendwas mit Das neue YouTube oder sowas kommen Weiß es nicht Ähm, was ich sagen wollte Ich wollte einen Community-Server machen Wo quasi jeder wirklich Ob jetzt mit Handy Mit Xbox Oder mit Java Edition Drauf joinen kann Jetzt können wir uns hier glaube ich nochmal gut sehen Jetzt den hier bekomme Die sind da Hat man kurz gesehen Der ist hier so durchgepackt Und sind dann beide zu mir gekommen Das ist ganz komisch gemacht von Minecraft So, und äh Bei dem Server Will ich das halt so ein bisschen Erkundungsmäßig machen Das Ding ist jetzt Ähm Ich will's natürlich auch so Ohne Pay-to-Win und sowas machen Was haltet ihr davon generell Wenn's so unterschiedliche Seltenheitsgrade von Rüstung gibt Also Jetzt zum Beispiel Du hast dieses Dia-Schwert Und äh Kann man mit Bedrock auch Genau, das kann man nämlich Du kannst mit Bedrock Edition Mit Xbox also Und äh Handy Alles Und äh Java Edition Heißt du kannst so drauf Wie du halt Wie es dir halt möglich ist Das ist mir auf jeden Fall ganz wichtig Äh genau Und es soll so unterschiedliche Seltenheitsgrade geben Ähm Von Rüstung und äh Schwertern und sowas Also mal Ihr könnt euch vorstellen Du hast zum Beispiel dieses Dia-Schwert Aber es kann sein Dass du ein Steinschwert findest Was stärker ist als das Dia-Schwert Weil es einfach äh Quasi eine Legendary Version ist Dieses Steinschwert Zum Beispiel Ich hatte das letztens mal ausgetestet Da hatte ich dann Ein Legendary Steinachs Die hat 19 Schaden oder so gemacht Heißt Die hätte alles fast Gewonshottet Aber Die hatte einfach Fluch des Verschwindens drauf So Das Ding ist Was ich mir jetzt so Fahre Also ist euch das zu grindy Weil Die so Legendary Sachen Wären dann wirklich selten Also das dann wirklich So 0,07% Ist Legendary Wahrscheinlichkeit Und dann wäre es halt so Dass manche Leute Die Glück haben Dann halt Übel OP sind Und die könnt ihr nicht mehr besiegen Deswegen also Fändet ihr das cool Oder fändet ihr das scheiße Oder Wer Wird euch das dann Ansporn geben Einfach selber noch Sachen zu suchen Weil ich würde das dann glaube ich Schon so machen Dass sich die Map Auch ab und zu resettet So dass man jetzt nicht Dann nach zwei Wochen Oder so Komplett alles Kaputt ist So dass man nie wieder Was finden kann Und 2,5 Milliarden Blöcke Laufen muss Aber sowas Das ist so Ungefähr die Richtung In die ich gehen möchte Und wie gesagt Ist halt wirklich Jedem möglich darauf zu join Ich überlege das auch Irgendwie mit Discord Zu verbinden Heißt wenn ihr so Legendary seid Oder so Kriegt ihr so einen Titel Und dann in Discord Habt ihr dann auch So einen Rang dafür Es geht Du brauchst eine App dafür Was denn Nimo Äh Dass man bei Konsole Keine Server enden kann Boah Wie das geht Also ich würde mich da auch Erkundigen Ich würde dann auf meinem Discord Auch so Videos Ähm So Videos machen Äh Dass ihr da draufklicken könnt Und dann steht da Wird da gezeigt Wie ihr quasi auf den Server Joinen könnt Egal was ihr für eine Plattform benutzt Ist cool Ist cool Ja das ist nice Ja geil Dann äh Guck ich wie ich das mache Kann ja auch sein Dass sich da noch ein bisschen Was ändert Was ist wenn Tuan kommt Was soll dann sein Also auf die Insel Was soll denn sein Wenn ein Tuan dann kommt Der wird Tobi fetzen Stimmt So meinst du das Ich hab Tobi noch da ist Ich kann mir vorstellen Dass er weg ist So er ist meistens da Wenn viele Leute da sind Weißt du So wenn man Wenn man jetzt irgendwie Also wenn nur noch Guck mal Wir sind noch zu zweit drauf Ich kann mir gut vorstellen Dass er weg ist Tuan hilft auch immer gerne Ja ich hatte Auf YouTuber Insel 1 Ein paar Ein paar Auseinandersetzungen Mit Tuan Deswegen muss ich mal gucken Stace hat Lucas Rado fast gekillt Ja Stace ist auch Stace ist auch frech Soll ich euch ehrlich Ich fahre mich jetzt Bis Level 30 Auf jeden Fall Am besten fragt Army Ja safe Wer ist für dich Der stärkste auf der Insel Aktuell Würde ich safe sagen Also so was ich auch Gerade so von Fights und so Mitbekommen habe Würde ich glaube ich Zitashi sagen Auch mit seinem Loot Und sowas Da ist glaube ich Zitashi so ganz oben Mit dabei Bloß safe der stärkste Weiß ich nicht Glaube ich nicht Ich weiß nicht Hat er seine Sachen zurück Weil seine Sachen Waren beim letzten Mal Echt schlecht Enchanted und so Also er hatte nicht mal Überall Schutz und sowas Drauf Nicht mal Haltbarkeit Also ich glaube Ohne ihm nahe zu nahe Zu treten Aber ich glaube Flo ist echt Nicht so stark Also es kommt jetzt Natürlich Es hat halt nicht jeder Den gleichen Loot Wie lange bist du schon Auf der Insel Heute oder generell So generell seit Ein paar Wochen Jetzt seit Ein Monat Ein bisschen über Ein Monat würde ich sagen Wen magst du gar nicht Auf der Insel Da gibt es eigentlich Niemanden den ich Also Es gibt eigentlich Niemanden den ich Wirklich jetzt In echt Abgrundtief Hassen würde Ich kann Feuer spucken Alter Kannst Fire spitten Bist du Rapper oder was Flo kämpfen mit Enderkristallen Ja Aber also Ja Weiß ich nicht Also Ist schön Aber Enderkristalle kann sich Jetzt im Endeffekt Jeder Also Enderkristalle sind halt Schon OP Und ich bin Keine Ahnung Ich bin eigentlich Kein Freund davon Weil Enderkristalle halt Meiner Meinung nach Zu OP sind So ein Enderkristall Der haut dich einfach In einem weg Das ist dann Kein cooler Kampf Und wenn jetzt jeder Mit Enderkristallen Kämpfen würde Ich weiß nicht Das wird den Spaß Irgendwie ein bisschen Raus nehmen Kann gut Crystal PvP Das Ding ist Nur weil Also Ich weiß halt nicht Ich glaub Zitashi und so Kann auch gut Crystal PvP Hinter dir steht jemand Oh nein Tobi Nein Bitte nicht Hilfe Hilfe Aber Freunde Ich sag euch ehrlich Dadurch dass ich jetzt Gerade darüber geredet habe Ich hab übel Bock Jetzt an dem Server Weiter zu arbeiten Ich will das ja eigentlich Mein Traumvorstellung Wäre ist Das nächste Woche Das geht ab Encelix Ähm Das nächste Woche Der Server Der Community Server steht Und die drauf spielen könnt Deswegen Und da muss ich mich Noch ein bisschen dran halten Vielleicht dauert es ein bisschen länger Ich weiß es noch nicht Ähm Ja Aber Ich würde auf jeden Fall sagen Ich arbeite da jetzt ein bisschen dran weiter Gehe vielleicht noch frühstücken Wäre auch ganz cool Ähm Und wir hören uns dann nächste Woche Das war's mit dem Stream Ich küss eure Herzen Danke an alle die da waren Wäre cool wenn ihr nochmal ein Like raushauen Könntet Wenn ihr nochmal Bock habt Müsst ihr natürlich nicht Aber Bis zum nächsten Mal Wir hören uns Ne wir hören uns nicht nächste Woche Wir hören uns morgen Morgen Stream Wir sehen uns morgen Pünktlich Um 8 Bis 9.30 Je nachdem wie lange ich heute mache Ähm Kann ich mit frühstücken Du kannst auch gleichzeitig frühstücken Wir gehen jetzt gleichzeitig frühstücken Alle Die noch nichts gegessen haben Gehen jetzt frühstücken Haut rein Und bis zum nächsten Mal Ciao